Also! So, man sieht hier nicht den gelben Rand. Okay, bei mir spürst du irgendwie einen komischen gelben Rand. Wir werden Metroid Prime 3 spielen. Metroid Prime 3 Corruption. Es ist an der Zeit, die Trilogie zu Ende zu bringen. Dieses Logo ist so grauenhaft. Können wir darüber mal reden? Ich meine, Metroid Prime 3 sieht okay aus, aber was ist dieser Corruption-Schriftzug? Was soll das darstellen? Das sieht so schlecht aus. Das wird nie in meinen Kopf richtig reingehen. Was sagt sie sich dabei? Quatsch, das ist hübsch. Ich meine, als ich mit YouTube angefangen habe, hätte ich auch eine Font gewählt, die ungefähr so in der Richtung aussieht für ein Logo. Der Corruption-Schriftzug ist sehr seltsam. Neues Spiel. Ich will jetzt wieder über Dolphin spielen übrigens, damit ich... Ich bin der. Äh, damit ich es auf 100... Nicht, 100 auf 1080p hochskalieren kann. Denn ich dachte, das ist ein bisschen nett, als wenn ich es einfach über die... Über die olle Wii U spiele oder sowas. So, Veteran ist ein bisschen Fake-Schwierigkeitsgrad, der Normal ist Super-Easy-Mode und Veteran ist Normal. Und danach, Veteran kommt Hardcore oder sowas. Aber wir wollen auch Veteran spielen, glaube ich. Das Spiel ist auch so schon. Es ist für... Es war aus der Zeit für die Wii-Zielgruppe gemacht. Dementsprechend. Ich denke, wir können Veteran wählen. Ich bin Metroid Prime Veteran, würde ich sagen. Ich denke, dass das mute ich mir zu. Planet Norion. Status der Lebenserhaltung. Das werde ich nicht vorlösen. Außer von Biomas. 24 Monate. Resub, liebe lieben Dank. Kurz gebluestreint, aber das ist okay. Wir sind zurück. SPM steht für Sekunden pro Minute. Meistens hat man 60 SPM. Oh, das läuft überhaupt nicht gut. Ich hoffe, dass es fängt sich, wenn ein paar von den Shadern zum ersten Mal geladen sind. Außerdem... Oh nein! Dark Samus ist zurück! Was? Das ist jetzt gerade mal das vierte Mal, dass wir sie sehen. Oh Gott, warum ruckelst du so? Nein! Tu mir das doch jetzt nicht an! So, er sollte nur anfangs an manchen Stellen bis zu ruckeln an, dann sollte sich das Ganze fangen. Hoffe ich. Drück drauf. Der Kurs ist festgelegt. Oh oh. Oh oh. Ich will nur kurz in OBS was einstellen. Bleib doch in der Mitte. Dankeschön. Für uns sieht es flüssig aus. Oh mein Gott, nein! Das ergibt keinen Sinn! Zeit, den ID-Code einzugeben. Am Anfang hatten wir diese komischen Raumschiffssachen. Das ist... Was sagt die sich dabei eigentlich? Was sollte das? Dann komischer, äh... Smiley. Und, äh... Scheiße auch. Grüße auch zurück! Das ist ein sehr viel storylastigeres und lineareres Spiel als die anderen Metroid Prime Teile, solltet ihr wissen. Ja, dieses ganze Raumschiffzeug, das macht man glücklicherweise danach nicht mehr wieder. Das Spiel ist bisher sehr leise. Ich weiß, ich hab's gerade lauter gemacht. Ich weiß auch nicht, warum es so fucking leise ist. Warum kann ich jetzt nicht... Oh Gott! Warum bist du so leise, Spiel? Okay. Sollte passen. Ne, warte, ich glaub, das muss ich nicht aktivieren. Schubsteuerung muss bestätigt werden. Betätigt. Draufdrücken. Ich hoffe, wir werden noch ein paar mehr unnutzlose Motion Control Gimmicks bekommen. Da werden Leute Jahre später sagen, oh, also Metroid Prime 3, das hat... Das hat die Motion Controls ja wirklich gut umgesetzt. Ich teile diese Meinung nicht. Ich denke, Metroid Prime 3 hat dieses Gimmick komplett überreizt. Und ich denke, sie sollten sich schämen dafür, für diese Nutzung von Motion Controls. Ich meine, ich sehe, warum es okay ist für manche Leute, aber sie haben... Es gibt so viele unnötige Minispiele, also wirklich. Ich werde das nie als positives Beispiel für Motion Controls nennen. Mad World war ein gutes Beispiel. Da haben sie es gut umgesetzt. Außer von einfach Ian, 6 Monate. Resub. Viel, viel, viel lieben Dank. Ich mag, dass bei Odyssey und Galaxy Switchboard die Währungssteuerung optionalisiert ist. Bei Odyssey ist die Währungssteuerung komplett fürchterlich umgesetzt. Also wirklich. Bei Odyssey ist die Sache, du musst Controller schütteln, damit du die normale Fähigkeit, die du mit Knopfdruck machst, besser einsetzen kannst. Das heißt, der optimale Weg, wenn du das Spiel gut spielen willst, ist den dummen Controller die ganze Zeit zu schütteln. Ich denke, das ist dumm umgesetzt. Es stört nicht zu sehr, aber es ist auch nicht gut. Es ist dumm. Okay, Waffe kalibrieren. Gehe ich hin. Schuss. Die sehen aus wie Türen. Warum müsst ihr überhaupt dafür sorgen, dass meine Waffe kalibriert wird? Mit den Joy-Cons geht, mit Pro Controller ist es dämlich. Mit den Joy-Cons zu spielen ist generell dämlich. Warte, was war hier oben? Oh Gott. Wie gesagt, ich bin mir sicher, die Mikro-Ruckler, die werden verschwinden. Gebt ihnen ganz ein bisschen Zeit. Wir haben gewisse Partikel-Effekte und so müssen zum ersten Mal einmal geladen werden und danach läuft auch alles gut, okay? Willkommen an Bord. Oh, oh. Eine Invasion? Was? Das wird blockiert? Da habe ich die richtige Lösung für uns. Das ist nichts, was man nicht mit einem guten alten Charge-Beam-Schuss lösen kann. Zum Glück ist das Raumschiff darauf ausgelegt, dass jemand mit seiner antiken Choso-Rüstung draufschießt. Achso, natürlich. Du hast viel zu tun gerade. Ich sehe das schon. Du bist auch sehr motiviert, um zum Arbeitsplatz zu kommen. Keine Zeit, um zu reden. Er muss nämlich extrem langsam rüber zum PC gehen und ich vermute, ihn dann einfach anstellen und zu tun, als ob er beschäftigt wäre. Ja, das ist es genau. Aber er kann nicht reden. Oh, nee, nee, nee. Beschäftigt aussehen, beschäftigt aussehen. Wichtig. Wenn der Chef reinkommt und sieht, dass du einfach nur dastehst, wird der... Das könnte auffällig sein. Immer in Bewegung bleiben. Ich höre doch niemanden auf, dass du eigentlich nichts machst. Kannst du spielen, wie ich lauter machen? Die sprechen generell halt sehr leise. Das Problem ist, die Abmischung ist ein bisschen ungünstig. Wenn ich zulasse, meine Schuss-Sound-Effekte, die Schüsse, sind sehr viel lauter als die Stimmen. Es ist eine Ehre, mich zu treffen, denn diesmal existiert Samus wirklich. Tschüss-Sounds, was für Tschüss-Sounds. Ich brauche eine Kombination, Freunde. Wie sieht es denn aus? Der Anfang ist so nervig in diesem Spiel. Okay, keiner kann mit mir reden, ich verstehe schon. Individueller Zugang-Scout-Keins abgerufen werden. Okay. Draufdrücken. Touch ist nämlich die Zukunft. 1, 3, 5, 7, 6. 1, 3, 5, 7, 6. Enter. Zugang gestattet. Oh Gott. Ich hoffe, dass diese Mikro-Ruckler verschwinden werden. Er weiß, was zu tun ist. Dem hat er nichts vor. Kann er nicht rein? Oh Gott. Warum funktioniert das nur die Hälfte der Zeit? Warum funktioniert das meistens nicht richtig? Vor allem dieses Ziehen und, äh... Dieses ganze Ziehen und Davor, äh... Stoßen. Das funktioniert nicht. Musst du die Hälfte erzählen einfach nicht. Gott, ich hasse das. Bio-Gefahr-Auswertung. Status freigegeben. Ich bin keine Bio-Gefahr. Noch nicht. Keine Sorge. Das werden wir in diversen Spielen noch ändern können, dass Samus zu einer Bio-Gefahr wird. Dann machen wir das Ganze nochmal. Ich glaube, die Sache ist, man darf es nicht zu schnell versuchen. Warum dieser Mikro... Oh nein. Ich glaube, es war ein Fehler, es über Dolphin zu starten. Ich glaube, das war ein Fehler. Na, die Tür ging jetzt. Ne, die geht nur halb... Oh Gott. Ich glaube, ich glaube, es wird ein Fehler. Schön. Außer im Kasai Rackon. Fünf Monate. Re-Sub. Bibi, lieben Dank. Ach, warte. Vielleicht habe ich in den Dolphin-Einstellungen was... Oh nein. Okay, ich werde bei der Speicherstation was machen. Es gab nämlich auch... Mir fällt nämlich gerade ein, bei Metroid Prime auf Dolphin gab es nicht auch so eine Einstellung, die man machen muss, damit es nicht so ruckelt bei den einzelnen Türen. Ich werde gleich mal nachschauen, was ich umstellen muss, sobald ich eine Speicherstation gefunden habe. Denn das, das, das sollte so nicht sein. Ich glaube, ich habe die falschen... Ich glaube, ich muss da was umstellen. Das war die Sache. Schau euch den Ausblick an. Wahnsinn. Aber was machen wir hier? Ist das nicht ein Metroid-Spiel? Zu der Zeit war Halo und sowas sehr populär. Ich meine, Halo 2 kam in der gleichen Woche raus und Half-Life 2 auch. Kam in der gleichen Woche raus wie Metroid Prime 2. Dementsprechend ist Metroid Prime 2 sehr untergegangen. Vielleicht wollte ich erst ein bisschen... Dachte ich, okay, ihr wolltet lieber solche Spiele haben. Dann werden wir ein bisschen... Wir werden ein bisschen euch mehr Story geben. Ein bisschen mehr Sci-Fi. Ein bisschen mehr Leute. Ein bisschen mehr Starfield. Nicht zu verwechseln mit Garfield. Okay. Dann lass mich das mal eben umstellen. Okay. Also. Ich glaube, ich glaube, es sollte jetzt funktionieren. Ich glaube, es sollte funktionieren. Ich habe die Shader kompiliert. Und äh... Ich habe irgendwas anderes... Irgendein Uber-Shader-Hybrid gemacht. Das wird schon alles passen. Hoffe ich. Was soll denn das auch, dass... Ich meine, das war als GPU... Äh... Weil es Spiele sind, die viel von der GPU brauchen. Muss man irgendwie irgendwelche Einstellungen umändern. Träumchen! Haben wir das gesehen? Geht's im Besprechungsraum? Wo ist der Besprechungsraum? Ja, okay, okay, okay. Ich verstehe. Ist okay. Ist okay. Ich bin unterwegs. Ja, ich hätte genug GPU zu vergeben für das Spiel. Ist scheinbar nicht gut genug. Ist mich durch. Admiral Dane wartet auf mich. Yeah, schau euch das an. Easy. Ohne Probleme. Das ist gleich mehr FPS, oder? Nein. Das ist alles, was sich jetzt geändert hat, ist, wenn es zu gewissen... Oh Gott. Wenn gewisse Shader in Aktionen sind. Also wenn irgendwelche Explosionen ausgelöst werden. Oder irgendwas hinter der Tür geladen werden muss oder so. Das hat davor dann immer geruckelt. Das ruckelt jetzt nicht mehr. Schluss jetzt, Gantraider! Looks like everyone's here now. Before I begin the briefing, let me introduce 242. The Flagship's Aurora Unit. Ah, ein Organic Supercomputer. Fascinating. Is my understanding that the Galactic Federation's core network is comprised of such units. That is correct, and we serve as the network's master control. However, currently the network is down. That seems inefficient, but necessary. You see, seven days ago, we discovered that all Aurora units were infected with an unknown virus. We were forced to bring the network down. Fortunately, our scientists were quickly able to devise the vaccine. Unit 242 was the first AU to receive the vaccine. We were able to completely purge the virus. Yeah! Where did this virus come from? We believe the virus is of space pirate origin. Four months ago, the GFS Valhalla went missing while on a training mission in the Klar Nebula. The ship's logs revealed that they were attacked by a space pirate raiding vessel. What is the logic in disrupting a federation training mission? They are pirates. How could they resist a prize like that? That never would have happened, if I'd been there. Oh, God. The pirates boarded the Valhalla and gained access to the ship's Aurora unit. 313. Können glauben, dass ich Prime 3 nicht oft spiele? Dabei ist es doch so eine klassische Metroid-Erfahrung. This is how they were able to hack into the network and plant them. Thanks to our security protocols. We were able to shut down the network, before the damage from the virus became irreversible. But we're still vulnerable. If the pirates decided to launch a major offensive, we'd be hard pressed to defend ourselves. We must rid the other AUs of that virus and bring the network back online. Wer ist wir? Ich bin nur ein Kopfgeldjäger. Warum? Was geht mich das an? Ich sehe, was mich an dem Spiel am meisten irritiert. Die Tatsache, dass das, was sie hieraus gelernt haben, das war, dass Leute die Story an Metroid mögen und im nächsten Teil haben sie dann noch viel mehr auf den Fokus auf Story gelegt. Ich verstehe nicht ganz warum, aber ich mag es wie hektisch die herumtippen. Das ist eine Gaming Station, wenn ich jemals eine gesehen habe. Schau euch das an. Touch ist die Zukunft. Damit ist alles so viel effizienter, als wenn man einfach nur Tasten drückt. Das realisieren nur viele Leute nicht. Aber wir werden angegriffen. Von den Weltraumpiraten können wir nicht zulassen. Samus, geh zu deinem Schiff. Wir brauchen dich auf dem Planeten, bis wir die Flucht in Formation bekommen. Oh nein! Der Sternzerstörer! Er hat ein Schiff auf dem Gewissen! Ich geh dann mal... Ich geh dann durch die Tür zu meinem Raumschiff rüber. Ihr macht das schon! Weltraumpiraten! Ah ja, die sehen hier wieder komplett anders aus. Jetzt sind sie wieder nicht mehr diese Krebsmenschen, sondern mehr ein bisschen ekligere Aliens. GF Soldat gerettet. Hier kann man eine gewisse Menge von Soldaten retten und kriegt Achievements dafür. Und hier sehen wir die erste Sache, die ich super cool finde an dem Spiel. Ich habe das Gefühl, designtechnisch haben sie das ganze radioaktive, seltsame, organische Zeug, was man ein bisschen in Prime auch gesehen hat. Sie haben es noch mal ein bisschen erweitert und die Raumschiffe der Weltraumpiraten sind einfach organisch. Ich denke, das ist ziemlich cool. Ist ja ein bisschen interessant vom Look her. Warum kann ich auf den nicht schießen? Jetzt. Für Neuigkeiten GF Soldat, du wurdest gerettet. Irgendwie muss ich ihn jetzt retten. Ich weiß nicht mehr, was ich dafür machen muss. Ich glaube, ich muss was scannen. Ups. Naja. Naja, gut. Er hat es versucht. Das ist alles, was er zu sagen kann. Ach ja, er ist umgehend zu evakuieren. Okay, okay, okay. Ich weiß nicht, wie man den retten soll. ADM hatte das organisch leider kaum noch und man lief durch Stahlkorridore rum. Ja, ADM war auch nicht von Retro. Und es ist auch nicht... Oh, da ist die Rüstung. Und es ist auch nicht Teil der Prime-Reihe, also... Ergibt schon Sinn, dass sie nicht mehr wirklich das Ganze beibehalten haben. Oh ja, jetzt spielen sie ein bisschen Fangen mit... Mit der Energiezelle. Gehen wir jetzt doch mal weg. Warte auf mich. Oh, ich habe keine Missals. Hey! Warum, warum kannst du die auf meiner Art und Weise wegziehen? Was soll das? Ich hoffe, wegzulaufen. Dankeschön. Ich nehme doch mal die Energiezelle an mich. Energiezellen geborgen. Um die lokale Energieversorgung wieder herzustellen, muss die Zelle in ihr Terminal eingesteckt werden. Und ja, Metroid Prime ist FPS und... ...die anderen Teile sind 2D und... ...was auch immer ADM ist. Okay. Äh, ja, das hat funktioniert. Es gibt später noch Terminals, an denen man pumpen muss. Und das, das wird, das wird hervorragend. Das wird super klappen. Da freue ich mich schon. Ich habe das Gefühl, diese Dinge, die man in dem Spiel macht, mit Borscht Controls, werden umsetzbar, wenn man schon Wii Motion Plus hätte. Aber das hat man hier noch nicht. Dementsprechend... ...das Ganze ein bisschen, äh... ...ungünstig. Ja, was diese, denke ich, alle sein sollen. Aber... ...wir wikilen sie einfach mal. Ich habe einen Doppelsprung, okay. Ich habe zwar alles aufgegeben, aber die Space Jump Boots, die habe ich behalten. Äh, okay, okay. Wir wollen da unten als Morph Ball rein. Ich bin unterwegs. Nee, hä, wo... Ach, da vorne geht es weiter. Hier, ich war kurz verwirrt, wo das Spiel mich gerade hinschicken will. Oh, der coole Eistyp. Der meinte... ...wäre ich da gewesen, hätte das nicht zugelassen. Und die Energy Tanks in dem Spiel, die liegen einfach mitten auf dem Weg. Was ein bisschen lahm ist. Ich glaube, es gibt zwei Stück oder so, die nicht mitten auf dem Weg liegen. Hätte man netter lösen können, aber gut. Da haben wir eine Menge Druck aufgebaut. Oh, ich bin da, wo der Müll landet. Sehr verletzend. Moff Ball Bomber. Hey! Gott, ich habe komplett vergessen, wie lang dieser Anfang hier einfach geht, bis man halbwegs erkunden kann in dem Spiel. Oh, ich bin raus. Ein Glück, dass ich einen Raumanzug anhabe. Sonst hätte das ganz schön unangenehm werden können. Oh nein, der GF-Soldat. Wir müssen ihn retten. Das GF steht übrigens für galaktische Förderation. Oh nein, die Raketen. Ne, nicht die Raketen. Dieses Teil, vielleicht bräuchte ich sowas wie eine Rakete. Schieß los, um das loszuwerden. Das war ein cooler Move gerade. Girlfriend-Soldat. Kann sich in alles verwandeln. Also, ich weiß nicht, ob sie sich... Ich weiß nicht. Sie kann sich zwar in alles verwandeln, aber ich weiß nicht, ob sie sich dazu entscheiden würde, in deine Freundin zu verwandeln, ehrlich gesagt. Oh, wir reden von den GF-Soldaten. Ich dachte, wir reden von der Rosanen. Aber mein Punkt bleibt bestehen, was die Rosane betrifft, okay? Und hallo, Raketenwerfer! Spiel nicht so auf. Das sind die Missheads. Die sind nicht mal stark. Die sind ziemlich nutzlos in dem Spiel. Tut nicht so, als ob die stark werden. Und schieß die doch nicht einfach mit dem Raum ab! Du kannst nicht einfach in der Raum statt... Ich meine, wir werden angegriffen haben. Du kannst nicht einfach die Missheads gegen die Wand schießen, Samus. Um zu zeigen, oh ja, funktioniert. Kannst den Sprengstoff nicht einfach im Raum testen? Komm schon! Kann der GF-Soldat meine Freundin werden? Äh, ja, warum nicht? Warum denn nicht? Komm schon! Mach den Schild weg! Ganz recht. Wir spielen ein Wii-Spiel. Aufregend. Warum gönnen sich die Bösen, äh, die Power-Ups? Ich meine, das tun sie in der Regel. Seit Metal Prime 2, dann bekommt man von den Gegnern das Power-Up, das sie gerade einsetzen. Also sie können es sich gönnen. Speicher-Station. Kann ja nicht schaden! Besser einmal speichern, als keinmal speichern! Dann, äh, kurz die Hand drauflegen. Ich hoffe, niemand wirft mein Raumschiff zur Seite. Das wäre unangenehm. Ich will nämlich gleich wegfliegen. Oh, er wirft das Raumschiff nicht weg! Ich glaube, das macht ein anderer... Oh ja, das kommt ein gutes Stück später. Das kommt im, äh... Im, äh... Hightech-Roboter-Tempel-Teil. Okay, Bosskampf! Der Berserker-Lord! Er ist ein Berserker. Greift zuerst seine Schultern an. Hoffen, dass wir treffen. Hoffen, dass wir treffen. Treffen nicht. Ein Treffer. Dann hoffen wir, dass wir nochmal treffen. Ist okay, ich muss auch nicht. Wir müssen auch nicht treffen! Das war ein Treffer. Noch einer. Oh mein Gott, warum geht das immer so knapp daneben? Oh, ich hasse das. Das ist so unbefriedigend. Wir haben aber leider noch kein Schwachbuch, um ihn anzugreifen. Aber gute Neuigkeiten, ne? Er verschießt lila Kugeln. Großer Fehler. Großer Fehler von seiner Seite aus. Ach, die Teile sind wieder... Oh Gott. Ein bisschen nervig, muss ich sagen. Ja, vielleicht ein bisschen nervig. Oh Gott. Vor allem, warum komm ich an den linken Arm nicht ran? Warum weiche ich überhaupt aus? Mach dir keinen Schaden. Warum tue ich überhaupt so, als ob ich ausweichen würde? Er hat mir jetzt so für mich getroffen, hat 40 Schaden gemacht. Und das war ein starker Angriff. Von dem sollte ich mich nicht so oft treffen lassen. Okay. Sein Kopf ist kaputt. Das heißt, wir können sein Gehirn angreifen. Wenn Freunde, ich sag's mal so, mit deinem Schwachpunkt, der so offen da ist, das würde nicht gut für dich ausgehen. Ganz absehend davon, dass deine Angriffe irgendwie nutzloser wurden. Warum visierst du nicht mehr an? Ich verstehe nicht ganz, warum, wenn er seinen komischen blauen Angriff macht, warum Samus dann aufhört, ihn anzuvisieren. Aber okay, wir haben ihn. Weil ich ehrwürdig kann die Liederkuhlen verschießen, aber bin wahrscheinlich nur ich. Also läuft's mit den meisten Bosskämpfen. Vorsicht, Elektrozaun. Wie fällt der hier überhaupt runter? Hier ist keine Schwerkraft. Wie ist er runtergefallen? Wo wurde er hingezogen? Naja, wie auch immer. Vielleicht hat den Stern ein bisschen zu viel Masse übrig da unten irgendwo oder so. Berserker-Lord eliminiert. Ich glaube, wir kommen langsam auf den Planeten. Das heißt, langsam kann ich dann bald ein bisschen... Nein, wir kommen doch nicht mal auf den richtigen Planeten, wir kommen jetzt auf den Tutorial-Abschnitt. Oh, warum ist der Anfang so langwierig von diesem Spiel? Wir kommen ja noch nicht mal nach Brio. Wir kommen ja den anderen Teil von der Station jetzt erstmal. Oh Gott. Nach Norion. Ich habe das Gefühl, Prime 3 ist nicht mein Lieblingsteil. Es passiert einfach nichts hier am Anfang. Beziehungsweise man hat einfach nichts zu tun. Ich meine, das was ich jetzt mache, ist nicht direkt ein Tutorial, aber... Da ihr es erkunden, ist es jetzt auch nicht. Auch wenn es natürlich ziemlich cool aussieht. Man muss halt an der Stelle auch wieder bedenken, welche Spiele zu der Zeit populär waren. Ich glaube, da kam auch... War Halo 3 schon draußen? Derartige Spiele waren super populär zu der Zeit. Und dementsprechend sollte Metroid Prime auch dieses linearere, storylastige Action-Feuerwerk sein. Generell waren wir auch zu der Zeit in der Phase, in der Videospiele ein bisschen... sehr simpel wurden. Gut, dann mache ich mal die Tür auf. Wir können uns ein bisschen umschauen. Hier, wir finden nämlich gerade ein Krieg statt. Das ist nicht Metroid. Warum bin ich in irgendeinem komischen Krieg hier gerade drin? Es ist... Es ist so unpassend für Metroid. Es ist unglaublich. Ich hätte an dem Punkt auch vielleicht einen Call of Duty Teil lieber machen sollen. Oh, der Grapple-Beam, kann ich den haben? Wie lange hat es genau das Darks ist, VOD hochzuladen? Keine Ahnung. Wahrscheinlich zwölf Stunden um den Dreh. Der Grapple-Lassus-Einsatz bereit. Ein Upload von dem Video ist jetzt nicht die aktivste Tätigkeit. Du tust dann auf Upload und dann lädst du den Hintergrund hoch. Also keine Ahnung, ist nicht so... Jo. Ist an sich relativ belanglos. Oh! Hat gut geklappt. Sehr schön. Hey! Der erste Mal brauchte ich mal einen Charge-Beam in dem Spiel. Ja, wir wollen ihn aber trotzdem einsetzen. Er ist ja trotzdem stärker als der normale Beam. Die normalen Gegner gehen auch nach sehr wenigen normalen Schüssen down. Das war früher aber nicht so. Bis zum Zeitpunkt, wo YouTube eine Fehlermeldung hat. Welche Fehlermeldung? Ich höre ja einen Power. Ich sehe tote Soldaten. Oh ja, hier können wir später noch was machen. Waffenerweiterung erforderlich. Gut, dass ich dann damit interagieren kann. Oh, oh! Der Wii-Gegner! Das ist das einfach nur dämlich. Ich weiß auch nicht. Das ist ein dummer Gegner. Ich spiele nämlich übrigens auch sehr stark an Killzone Mercenary. Ich bin recht, Playstation Vita-Fans. Das habe ich übrigens gestern durchgespielt. Ich denke, es war ziemlich spaßig. Man hatte aber auch sehr viele Stellen, wo man... Da ging es auch um irgendein komisches Cyberspace-Virus. Und man war auch an... Auf solchen derartigen Raumstationen unterwegs. Und hat einfach nur gegen unzählige Gegner gekämpft. Das heißt, das war ein Stück weit... Das war ein Stück weit ähnlich wie Metroid Prime 3, erstaunlicherweise. In dem Sinne, dass der Upload nicht funktioniert hat. Ich weiß, dass manchmal passieren kann, dass dann... YouTube sagt, dass das Video zu lang ist und deswegen nicht funktioniert. Aber das ist sehr... Sehr random, wann es passiert. Ich weiß nicht, ob es vielleicht mit der Kanalgröße zusammenhängt. Denn was heute um 16 Uhr kommt... Ist... Ja, hier müssen die drei Teile aktiviert werden. Heute um 16 Uhr kommt ein Video, das ist... Das geht 30 Stunden lang. Dark Souls 3, alle Folgen zusammengeschnitten. Das könnte ich auch einfach so hochladen, aber... Offiziell hat man ein Maximum von... Entweder 256 Gigabyte oder 12 Stunden. Ich weiß, dass Fully und Johnny immer über die 12 Stunden nicht hinauskommen, aber ich habe da nie Probleme mit. Ich habe sehr viele Videos hochgeladen, die sehr viel länger als 12 Stunden sind. Deswegen... Es kann sein, dass ab einer gewissen Kanalgröße, dass YouTube einen dann längere Videos hochladen lässt. Aber prinzipiell, wenn du längere Videos hochladen willst... Ich hatte auch ein Problem. Ich habe von euch allzu langer Zeit... Von Pokémon, Kamezin und Purpur alle Folgen als ein Video hochgeladen, was auch um die 29 Stunden geht. Und das... Da bekam ich auch zum ersten Mal die Fehlermeldung, dass es nicht geht, weil das Video zu lang ist. Und dann habe ich es nochmal neu rausgerendert. Mit... Kleiner Empfehlung von meiner Seite aus, wenn ihr lange Videos machen wollt... Bundy Cut. Von Bundy Cam. Die haben so ein Editing-Programm. Also Editing ist groß gesagt. Äh... Es rendert super schnell, wenn man regulär rendert. Und wenn man mehrere Videos... Man kann auch mehrere Videos verbinden, wenn sie gleich rausgerendert wurden und sowas. Sondern das geht innerhalb von kürzester Zeit, dass du einfach aus vier Videos dann eins machen kannst. Und ähm... Genau, so rendere ich das in der Regel raus und... Damit habe ich Pokémon, Kamezin und Purpur, wo ich alle Folgen zusammengeschnitten habe, dann nochmal hochgeladen. In 30 FPS. 60 FPS ging nicht, aber 30 FPS hat es dann akzeptiert. Das heißt, das ist eine kleine Sache, die ihr versuchen könnt, wenn ihr... Kleiner Tipp, um längere Videos hochzuladen. Ihr könnt mal versuchen, es einfach in 30 FPS rauszurendern. Außer von Maximilian. Äh... 8 Monate. Resub. Vielen lieben Dank. Render ist auch eine Kunst an sich. Yeah. Wie gesagt, also am schnellsten würde ich sagen... Kannst halt nicht wirklich was editieren oder so. Aber prinzipiell, wenn du wirklich nur das Video nachrendern willst, dass sie Stream-Off zeichnen oder sowas. Oder mehrere zusammen an sich. Ähm... Bundy Cut ist sehr schnell. Da sind ein paar gemeine Minen. Die gab es auch in Killzone Mercenary. Und da waren sie auch sehr nervig. Ja, hier sehe ich schon. Niemand hat Killzone Mercenary gespielt. Dann geht das okay. So. Man kann übrigens auch, wenn man Gegner anvisiert, noch weiterhin mit der Wii Mode umher zielen. Das heißt, ein bisschen Präzision gehört schon dazu. Bei diesem Spiel. Das ist eine Sache, die ich immer sehr schrecklich finde, wenn Leute... Ich will nicht sagen, dass man die Metro Prime Trilogy falsch spielen kann. Okay? Aber... In der Metro Prime Trilogy... Oh! Grapple lasso! In der Metro Prime Trilogy gibt es die Möglichkeit einzustellen, dass man mit Gegner anvisiert, dass man direkt ihn fest anvisiert hat und nicht mehr mit der Wii Mode noch weiter das umherbewegen kann. Dann das Fadenkreuz. Du hast das Gefühl, wenn Leute das so spielen... Das ist ein bisschen... Das ist ein bisschen falsch. Das ist doch nicht spaßig. Der Vorzug an der Wii-Steuerung ist ja, dass du noch ein bisschen zusätzlich selber zielen musst. Es gibt von den Spielen übrigens... Ich weiß nicht, ob das auch für Teil 3 existiert. Aber von Teil 1 und 2. Ich weiß nicht genau, was der Begriff war. Aber es gibt auch so eine Mod, mit der man das dann mit Maus und Tastatur über Dolphin spielen kann. Das ist eine Sache, die Leute auch sehr gerne mögen. Ich finde es sieht ein bisschen komisch aus. Prime Hack. Prime Hack war es. Ja, genau. Aber das ist auch eine Option, die existiert. Was viele Leute mögen. Aber wie gesagt, ich finde es ein bisschen komisch. Oh, oh, oh! Dabei war das erste Raumschiff schon so stark. Was machen wir jetzt? Der Eismann ist da! Oh, oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Ich freue mich gerade, das Spiel kam etwa zur gleichen Zeit raus wie auch die Batman Arkham Teile, die anfänglichen oder also Arkham Asylum und City. Ich habe das Gefühl, der Typ ist ein bisschen, könnte auch einfach irgendjemand aus einem Batman Spiel sein. Mr. Breeze, der war aus City. Na, mit keinem uns sagt, Kopfbildgegab, Freunde, wird was Schlimmes passieren, keine Sorge. Man kann das Raumschiff gerufen. Aus irgendwelchen Gründen. Habe ich vor, den Magier Run in Elden Ring noch weiter zu machen? Ich denke, ja. Folgende Sache, ich überlege mich, beziehungsweise was ich machen will nächste Woche. Muss das Spiel so leise sein? Die Dialoge sind so leise. Das Problem ist, wenn ich das so viel lauter mache, dann die Schüsse sind dann kom... Die Schüsse sind halt doppelt so laut wie die Dialoge. Was soll ich machen? Also, pass auf. Hörst du, wie laut die Schüsse sind? Die Schüsse sind so viel lauter als die Dialoge. Ich kann mal schauen, ob ich das einstellen kann. Aber ich glaube nicht. Doch, kann ich. Warum ist Sprachlautstärke nicht auf 100? Hä? Machen wir Musik und Soundeffekte auf 60. Okay. Hat nichts geändert. Aber wir werden schauen, ob sie jetzt nicht lauter reden. Genau, was ich sagen wollte. Sachen, die ich überlegt habe. Ich würde ganz gern noch meinen Breath of the Wild, Tears of the Kingdom und Elden Ring Run. Ich würde ja echt noch ganz gern weitermachen. Ich werde mal schauen, ob ich nächste Woche vielleicht am Abend mal ein, zwei Streams zu Tears of the Kingdom mal wieder mache. Das würde ich eigentlich ganz gern noch zu Ende machen. Aber nicht an den Wochenend-Streams. Ich habe das Gefühl, das ist eine ganz gute Sache, um das einfach auf die bunten Punkte schießen. Das ist ein hochmodelltes Sicherheitssystem. Das ist das, was ich noch ganz gern machen würde. Ich denke, unter der Woche am Abend wäre ganz nett. Da werde ich mal schauen, je nachdem wie das läuft, ob wir dann vielleicht auch Elden Ring in der Form dann noch weitermachen. Weil es stört mich ein bisschen, dass ich die nicht fertig gemacht habe, die beiden Runs. Es nagt ein bisschen an mir. Tears of the Kingdom ist, ich meine... Es ist nicht direkt, nur für die Wochenend-Streams ist es halt super dumm gewesen, weil ich dann noch für... Es hätte mir noch gefehlt, Monate über Monate. Das ist ein bisschen ungünstig. Generell, diese Wochenend-Streams sind eigentlich sehr miserabel dazu geeignet, um Spiele durchzuspielen. Will es in nächster Zeit mal wieder ein paar Runs Latisfire geben? Ich glaube nicht. Ich denke nicht. Ehrlich gesagt. Ganz nett und sowas, aber... Es ist ein bisschen belastend als Stream-Spiel und sowas. So ein ganz kleines bisschen. Davon, wie gesagt, ich würde eigentlich lieber auch erstmal, äh... Erstmal so bei Tears of the Kingdom mal nochmal einen Angriff nehmen. Oh, die haben Paisen-Antrieb. Weg mit dir. Wenn Rogue-Light, dann Isaac, sagst du? Nee, das... Das wollte ich damit nicht sagen. Nein. Das war absolut nicht, was ich damit sagen wollte. Oh ja, Mist, dass existieren in dem Spiel. Aber ich glaube, die haben kein sämlich gutes Aiming. Das heißt, ich glaube, ich bin die ein bisschen nutzlos. Oh-oh, da mussten wohl ein paar Shader geladen werden. Vorgabe erfüllt. Die dürfen das machen. Retro Studios sind aus Texas, okay? Oh-oh. Oh-oh. Ich weiß noch, was auf Äther 4 und... Wie auf dem Planeten Äther und Talon 4 passiert ist, als da ein Komet eingeschlagen ist. Geht nicht noch Norion. Ich liebe den Norion. Ja, wir werden reichlich Paisen gleich hier reinbekommen. Gut, dass ich erst mal da stand und zugeschaut habe, wie sie erschossen werden. Hardcore-Schüsse. All clear. What the heck is that? Ah, das ist nichts. Macht ja keine Gedanken. Ah, das ist nichts. Das ist ganz geschmeidig. Kein Grund, sich Sorgen zu machen. Da gehen wir einfach weiter. Und, äh, rechnen damit, dass wir... Wer auch immer das war, dass wir ihn nie mehr wiedersehen. Oh, ihr mit euren neuen Blaster seid ja ziemlich nützlich geworden. Ich hoffe, ich kann so einen auch bekommen. Au. Komischer Schwarm von komischen Spinnen. Ah ja, es gibt... Ach, die dummen Wii-Achievements. Oh mein Gott. Metal Prime 3 ist so interessant. So ein interessanter Rückblick in die... Wie die Gaming-Landschaft zu der Zeit war. Und wie es auch war, ein Wii-Fan zu sein. Oder ein Wii-Besitzer. Denn du hattest natürlich all diese neuen Dinge. Es gab die Achievements in Gaming. Und natürlich diese großen Storys und Action-Feuerwerke und so. Sonst hat sie ja alles nicht auf der Wii. Das heißt nicht, dass sie mit Metal Prime ist nicht versucht haben. Und so haben sie einfach Achievements selber eingefügt. Weil die Wii keine hatte. Ebenso wie die Wii U. Und auch die Switch. Warum hat die Switch keine Achievements? Das ergibt keinen Sinn für mich. Warum? Warum glauben sie nicht an Achievements? Warum ist das Konzept, bei dem sich Nintendo sagt, na, glauben wir nicht, wollen wir nicht? Vor allem so viele ihrer Spiele sind auf Collectibles und sowas ausgelegt. Oh Gott. Warum glauben sie nicht an Achievements? Die Trilogy hat ja auch welche. Ja, ja, genau. Aber die sind nur für diese eine Spiele. Und man kann damit, glaube ich, ja gewisse Sticker und sowas freischalten. Aber es ist dumm. Hallo, Robofreund. Bip, bup, bup, bip. Upa. Upa. Das 0-Kreuz. Ich habe Armand Core 6 gespielt. Und du kommst mir sehr bekannt vor. Und auch deine Ansprache. Nenn mich Tourist. Würde ich scheiß aus diversen Switch-Spielen Trophy hunten. Ich hätte, glaube ich, auch Lust drauf. Aber es sollte nicht so sein. Raven bist du's. 6-2-1. Oder auch G-13. Aber so will sich niemand nennen. Niemand identifiziert sich als G-13. Oh, da brauche ich... Ich brauche einen Eisbeam. Uh, kostig. Ich gehe mal weiter. Metroid 3 Primer. Kommt das endlich für die Switch? 6-2-1 ist cool. Aber G-13, das war somit die Amerikaner genannt. Und es sind einfach nur Arschlöcher. Mit denen will man nichts zu tun haben. Jetzt weiß ich, ich gehe einfach durch. Die geben hier nicht mal Power-ups. Warum mache ich mir überhaupt die Mühe? Die spielen nichts Brauchbares für mich raus. Nehmen wir die Kiste noch mit. Ich bin auch Fan von Tourist. Der Name hat Steel. Ey, ich bin auf das Tourist-Ending gegangen. Ich bin mit meinem Namen Tourist gestorben. Ich bin für ihn gestorben. Mögi-Farmt, Gegner für den Chief. Ich glaube, wenn man das Spiel nochmal durchspielt, bekommt man so oder so immer das eine. Oder man muss schon wirklich Gegnern ausweichen, damit man dann nicht das letzte Gegner besiegt, den Chief-Ending bekommt. Der Meteorit. Sicher, dass wir nicht von einem Metroid reden. Habe ich recht? Wenn die Wii ein Geschenk der Götter war, warum kam die Strafe durch die Wii U? Das war der petitesten Witz. Ich denke nicht, dass die Wii ein Geschenk der Götter ist. Ich denke, ehrlich gesagt, die Wii ist ein bisschen nervig. Au! Ich gehe mal weiter, mysteriöser Riesendrache. Jemand hat mir, hat in YouTube-Kommentaren erklärt, warum Ridley mal Roboter und mal Halbroberter ist. Man hat ihn in Zero Mission besiegt. Und dann haben sie natürlich versucht, ihn wiederherzustellen. Man war in diesem komischen, super-clunky Körper. Dieses komische, verwundbare Herz hatte, da war er leicht zu besiegen. Dann, als nächstes kommt er in Metroid 2 und da haben sie ihn irgendwie geklont oder so. Da hat er seinen Körper wieder regeneriert. Und da war er noch zum Teil Roboter. In Metroid Prime 3, Super Metroid, ist sein Körper dann wieder komplett wiederhergestellt. Ach, du wärst ja ein Fan der Wii. Die Wii ist okay, denke ich. Ich denke, ich mag ja einige Wii-Spiele, trotz der Tatsache, dass sie auf der Wii sind. Und ich weine, sie auf der Wii sind. Sagen wir es mal so. Hört sich fast an wie die Story von Ridley, Scotts Alien. Ich habe nie einen Alien-Teil gesehen, muss ich gestehen. Ich habe generell keine Filme gesehen. Ja, ich habe keinen Alien-Teil gesehen. Nach der Manga-Phase vielleicht die Film-Phase? Nein, ich bin halt auch echt nicht interessiert, sonderlich. Ich habe ein paar Filme gesehen, aber ich weiß nicht. Ah ja, es nennt mich Sammy. Kannst du alle tausend Folgen von One Piece schauen? Ich schaue auch keine Anime. Hatten die was miteinander? Was? Ich will es also sagen, wenn jemand einen Spitznamen gibt, dass das bedeutet, dass sie vielleicht mal eine sexuelle Beziehung zueinander hatten. Ist das die Schlussfolgerung aus der sozialen Interaktion, die du ziehst? Um genau zu sein, hassen die beiden sich übrigens. Wie wir später noch heraus... Also, sie können sich wirklich nicht leiden. Au. Au. Okay. Gott, geht mir dieses Raumschiff auf die Nerven. Nenn dich die Just deswegen, Moggy. Ich will nicht drüber reden. Ich will nicht drüber reden. Metal Prime 3, als es rauskam. Ich mochte es damals auch. Aber ich habe es nicht geliebt. Da muss ich mir auch schon aufklären, dass es sich irgendwie sehr... ...sich sehr anders anfühlt. Was generell sehr ein Spiel aus deiner Zeit ist. Und Bombe. Spiel sieht überhaupt nicht sehr gut aus für 2007. Sieht gut aus für ein Wii-Spiel. Aber das ist halt auch, also... Mensch, da ist das eine Leistung. Jetzt werden wir ein bisschen Meta-Ridley bekämpfen. Aber die sollten wir in den Facebook-Mitley umbenennen. Hier kann man ein paar Chargebeams landen. Keine Rückhandschelle, bitte. Nein! Okay, was kommt als nächstes? Nein! Au! Oh mein Gott, hier hat 2007 kam Crysis raus. Und das war... Das war ein gut aussehendes Spiel. Damals dachte man kurz, dass Deutschland vielleicht eine Rolle in der Videospielindustrie spielen könnte. Ah, komm schon. Das ist auch ein viel zu langer Kampf. Ich glaube, er ist von der Herr der Ringe so ein bisschen inspiriert. Mich hat ja immer sehr an Szenen erinnert, wo er Gander für den Balrog runterspringt. Schöner Treffer. Rückhand Schelle. Schöner Treffer. Crys ist mal aus Deutschland, ja. Von Crytek. Die haben auch ursprünglich Far Cry gemacht, bis irgendwie ein Ubisoft aufgekauft wurde. Weiß nicht ganz, was damit überhaupt auf sich hatte. Warum hat Ubisoft auf einmal Far Cry gemacht? Das habe ich nie gehört. Ich habe sie mitverfolgt, aber es ist immer noch so ein komisches Konzept für mich. Warum haben sie es auf einmal gemacht? Die Bitrate am Sterben? Ja, das kann gut sein. Ich bin schon ein bisschen über der maximalen Bitrate, die Twitch zulässt. Ich befürchte, höher kann ich nicht gehen. Oh, was für Treffer gerade! Was für ein Weicheis! Wie schnell bist du auf deinem Eis eigentlich unterwegs? Oh, das war ein bisschen zu heiß für mein Liegen. Well done, Samus. Aber jetzt ist er nur eine. Oh, sie ist wie Galacta! Oh Gott! Ich habe bereits auf Geräter B genommenen, so ich werde es für Sie, um diesen finalen Generator zurückzunehmen. Mit dem, wir können die Cannon aktivieren. Wenn Sie fertig sind, gehen Sie in der Kontrolle. Ich werde Sie dort treffen. Okay, Ubisoft und Publix schon haben die Rechte an Far Cry behalten. Das ist immer noch ein komisches Konzept für mich. Ja, war es ein cooler Charakter? Hoffentlich stirbt er nicht. Muss sagen, ich fand die anderen Hunter aus Metal Prime Hunter ist viel cooler als alle Hunter, die es hier gibt. Ja, die aus dem Spiel, ich hasse die alle. Die sind alle ein bisschen, das sind schreckliche Charaktere. Die sind einfach so, man merkt halt einfach komplett was in Gaming und sowas, was gerade für Charaktere angesagt waren. So ein bisschen die Gears of War, Curl of Duty, äh, Bros. Lass mich doch, ich muss abhauen. Klär mir doch nicht die Scheiße, wenn Timer läuft. Lass mich doch einfach mal gehen. Das Eis fliegt einfach so WTF. Langsam glaube ich, dass Metal Prime 3 gar keine realistische, äh, Physik-Simulation ist. Wie kann das Eis fliegen, hä? Warum kriegt Metroid eigentlich nicht? Fragen über Fragen. Und einen Doppelsprung, ich muss ja auch noch niemanden machen sehen. Ah, ich begehe ja schon. Ich glaube, wenn man hier falsch läuft, kann man schnell mal die Zeit tatsächlich ablaufen lassen. Das Spiel hat Checkpoints. Warum gibt's einen 15 Kilometer langen Schacht? Na, sollen haben wir in der Schweiz auch. Mit wir meine ich ihr. Mit wir meinte ich mehr wir Europäer. Ich stehe mir nicht falsch. Ich identifiziere mich nicht als Schweizer. Von hier kam ich nicht, oder? Ja. 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 Ich bin ja schon unterwegs. Ich glaube, die Schweizer wollen auch nicht mit uns verglichen werden. Du hast noch nie mit dem Schweizer. Du klingst wie jemand, der noch nie mit dem Schweizer geredet hat. Was soll denn das? Warum? Warum sollen die Schweizer die Deutschen hassen? Sie sollen so cool sein, aber sie sind echt nicht cool. Waren damals schon diese ganzen Marvel und DC Filme so populär? 2007? Wahrscheinlich, oder? Hätte ich mal versucht auszuweichen, aber seid ihr nur die besten Kopfhördjäger im Business. Kann man nicht mit rechnen, dass jemand ausweicht. 2008 haben wir aus dem MCU-Film? Okay. Oh ja, die Batman-Filme waren damals super groß. Und Spider-Man nicht mehr. Okay, die Trilogie. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob sie zu viel Inspiration davon genommen haben. Das ist ein vorgereinertes Video, meine Freunde. Aber ziemlich gute Qualität. Und God of War wie God of War. Was hat Metroid Prime 3 für dich mit God of War gemeinsam? Der Meteor wurde zerstört! Das war einfach. Tod. So geht's mir auch, wenn ich die Treppen in den zweiten Stock hochgelaufen bin übrigens. Wegen der harten Kerl, die zur Zeit in Spielen immer kamen. Ich... Naja, ich weiß nicht. God of War hatte nicht wirklich diese Bros. Ja. Entschuldigung, dass ich zu spät zur Arbeit gekommen bin. Ja. Entschuldigung, dass ich zu spät zur Arbeit gekommen bin. Ein P.E.D.? Ein P.E.D.? Wir integrierten dieses gleiche Phase-On-Enhancement-Device in deinen Armour, während ihr verabschiedet habt. Impliziert das eigentlich, dass Menschen technisch inzwischen auf dem gleichen Stand wie die Shoso sind? Ich glaube, dass sie den Anzug modifizieren können. Wahrscheinlich denke ich zu viel darüber nach. Oh oh, Raum abriegeln! Initiate P.E.D. Programme. Na, modifizieren heißt doch nicht, dass sie sowas komplett selbst machen könnten. Das stimmt. Shoso waren diese Vogelbiester, oder? Ja. Und jetzt kann ich für die Kosten von einem Energy Tank einen viel zu starken Blaster machen. Und der ist ein bisschen... Der ist eine weitere Sache, die das Spiel ein bisschen ruiniert. Denn er ist viel zu stark. Und das sorgt dafür, dass viele Gegner, um sie zu besiegen, voraussetzen... Beziehungsweise man rechnet damit, dass man diesen... Dass man P.E.D. einsetzt, weshalb sie ohne P.E.D. viel zu tanky sind. Vor allem die Sache ist, der P.E.D. kostet nur einen Energy Tank, aber wenn man mit ihm Gegner... Wenn man im Modus ist, Gegner killt, kriegt man super viel Energie zurück. Und man muss sich schon fast selbst ein bisschen daran hindern, zu viel P.E.D. einzusetzen. Bei 2-4-2 muss ich direkt an Mario Galaxy 2 denken. Alles Gute. Dankeschön, dir auch alles Gute. Nach 25 Sekunden ist das Sicherheitsfeature automatisch im Hyper-Modus. Du musst aufhören. Oh ja, man nimmt keinen Schaden im Hyper-Modus auch noch. Ja, ja. P.E.D. Suit erhalten. Wenn sie den in Metro Prime 4 zurückbringen... Ich weiß, ich weiß wie der Metro Prime 4, aber da wäre ich nicht begeistert. Der P.E.D. Suit sieht okay aus. Jo, freu mich auch dich zu treffen. Du hast Gefühl, man merkt bei Metro Prime 3 einfach an sehr vielen Stellen, dass es sehr für den Massenmarkt gemacht wurde. Also für Leute, die noch nicht wirklich so viele Videospiele gespielt haben zum einen. Mit Wii-Besitzern und zum anderen natürlich auch sehr an viele verschiedene Tropes angelehnt, die zur Zeit populär waren. Das ist eine sehr komische Mischung für ein Metroid-Spiel. Er wird hübscher, umso korrupter er ist. Was reden wir von Politik oder was? Die Aurora-Einheit ist übrigens Mother Brain, ein Mother Brain und... Mensch... Da wird bestimmt nichts schief gehen. Ein Mother Brain-Imitat. Zum Glück wären die nicht gerade von Viren befallen oder sowas. Ich drück mal auf den Mother Brain-Button. Äh... Äh... Metroid Prime 3 ist nicht der erste Teil, in dem man mit NPCs reden kann. Es gibt streng genommen den einen, äh... Luminoth aus ähm... Teil 2, mit dem man reden kann. Aber es ist wirklich nur ein NPC. Mönch, Versuchen. Lass uns beginnen. Zeit ist die größte Zeit. Umors! Neviatane. 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 Amos sieht aus wie ich wenn ich darauf warte dass die Fußgängerampel auf grün schaltet. Stehst einfach nur da und wartest. Gleich gleich wirds grün. Vielleicht schaust du kurz auf dein Handy auf die Uhrzeit. Nicht wirklich dass du die Uhrzeit gerade wissen willst. Aber um irgendwas kurz zu tun zu haben. Und dann heißt es wieder warten. Da werden wir ja raus mit was aus den anderen Jägern wurde. Für mich sicher denen gehts gut. Müsst das ganze Phase nicht dafür sorgen dass sie auch alle versifft werden damit. Ähhh. Ja. Ich mein. Ich ich ich. Hast du Metroid Prime 3 gespielt? Oder hast. Und bist nicht mehr so vertraut damit was passiert. Aber. Da ist ein Tumor der in Samus wächst und wächst und wächst im Laufe des Spiels. Ganz zu schweigen davon was aus den anderen Jägern wurde. Ich finde ich viel Erfolg Samus. Ich kann sagen. Die sind auch nicht mehr im besten Zustand. Habe er durchspielt? Ich habe vergessen. Ich habe fast alles vergessen. Weil es so lange her ist. Okay. Aber ja das ist absolut der Hauptpunkt der Story. Was aus den Jägern und aus Samus wird jetzt wo sie mit Phasen verseucht sind. Was sind das für Knie eigentlich? Das ist bisschen komisch. Aber gut. Wir haben die Docs das nicht bemerkt Schadensersatz fordern. Die haben das. Pass. Die Sache ist. Im Falle von Samus. Also bei den anderen Jägern. Weiß ich nicht wie sie es nicht bemerkt haben. Im Falle von Samus ist es. Es wird mehr. Samus ist selber schuld. Ah ja es gab irgendein komisches E-Stack im Schiff. Wenn man richtigen Symbole eingibt. Und es gab auch relativ gegen Ende spielst du auch dieses eine Terminal. In dem steht das Metroid Projekt Red fast fertig ist. Hoffentlich hat sie gute Krankversicherung. Ah ich würde sagen Samus als Kopfgeldjägerin ist privat versichert. Das ist einfach mal mein spontaner Eindruck. Zumindest wenn ich Kopfgeldjäger wäre. Ich würde mich privat versichern. Das ist gefährlicher Job. Und da will ich dann auch also Jorov als vorbereitet sein. Wer ist denn der Kerl? Hallo grüner Kerl. Steckst du im Felsen fest. Aber das ist okay. Ich mache dir keinen Vorwurf deswegen. Und ich muss sagen optisch mache ich den Brio mit diesen komischen Stachelpilzteilen. Jetzt fühlt es sich erstmal wieder ein bisschen nach Metroid an. Wie kann ich die Scheiße eigentlich deaktivieren? Ich glaube Samus ist einfach eine Businessfrau. Sie ist eine selbstständige Kopfgeldjägerin. Was ist sie sonst wenn nicht eine Businessfrau? Ah kann man hin. Man kann hin weil sie nicht deaktivieren in. Ne ne ich sehe nichts. Ich glaube in Prime 3 kann man sie nicht deaktivieren. Privatversicherung war ja bei dem Job entweder absurd teuer. Die würden einen ablehnen. Es ist immer absurd teuer. Kann ich euch nicht einfach lassen? Ne ne das habe ich mir eingebildet. Das waren andere Fliegen die man ein bisschen lassen kann. Aber schau euch die Umgebung an. Hier kommt wieder ein bisschen das Metroid Prime Gefühl auf. So ein ganz kleines bisschen. Fehlte ja du bist allein auspackt. Ja das ist ja das ist ja auch der Sinn hinter dem Spiel. Sie wollten ja auch viel mehr Dialoge und sowas einbauen. Es ist ja. War halt die Zeit damals. War die Zeit. Gaming hat nie da nie vorher gesehenen Mainstream erreicht. Das bedeutet natürlich dass man die Dinge unfassbar runter dummen muss. Kannst ja nicht zu viel erwarten von den Spielern. Stehen das doch nicht. So was. Wir müssen hier zwei von diesen komischen Drachenkopftüren öffnen. Was ist das eigentlich für ein komisches. Das sind komische Symbole für dieses Spiel irgendwie. Das gute halte Grappelastus immer für mich da. Kann ich da drüber sprechen? Nein. Nein. Ich meine. Gleich klappt das. Ich kann auch von hier aus rüberspringen. Mann bin ich froh dass das Spiel mich dann. Noch random an die richtige Stelle hin geworbt hat. Nachdem ich runtergefallen bin. Das war ein bisschen komisch. Aber okay. Wir können ja schon durch eine andere Tür gehen. Aber ich glaube da brauche ich dann den richtigen Grappelbeam um rüber zu kommen. Wenn mich meine Erinnerung nicht täuscht. Oh ja wir haben diese Brennflüssigkeit. Brenngel oder sowas heißt das. Ich habe hier ein bisschen Brenngel im Haar. Ich habe hier ein bisschen Brenngel im Haar. Das wäre der traurigste Moment an dem man diesen Marathon beenden könnte. Hey. Jetzt kommt als nächstes das Spiel das du wirklich kaum gespielt hast. Der komische Teil der Reihe. Ist es endlich an der Zeit ihn zum ersten Mal zu spielen? Na. Marathon wird pausiert Freunde. Machen wir später. Machen wir ein anderes Mal. In ein paar Jahren vielleicht. A.D.A.M. Fusion Dread kommt noch. Ja. Ich denke A.D.A.M. ist der interessanteste Teil dafür. Für mich zumindest in diesem Marathon. Bin dann wirklich sehr gespannt wie A.D.A.M. dann im Endeffekt wird. Confederation Force. Nein wir machen keine. Wir machen nicht die komischen Spin-Offs. Keine Prime Hunters. Keine Federation Force. Keine Pinball. Keine. Ich weiß wie auch immer das andere Metroid Ball Spiel hieß. Ne. Ne. Das sparen wir uns alles. Ich meine. Man hätte Prime Hunters vielleicht machen können. Das ist am. Edel doch am ehesten denn. Tatsächlich Metroid Teil aber. Ne. Blast Ball. Genau. Blast Ball. Ne. Es gibt zwei Metroid Prime Ball Spiele. Metroid Prime Pinball würde auch nicht lang gehen. Da ist man eine Stunde durch oder so. Aber. Wofür. Wofür. Tja. Wofür. 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 World they give. Wofür. spielen würde. Ich kann euch sagen, hier wo das Eis ist, ich würde auf die Karte gehen und bumm, einen blauen Marker hinsetzen. Aber das war damals noch nicht üblich in dem Genre. Ist komisch, dahin zurück zu gehen, so ein bisschen. Man kann, warte, man kann Dinge auf der Karte markieren. Aber nur einzelne Räume? Wie markiere ich einzelne Räume? Ich verstehe nichts von markieren. Was? Das ist ein komischer Haken da unten. Das habe ich noch nie gesehen. Oder ich habe... Was? Ich habe generell, glaube ich, auf der Karte auch nie einen einzelnen Raum angeklickt. Und dann da unten, so ganz unschämt war dieser Haken. Das wusstest du nicht. Ich habe das Gefühl, die wenigsten Leute wussten das. Ja, das ist ein Feature, das niemand nutzt. Niemand weiß, dass es überhaupt existiert. Ich meine, wenn man einen ganzen Raum markiert ist, ist es ein bisschen nutzlos. Aber, oh Gott. Das habe ich noch nie gesehen. Ein bisschen PID blasten. Und da haben wir unsere Heilung. Da habe ich ja fast sieben HP verloren. Wird Red 100%? Ich werde keinen Teil 100% machen. Ich wollte Prime 1 und 200% machen. Da habe ich dann irgendwelche Kleinigkeiten übersehen. Aber nee, wir machen nicht 100%. Finde ich für den Stream auch sehr langweilig. Weil ich dann nur in den gleichen Räumen unterwegs bin und dann irgendwie in einem Online- Warp-Through oder sowas folge, um das danach zu machen. Das ist langweilig. Schau dich dir an. Mächtige Gegner. Habt ihr gesehen, wie viel Schüsse ich mit dem PID brauche? Ich werde ihn jetzt mal normal bekämpfen. Ja. Ich denke, das war ein ganz gutes Beispiel, um zu sehen, wie viel stärker PID einfach ist. Sieben aufgeladene Schüsse gegen vier ganz normale Einmal-A-Drücken PID-Schüsse. Das Spiel will wirklich, dass man das einsetzt. Wir werden übrigens auch keine Scans machen hier. Ich habe keine Lust. Ich habe dann andere Metal Prime 3 Playthrough mal gemacht, wo ich das Zeug vorgelesen habe und sowas. Aber jetzt nicht. PID hat einen Charge-Shot. Den werden wir auch noch sehen. Ich werde jetzt nicht machen, weil er viel Energie kostet, aber der ist sehr mächtig. Das ist so ein, ähm... Schießt man öfter in Folge mit dem Charge-Shot von PID. Also wenn man da mit den Gegner richtig erfasst, dann macht man einen gewaltigen Schaden. Wie komme ich denn da runter? auf der anderen Seite wahrscheinlich, oder? Ich glaube, ich komme ja noch nicht rein. Kein Law-Run, ich befürchte nicht. Ja, als was anvisiert wurde, waren ein paar Gegner, aber... nicht wirklich ein Grund, die zu bekämpfen. Der Seite kann man eine Bombe legen, aber da war nichts... Ich konnte ja nicht scannen, was da aussah, als ob ich da eine Bombe legen könnte. Kann ich aber auch nicht viel machen. Wir haben einen momentanen Erweiterung des Anzugs nicht möglich. So, um wir nochmal darüber zu gehen. Moment, den Weg kann ich doch frei über die Skater bekämpft haben. Der sollte schon der richtige Weg sein. Gehen wir mal nicht auf die Nerven. Man startet in dem Spiel mit den Mauchballbomben. Huh. Ne, ich sehe hier nichts, wo ich rein könnte. Ich glaube, ich muss mit dem Grapplebeam rüber und dann kann ich da rein oder so. Wir gehen mal zurück. Wir gehen mal ein bisschen zurück. Ich glaube, ich kriege jetzt den Grapplebeam von irgendwo und dann können wir da rüber. Damit meine ich, ich bin mir relativ sicher. Wie würdest du einen Other M-Remake finden in Gut? Ja, ich habe Other M-Remake noch nicht mal durchgespielt. Dazu kommen wir noch zum einen und zum anderen. Was will ich mit einem fucking Other M-Remake? Ich will generell keine Remakes. Ich soll mal ein neues Spiel machen. Na, wie komme ich denn zurück? Warte, ich komme nicht zurück ohne Grapplebeam. Huh. Ich glaube, ich muss ja in diesem Raum was machen. Gleich mit Hyperbeam. Was soll ich mit Hyperbeam machen? Nein, das reicht nicht. Mit Hyperbeam mich umsehen. Und dann? Läufst du an dem Eingang immer vorbei? Das ergibt wesentlich mehr Sinn. Jetzt pustet euch auf, meine Freunde. Shit, lass mich runter. Okay. Ich wurde nicht gepressen. Okay. Okay. Ich wurde nicht gepressen. Okay. Okay. muss ich da reinschießen oh das war ein Schüsschen und hier ist der Grapplebeam wir haben es doch noch geschafft und das ohne fremde Hilfe ich sehe gerade müsste halt vieles verbessert werden beziehungsweise verändert werden weshalb man sich fragt ob der Aufwand sich überhaupt lohnt wer fragt sich das niemand wird ein ADM Remake machen was heißt man fragt sich du fragst dich es wird kein ADM Remake jemals geben das ist schlicht und ergreifend wie es laufen wird es wird nicht kommen ich meine Re-Release ist möglich aber auch da die Steuerung ist so komisch dass es auch auch das ist schon sehr unwahrscheinlich vor allem weil es auch niemand macht das Spiel wirklich so ja nee ich denke ADM wird ein Wii-Spiel bleiben ich denke das ist okay also gefühlt nicht jedes Spiel muss 800 Releases bekommen au auch wenn das eine Sache ist bei der ich relativ alleine dastehe mit der Meinung Leute sind immer sehr versessen darauf jedes Spiel 80 Mal kaufen zu können Leute zum vierten Mal Twilight Princess wollen ich meine die ersten beiden Mal alle zehn zusammen und ja ich würde auch lieber Wind Waker auf der Switch sehen muss ich nicht auf der fucking Wii U spielen ich mag den Pro Controller nicht der ist schon wieder ja mächtig mächtiger Gegner war das nach all den Jahren wird man quasi erzogen immer wieder die gleichen Games zu kaufen ich denke nicht warum sprichst du nicht hoch warum rollst du was oh nein warum du hast den Nunchuck Bug ist das eine Sache in dem Spiel den gibt es in Galaxy 2 auch oh was ist das eine Sache zum ersten Mal jetzt gesehen aber ja ich denke bei Re-Release ist immer die Sache viele Leute mögen nicht den Gedanken irgendwie ein Spiel zu spielen dass es nicht auf der aktuellen Plattform ist die sind immer ganz heiß auf Re-Releases ich sehe das nicht so eng ich hätte auch kein Problem damit die Gamecube Version von Wind Waker zu spielen auch wenn sie für viele zum Beispiel unspielbar ist ich sehe das nicht so eng dementsprechend bin ich jetzt bei Spielen wo ich das für die sind noch gut spielbar und sowas brauche ich jetzt auch keine Re-Release zwangsweise das Gamecube Säge ist ein bisschen nervig aber ja so ist das Leben zum Beispiel wenn wir jetzt speziell von ADM reden würden ich denke für das was das Spiel ist jetzt sehe ich keinen Grund warum es einen Re-Release bräuchte ich meine du kannst die Steuerung natürlich komplett umändern und sowas aber an sich ist jetzt es ist grafisch gut Steuerung ist fucking nervig dann noch generell die Probleme vom Spiel selber aber an sich keine Ahnung denke ich nicht dass es nötig wäre mit Charge spielen bekämpft man den das Geisterschiff in Wind Waker zu finden ist das bisschen würzig wirklich dass ich gerne hätte wäre Benjo-Kazooja aber ich glaube selbst nicht so dran na ich kann es mir gut vorstellen dass sie in Benjo-Kazooja es wohnt mich dass sie noch keins gemacht haben und ja wenn wir speziell von Spielen aus der ersten 3D-Generation reden ich denke bei denen ist ein Remake da kann man Wort drüber verlieren dass das nicht übel ist aber ja wenn wir drüber hinaus dann sind es immer kann man machen aber bräuchte ich jetzt nicht bräuchte ich jetzt nicht unbedingt aktuell gibt es noch Probleme wegen den Rechtern Benjo da habe ich es nicht richtig mitbekommen inwiefern Probleme Microsoft hat die Rechte an Benjo-Kazooja und sie haben gesagt hey Smash äh Nintendo ihr wollt in Smash Bros der Benjo-Kazooja einbauen klar generell Microsoft und der Nintendo sind der beste Freunde aus irgendwelchen Gründen wir sehen die Ziele kurz im Schnelldurchlauf was ich immer ein bisschen komisch finde aber aus irgendwelchen Gründen sind der Microsoft und Nintendo ziemlich cool miteinander ich verstehe nicht ganz warum ich glaube was sie verbindet ist der Hass auf Sony ich habe keine Eis-Mister also was mache ich da bin ich dumm die kriegen wir erst noch das ist immer noch super aus dass der absolut Großteil Videospiel Interessenten die alten Konsolen nicht haben und auch keine Ahnung oder Interesse an Emulationen haben was bedeutet du lässt super aus ich weiß dass das bei den meisten Leuten so ist ich bin keiner davon ich denke es ist auch nicht meine Aufgabe das sind die Interessen der größtmöglichen Zielgruppe zu vertreten was ist das was bist du Vakuumluke versiegelt offenbar kann die Luke nur von der Schachtseite ausgeöffnet werden ach von da kam ich komm ich hier aufs Dach rauf wie waren das nochmal ja du nicht aber die Leute die Re-Releases wollen sind die die halt auf die Spiele spielen und nicht mehr die Konsolen haben uns nochmal spielen wollen wer ein Retro Spiel interessiert ist aber keine Lust hat sich mit Emulatoren auseinander zu setzen das ist das harter Tobak das harter Tobak das ist ein schweres Schicksal mein Freund wie waren das nochmal ich sag einfach da kommen wir später ran PC und Emulator mit Steam Deck why not günstiger als eine Retro Konsole auf jeden Fall äh nee was nicht mal ansatzweise aber bei Retro Konsolen an sich geht ja viel andere Dinge gehen damit ein her die problematisch sind ich kann es da vollziehen wenn ich keine Ahnung hätte fände ich es auch super befremdlich ich meine jeder hat ab irgendeinem Punkt keine Ahnung davon also weiß halt auch nicht ganz wie man zwangsweise im aktuellen Jahr so äh so viele Probleme mit simpler Technik hat das Gefühl man sollte in unserer Zeit ein bisschen besser mit zurecht kommen und Emulator aufgesetzt bekommen es gibt sogar YouTube Tutorials und so was Steal am Steam Deck äh Amu Deck hin zu bekommen ist fucking nervig Wenn wir von Zeug reden das noch vor 3D Konsolen ist finde ich den Mr. FPGA super cool aber das ist auch so eine Sache wo ich absolut verstehe dass es für Leute viel zu kompliziert ist die ganze Scheiße aufzusetzen das ist ja es ist komisch da habe ich selbst öfter mal den einen oder anderen versuchen das eine andere Tutorial gebraucht ich denke das war es wert das ist trotzdem komisch ich hätte damals auch keine Ahnung von den Emulatoren dann macht man sich halt schlau drüber ja ich meine ich habe mit 13 Jahren das Ganze hinbekommen ich habe Paper Mario auf dem N64 Emulator zum Laufen bekommen obwohl man dann zwischendurch die ROM wechseln musste weil bei Project 64 1.6 dann ich glaube das war nach über so einem Kampf auf der Mauer oder so ein Bug war und dann ging die deutsche Version nicht da musste man kurz mit der US Version wechseln und sowas ich habe es hinbekommen mit 12 oder 13 ja genau die deutsche ROM war die hat Probleme gemacht ich weiß nicht woran das genau lag aber ja das habe ich auch hinbekommen das ist nicht so schwer banjo nicht dass ich nicht emulieren kann das Spiel denke es wäre schön das Spiel neue Generation von Spielen zu machen weil so viel Herzeit und meiner Meinung nach ein Stück Videospiel Geschichte ist nein ich denke in Bench Cards Remake wäre stark wie gesagt bei wenn wir von der 3D Generation reden ich denke Spiele aus der Zeit kann man absolut remaken sehen wie scheiße aus und üblicherweise laufen sie auch wie scheiße ich meine zum Beispiel die Spiral Remakes fand ich super cool keine Ahnung ob die bei den Hardcore Spiral Fans umstritten sind ich weiß dass die Crash Remakes ein bisschen weil sie da ein bisschen reingeschissen haben ich Spiral Remakes sehr cool ich würde auch wirklich gern Rayman 2 Remake sehen ich denke nicht dass das Spiel eins braucht es auch so gut spielbar es gibt keine halbwegs mit der Plattform der man spielen kann obwohl es auch 15 Konsolen oder so kam aber wie auch immer ich würde es einfach wirklich gerne in moderner Grafik so im Stil von der Spiral Reignited Trilogy sehen Crash Remakes sie waren super gut sie hatten Gameplay technisch ein paar Marken aber ja Ocarina of Time bekam Remake und ich gleiches sag ich auch für Majora Smas die Zora Fans stimmen mir dann nicht zu an der Front aber das ist okay ich schwimme nicht so gerne mit dem Zora Genachelf das Wende 64 das wurde geframed der aktuelle die aktuelle Meinung der Community zu Wende 64 ist dass es mies geframed wurde für etwas das es nicht ist so was haben wir denn dem raum alles zu tun wir haben wir ein bisschen Brenn gel jetzt sind wir übrigens an Punkt an dem Metro Prime 3 auch wie er Spaß macht der Anfang gott der Anfang mies aber ich sehe gerade ich habe ein paar in meinem IT Studiengang die teilweise strugglen können schon lernen aber wenn man es nicht schon gewohnt ist ist es noch ein Stück weit schwerer worum geht es genau das klingt interessant der Anfang zieht sich findest du ich glaube wir wollen da einfach rein Leute nicht so gut mit komplexer Technik umgehen können weil sie mit iPads etc aufgewachsen sind das müsste eine Sache sein oder speziell wenn man mit Smart Devices aufgewachsen ist dass man dann ein bisschen die raueren Methoden des PCs nicht zwangsweise zu gut gewohnt ist okay mal Hand aufs Herz wann kommen endlich die heiß begehrten Amtaro Remakes damit auch Morgis großer Hamham Marathon der Hamham Harathon ich hab Amtaro nie geschaut muss ich sagen Technik besonders PC meinte auch voll viele haben kein PC mehr und machst dir kein Bild wie Leute nur ein paar jährchen jünger sind als ich keine Ahnung haben wie man damit umgeht komplette verwirrung ja 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 ich bekomme das immer wieder mit wenn wir zum Beispiel allein über YouTube es gibt halt so viele ich meine in Ärztinien sehe ich es immer wenn Leute Fragen stellen bezüglich Emulation oder sowas wo kriege ich ROMs her keine Ahnung du googelst und dann gehst du auf die erste Seite ich weiß nicht was dieser Virusteufel ist von dem du Angst hast aber bist du 60 Jahre alt der Trick ist du installier nichts und dann ist alles gut zum einen und zum anderen so viele Leute fragen mich auch immer welchen Pokémon welchen Pokémon ich meine Pokémon speziell ist natürlich da sehe ich auf jeden Fall dass es Leute sind die nicht zwangsweise so technikaffin sind weil es natürlich einen sehr großen Mainstream Appeal hat aber wenn Leute mich für Jahre immer und immer wieder fragen welchen Randomizer benutzt du du googlest nach Pokémon Randomizer und und da ist der Universal Randomizer den klickst du an benutzt den seit 10 Jahren der funktioniert für alles das ist ein wirklich gutes Tool oh 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 Phasen Überdosis für den Emulator einrichten ist schwerer als Roms zu bekommen inwiefern du lädst dir Retroarch runter dann lädst du den Emulator runter den du haben willst jetzt müssen wir Phasen loswerden wir sind überladen das bedeutet ich mache noch mehr Schaden denn ich bin überladen überladen zu sein ist auch so ein dummes Konzept in dem Spiel und dann hat man Viren am Hals PC kaputt jedes Mal meine PC Erfahrungen was zum Fick macht ihr also wirklich ich würde sagen ich habe eine Menge komische Scheiße runter geladen bis zum heutigen Tage in meiner PC Nutzer Zeit wie ich weiß nicht wie man an diese Superviren kommt ich weiß ich weiß wirklich nicht was wie wie man das überhaupt hinbekommt ich meine das war bei zu XP Zeiten Problem aber eigentlich ist das lange nicht mehr wirklich eine Sache dass du dann mit Viren zu gebombt wirst auf komischen Seiten Seiten surfen ich bin auf komischen Seiten ich meine ich lade auch sehr viel wenn ich irgendwelche dummen Spiele runterlade oder was auch immer ich habe eine Menge komische Seiten angesteuert und das Zeug runtergeladen euer adblock ist natürlich bei solchen websites ein muss dann gehen wir wohl noch mal in den PED Suit diese Gegner sind übrigens auch unfassbar tanky wenn man sie anders bekämpfen will auf manche Rom Seiten lädt man eine EXE runter und die wird dann wohl angeklickt ja aber auch dann müsste das ja ja ich meine den Scheiß sollst du nicht runterladen schlecht ist das ein Toolbau oder so die man bekommt aber ja das halt ja du sollst keine EXE Dateien installieren und wenn Word Dokumente ankommt das 700 MB groß ist dann würde ich auch nicht öffnen würde ich auch nicht öffnen das Lektion die viele YouTuber noch lernen müssen die sie aus irgendwelchen Gründen immer noch nicht gelernt haben obwohl es für Jahre immer und immer wieder regelmäßig passiert ist aber ich schätze viele haben dieses Problem die PDF nicht anklicken ich glaube es war ein Word Dokument das 700 MB oder größer ist weiß nicht ob es ein PDF auch war aber auch PDF okay ja aber bei sowas bin ich auch immer vor allem ich habe auch manchmal solche Mails bekommen und ich hatte immer das Gefühl das relativ offensichtlich ist hallo ich habe ein Spiel gemacht hier sind die Pressematerialien lad doch runter zum Glück ist das ein Wii Spiel ich weiß dass es ein PDF ist Problem ist aber dass halt auch alle Sponsoren ihre Leitfäden als PDF schicken alle machen das sie ist aber trotzdem Dateigröße der ganze Trick wenn es funktioniert ist ja dass die PDF 700 MB oder größer ist weil ab dann Windows das Ganze nicht mal so richtig überprüfen kann und dann das Zeug direkt ausgeführt wird das heißt prinzipiell wenn du kurz einen Rechtsclick machst bevor du es öffnest ist das eigentlich ja denkst ja hm das ja zwei Seiten von der PDF sind also immer dem B groß das bisschen komisch bisschen komisch bei Sponsoren kann man doch aber sicherlich davor erstmal check ob die E-Mail legit ist oder ich meine die meisten Sponsoren von YouTube Videos sind irgendwelche Mobile Spiele aus China das heißt rauszufinden ob das legit ist oder nicht das ist ein schmaler Grad ob man diese Sponsoren annehmen sollte sei mal dahingestellt mach mach doch was was ist denn was ist der bugt oder so der Gegner ist kaputt naja so ist wohl das Leben ich kann nicht fester am Schwanz ziehen es tut weh ist jetzt wieder frei ja jetzt kann es sich für den Angriff erwärmen ich bin schockiert wie viele YouTuber die komische Sponsorangebote annehmen also ich sehe es im Video aber habe zum selben Ding Angebot bekommen und mir gedacht dass es super suspekt ist ich habe bei meinem nächsten Video Sponsor von so free to play 12 gegen 12 Combat Ding von so südkoreanischen Publisher Dingens ursprünglich war mein Plan dass ich keine Mobile Spiel Placements und sowas annehmen wollte dann habe ich herausgefunden dass ich keine anderen bekomme kriegst keine anderen Angebote kannst du alles machen oder gar nichts ich weiß es ist kein Mobile Spiel in dem Fall aber ja ja ist kein Mobile Spiel ist auf Steam sieht gar nicht mal so schlecht aus der sieht aus wäre ein Dark Souls Kämpfer magst auch dass sie sagen mach das so wie du willst dann hast du einfach 60 bis 90 Sekunden in der du die Information rüber bringen musst es ist einfach es sind einfach 8 Punkte die du einbauen musst dann denke ich mir ja das ja da ja viel Raum das selbst zu machen aber gut aber gut am schlimmsten finde ich es wenn Leute irgendwie lustig werden wollen mit ihren Sponsoren und dann ewig lange Skiz und sowas machen ich weiß dass es eine Sache ist die viele Leute mögen aus irgendwelchen Gründen ich finde das so schlimm ich mein komm bringen wir es hinter uns einfach bringen wir es einfach hinter uns ich weiß die werbung ist da ich verstehe das alles okay aber mach jetzt nicht einen fucking Kurzfilm aus deiner Raid Werbung bitte bitte tu mir das jetzt nicht ich habe ein Addon am Browser installiert mit dem gesponserte Segment automatisch geskippt werden ich meine ich verstehe den Gedankengang aber ich finde es nerviger als vor allem investiere die Zeit lieber in den richtigen Content also wirklich so verstehe ich wirklich nicht aber ich spekuliere einfach weil ich es immer nur von Amis sehe ist einfach dort ein bisschen die Werbekultur dass die Werbung unterhaltsam sein soll wie Ami Kultur wenn dein Content nicht langweilig ist ist das auf der ganzen Welt eine gute Sache und die meisten die überwiegende Mehrheit aller YouTube Videos haben immer einen gewissen humorvollen Unterton bisschen so der Unterschied zwischen YouTubern und der traditionellen Medien einer der Unterschiede würde ich sagen dass immer ein gewisser oder oftmals gewisser humoristischer Unterton ist was ich mit Sponsoren meine sind nicht die Mobile Games sondern eher Produkte die wirklich seltsam sind die und die anschreiben die komplett nach Scam klingen was ich auch gesehen habe war dass sie sowas haben mit so komischen Haarwuchsmittel ich glaube Keeps war der Name und das fand ich auch immer sehr suspect das ist so ein das ist halt auch echt uncool das ist es gibt viele junge Männer die Probleme damit haben dass sie ihre Haare verlieren werden nicht dass ich davon was verstehen würde aber ich finde das unmoralisch dass man dann Werbung dann vor allem es ist halt es ist halt auch wirklich so viele haben Probleme damit dass man dann ihnen so eine Lüge vorspielt ist halt sehr sehr schäbig sehr 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 schäbig dann gibt es auch noch irgend so ein das ist so ein Online Therapeut oder eine Website für Online Therapeuten oder so ist auch BetterHelp würde ich nicht machen würde ich auch nicht machen ich mein Wobalspiel ist hier eine Sache wir wissen alle wie das läuft aber medizinisch wenn es in medizinische Richtung geht und ich werde den Haarausfall ebenfalls eben wie das BetterHelp als medizinische Richtung gelten lassen sehr problematisch BetterHelp es nicht mit Therapeuten als den Random Dudes schön Haarausfall kann auch einfach natürlich sein man braucht auch nicht beschämt sein aufzuhören rüber zu kämmen und ab mit den Haaren Haarausfall ist natürlich bei vielen Männern es liegt am Hormonhaushalt meine Kerle Manscaped ist in Ordnung dein Konzept ist ein bisschen krud zu sein aber die die wissen was sie machen du kriegst was ihr Dressierer für deine Eier Raumschiffe fliegt besser weg die haben Angst vor mir und meiner Manscaped Macht auf auszuweichen geh gleich in den Power Modus wenn du so weiter machst ich werd's tun was ich gerne hätte wären einfach sponsoren von sowas von so basic zeug wie brilliant oder bubble oder sowas das fände ich okay ich weiß ich weiß nicht ob die in deutschland überhaupt werben wäre wahrscheinlich sehr limitiert dreh und trink fände ich auch okay für brilliant musst du sicher educational content machen meine dokumentation über die geschichte von irgendwelchen handhelds das ist ja wohl lehrreich genug also wirklich das ist kein dummer content zu wenig gleich ein quatsch und zu coolen kerl oh nein er greift mich an mein bruder ist 19 hat angefangen alpizin zu benutzen weil er seine haare nicht verlieren weil meine mutter meinte dann neulich zumindest ich damit anfangen obwohl ich keinen hausfall habe fand ich sehr manipulativ es alpizin bringt nichts es kann nicht mal was bringen oh god das ist das allerschlimmste es kann nicht mal was bringen und oh wir kämpfen gegen wir kämpfen gegen ice gruder entfernen seine rüstung und dann machen wir das schau ich seine leben an jetzt bin ich im überladenen modus das heißt jetzt muss ich meinen phasen abfeuern um nicht zu sterben der pd suit ist fucking dämlich würde ich sagen okay es ist so stark aber effizient stopping für die haare nur für die haare ich glaube wir haben oh oh sard dags sammels nein nein nicht eis kerl er war so cool dafür hat der eismiss hinterlassen das finde ich ganz okay von ihm werden die anderen bosse nicht so versucht zu schießen okay ich wollte es nur mal zeigen wie stark es ist ich glaube wir haben für Medikamente sehr schreckt die richtigen was werbung angeht den usa ist pharmazeutisch das zeug zu bewerben sehr viel mehr normalisiert aber ja keep sponsoren finde ich alle super merkwürdig weil es ist nur als es 100% was bringen ich weiß ich wir haben auch sowas wie vorhin schon angemerkt wurde die alpizin werbung was im fernsehen lief was halt kompletter schwachsinn ist kannst dir koffein auf deine haare reiben aber es wird dein hormonhaushalt und daher kommt größtenteils der haarausfall es wird daran nichts ändern und mittel die deinen hormonhaushalt umändern die solltest du aus diversen anderen gründen absolut nicht nehmen ohja jetzt können wir die plattform machen das einzige was wirklich was bringen sollte ist echt so eine haar transplantation wenn es einfach so wichtig ist aber stressbedingter hausfall da muss die stressquelle getilgt werden ich weiß nicht wie schlimm stressbedingter hausfall zwangsweise ist warum ist hier nichts deswegen wir müssen den wasser harnes aktivieren mein bruder hat nach 20 schon sehr viel graue haare ich meine graue haare wenn ich das stört da gibt es ein leichtes mittel dagegen ab damit weg mit den haaren das ist mein mittel gegen alle haar probleme so können wir jetzt eigentlich angreifen jetzt wird geschmettert kampfschiff benötigt für kampfschiff kampfschiff benötigt für dieses kommando erhöhte feuerkraft dann sollten wir mal erhöhte feuerkraft auftreiben würde ich sagen ist mir aufgefallen ja ok suchen wir nach ner waffe am ende sehen alle aus wie boggy ja für viele leute sind leute mit ner glatze alle gleich aus was übrigens die lustigste scheiße ist die man überhaupt machen kann zu sagen sie ist wie der glatze ist das nicht lustig es gibt nichts lustiger es kann gar nicht lustiger sein wenn leute da kein freundliches lächeln von sich geben dann weiß ich auch nicht das heißt das der fahrstuhl nach unten mit dem will ich nicht fahren ist hier hinten wenn man das gleiche mit hautfarbe machen würde das machen genug leute macht dir mal keine sorgen macht dir mal keine beziehungsweise nicht hautfarben sondern generell herkunft macht dir da mal keine sorgen rollt runter meine explosiven freunde ja die teile kann ich jetzt auch einfrieren ich war im kinder winterjacken auf den boden gelegt und dann wollten wir da rüber rutschen weil wir das lustig fanden natürlich werde ich jetzt sagen das klingt nach so einer lustigen Beschäftigung was kann da schief gehen was kann da nur schief gehen bei so einer lustigen Freizeit Beschäftigung auf jeden Fall ist was schief gegangen ich bin über die Jacke rutscht dann bin gestolpert was wirklich ist das passiert und dann bin ich Richtung Tischkante gefallen mit meinem Kopf da hätte einiges passieren können und die ecke vor dem tisch hat mich dann ich weiß nicht ob es rechte oder linkes Auge war aber wirklich da unten erwischt und dann hatte ich als ich war die erste Klasse sogar oder war im Kindergarten ich weiß nicht mehr genau und dann hatte ich ein sehr blaues Auge für keine Ahnung gefühlt ja war bestimmt für ein paar Motors ich hatte ein sehr blaues ich brauchte keine Augenklappe aber ich hatte ein sehr blaues Auge für relativ lange Zeit und ich hatte danach auch für viele Jahre danach unter dem Auge dann noch so roten Strich aber der ist inzwischen verschwunden äh mor 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 frischer sub wie lieben dank das war eine natürlich Augenklappe sozusagen yeah ich weiß dass da auch so eine salbe irgendwie aufgetragen werden musste immer so eine scheiße ja es war relativ knapp da hätte ich an dem Punkt wäre ich ein bisschen falsch gelandet hätte ich mich über johnnies tiefen wahrnehmung gar nicht mehr lustig machen können steh ich mal vor was das für eine realität wäre das will ich mir gar nicht vorstellen das ist der welt in der ich nicht leben will was sind das für dumme teile in der luft hier gerade bei der vorstellung schüttelt es mich ja der klassiker ist auch wenn man als kind ein blaues auge bekam dadurch irgendwas banales dann zu sagen man hat sich gangstermäßig geprügelt ich meine da muss er schon ein bisschen älter sein zu wenn es zu junge kinder sagen dann werden dann werden fragen gestellt starke gegner so weit auf jeden fall wenn ich auszumahen aber immerhin könnte man sich darüber lustig machen dass man zehnmal die Woche in den urlaub fliegt darüber machst eigentlich nur du dich lustig äh wie war das hier oh ja ich muss die teile erwischen ich wundere mich hauptsächlich immer wie er das zeittechnisch äh managt gar nicht wahr du hast mitgemacht ja bei der make it meme folge zugegeben aber ich weiß nicht ganz wie er das zeitlich immer macht das Gefühl wenn man so viel ausfallen lässt dann sollte ein bisschen das Gefühl da sollte würde alles meine ganzen pläne sehr knapp werden auf insta denke ich mir immer die motzen alle dass sie keine kohle haben und dann fliegen sie fliegen sie jede dritte woche weg nach thailand bangkok oder china sind das sind das die populären urlaubsziele wer zum fick will nach china nichts für ungut das groß land gibt bestimmt viel zu sehen und sowas aber china wäre jetzt nicht so weit oben auf meiner prioritäten liste von urlaubs ländern na in china und nordkorea da liegen schon noch einige stufen dazwischen aber ja gleichzeitig sehe ich der vergleich kommt dubai ist auch fucking wüste ich will in die wüste lieber nach irland ja generell wenn man in richtung ich meine okay wahrscheinlich würde das wäre so ein johnny fun fact ich wollte gerade sagen wenn man in richtung nordeuropa geht es generell alles ganz cool aber ich höre es schon vor mir aber irland liegt tatsächlich südlicher als hamburg irgend so ne scheiße ich weiß es ist nicht wirklich zu nördlich aber ihr wisst was ich meine hier muss ich angreifen was willst du ich bin gerade mit dem kampf ich muss meinen felsen loswerden ich bin da muss ich als nächstes hin das hat ich habe ich habe so viel stunden gespielt ich mochte es nicht ich will es auf jeden fall noch durchspielen aber aber es hat viele erinnerungen wo ich nicht der größte fans war aber ich will ihm noch eine chance geben aber ich denke sowas wie norwegen wäre ziemlich cooles urlaubsziel zum rande ich war fünf wochen in finland und da brauche ich nie wieder hin die gastfamilie hatte keinen Föhn und ich war bei minus 20 grad mit nassen haaren draußen weil ich zur arbeit musste das war spaßig ich meine da kannst du jetzt finland nicht die schuld für geben dass die gastfamilie keinen Föhn hatte ich meine du könntest jetzt sagen die spinnen die finnen aber ich glaube das wäre unfair norwegen super hübsch aber auch recht teuer teilweise ja würde ich von ausgehen in china würden sie mich am flughafen direkt abfangen ich habe mich auf x ziemlich auf der china kritisch geäußert ich glaube nicht dass die deinen twitter verlauf am Bahnhof scannen sehr gerne mal die skandinavischen länder besuchen super interessante kulturgeschichte die eng mit unserer zusammenhängt sehr fortschrittlich in puncto gesundheit inklusion und so weiter ich würde gerne mal die nordlichter sehen ja skandinavischen länder sind echt schön und es ist nicht so scheiß wahr im idealfall ich traue denen alles zu ja es sind einfach es sind einfach cartoon bösewichte die wenn sie einen reisepass sehen automatisch auch deinen twitter account sehen dann werden sie sagen hm ich glaube wir könnten hier ein paar probleme machen die highlands in schottland schottland die möchte ich gerne mal sehen der schottland ist auch ziemlich stark und es ist nördlicher ich glaube jetzt sollte ich soweit was zum fick ist mit diesen gegnern und stretchen die sich immer so das habe ich noch nie gesehen warum sehe ich das jetzt zum ersten mal es ist einfach nur aus flummi also teilweise wenn man durch eine tür geht mag das spiel nicht so gerne italien ist auch recht cool italien ist so warm und italien ist scheiß groß italien ist so gesagt wenn ich mir vorstehen würde nach italien zu gehen dann müsste ich da hinfahren und dann denke ich mir ah das ist ja auch wieder ist es so weit mit dem autofahren nee gar keine lust größer als hamburg den lass mal stecken ich also italien ist auf jeden fall größer als hamburg daran habe ich keine zweifel möchte zu loch nests mir egal ob nests ja schwimmt oder nicht schwimmt da nicht keine sorge ich will mich abends auf die lauer legen und mich gruseln falls ein dino hals hochkommt ich meine die leute die das ursprüngliche bild gemacht haben ich meine einer von denen hat auf seinem sterbebett zugegeben dass es fake war ich bin mir da relativ sicher ja nests war so ein pappdenker ja london london ist auch london ist auch ein starkes ziel nests der ist generell so das ist nur eine touristenfalle ich stehe da hinten ist eine tür london ist zu überfüllt ja großstadt halt ich würde das gleiche über jede großstadt sagen die icebeam tür ist da oben werden ach ja das ist eine sache in dem spiel manchmal will der grapplebeam einfach nicht meinung zu dying light ich habe es nie gespielt hamburg ist facettenreich im gegensatz zu london hier ist die spiel mal dying light 2 vielleicht wahrscheinlich nicht aber vielleicht wer wohnt zu dem fahrstuhl rüber war ein pokémon trading card game online nee ich denke da brauche ich in nächster zeit kein comeback dankeschön bin doch fast runter geholt das wäre super gewesen schotteln wir auch nice glasgow ist eine richtig schöne Stadt bei historischen gebäuden und ein online bekannte macht momentan eine art duales studium zum park ranger meint er würde mit mir mal highlands wandern gehen wenn ich mal da bin stell mir es richtig faszinierend vor sehe ich schon muss einfach nur die union verlassen london ist der ok wo die altkultur nicht komplett trash ist ja bestimmt ich bin mir sicher das wie die 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 meisten vorurteile entspricht auch dieses der wahrheit waren leute und es hat alles schlecht geschmeckt warte wo war wo war jetzt der fucking fahrstuhl die ich habe ich habe nicht mal gebratene nudeln hinbekommen wenn ich auch nicht richtig hin so fair weise sagen ich habe auch eine eigene kochshow niemand beschwert sich bezahl ich bezahl nicht also das sub badge neben deinem namen sagt was anderes außerdem von ananas elf monate resub wie lieben dank zwölf monate plus sub badge und schreibt ich bezahle ich nicht nee 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 oh kommt jetzt der coole dimensions wechsel der fucking seltsam ist für die scheiße bin ich nämlich bereit das okay nicht mehr in der EU ist ein super großes hindern das hätte ansonsten eventuell von meinem studium aus mal für ein Praktikum dorthin gekonnt ja ich mag es auch nicht ich meine nicht dass ich da hin will oder so zwangsweise aber aus Großbritannien waren eine Menge Dinge die man online bestellen kann und sowas sehr viel Kram und dann kommst du nicht mehr ran wie lange muss man zapp sein bis du einem was zu Mittag kochst 75 Monate ich glaub der längstens absen aktuell bei 74 Monaten hoffe ich teures Mittag Essen wir haben nicht gesagt das günstige ist niemand hat es gesagt die Gegner mag ich nicht bekämpft sie einfach und denkt sich lass mich in Ruhe dann worbt er sich irgendwo hin und lässt einen nicht in Ruhe und dann ist er trotzdem tot by the way sub jetzt steuert es doch mal vor Twitch für YouTube zu verlass wird jetzt demnächst passieren weil ansonsten würde ich einen 6 Montes September abschließen nö mein Vertrag wird zu dem neuen Vertrag am 14 Januar umgeändert und auch dann ist die Sache halt ich habe nicht wirklich einen Grund zwangsweise wegzugehen denn der Vertrag den ich dann bekommen werde am 14 Januar wird daraus hinauslaufen dass ich keine Exklusivität in irgendeiner Form habe also sprich bis auf zeitliche Exklusivität damit ich nicht gleichzeitig auf zwei Plattformen streame das heißt aber dass ich dann sowieso nicht an Twitch habe theoretisch naja hauptsächlich das ganze umzuändern ist auch wieder man ist doch die Plattform so sehr gewohnt YouTube wird dann auch noch nervig das mal ein da komme ich wahrscheinlich da hinten raus oder YouTube ist halt für die Viewing Experience echt scheiße ich weiß ich weiß deswegen ja ich werde wahrscheinlich auf Twitch bleiben ich glaube das wird so oder so nicht viel ändern weiß nicht ob YouTube dann zwangsweise wirklich was bringt weil ich denke nicht dass auf YouTube sondern nicht viele Leute überhaupt eine Mitgliedschaft abschließen würden das heißt ich kann mir gut vorstellen dass ich dann im Endeffekt schlechter dastehen würde generell 7TV Fixed bisschen Experience ist auch mies ich habe sowieso noch Franker Faces installiert ich bin FFC Typ oder FFZ der alte Schwefelstein hat jetzt ein Freund Paket geschickt und der muss die 75 Pfund an Zoll bezahlen das ist eine Menge 7TV hat so viel zu bieten FFC auch ich glaube wir unterschätzen einfach nur was FFC alles kann ehrlich gesagt unter anderem kann man damit die Better Twitch TV und 7TV Emotes anzeigen und die FFC Emotes das heißt du hast einfach alle drei in einem und musst nur ein Addon runterladen dementsprechend installiere ich die anderen beiden gar nicht mehr habe ich keinen Grund dafür ich gehe nochmal hat er eine Hand als Schweif da lohnt sich nur FFC ja 7TV war auch so eine Sache als ich gehört habe dass das existiert weiß ich mir auch ich will das nicht mitmachen ich habe keine Lust mich schon wieder jetzt noch ein drittes Addon zu holen aber wo man als wer FFC machen kann ist ja easy das wusste ich nicht dann haue ich ja immer alle weg lad nur FFC runter ja du musst da halt in den Einstellungen aktivieren dass sie auch angezeigt werden weil ich fände das ganz angenehm auch wisst ihr wo ich hin wechseln könnte wenn ich nicht mehr auf Fitch streamen will wie steht jetzt so tiktok ein paar tiktok oder kick ich meine kick ist von der viewing experience sollte es ähnlich sein ist natürlich die plattform ein bisschen nervig aber jo können auch ein pikto chat starten pikto chat war der ist richtig für dich würde ich meine Prinzipien brechen und mir tiktok unterladen ich nicht ich glaube ich bin ganz zufrieden tiktok nicht zu nutzen auch wenn ich wahrscheinlich irgendwelche stick mit zeug oder so da hochladen könnte aber ich will wirklich nicht ich will wirklich nicht ich finde die ganze plattform ganz komisch und ganz unangenehm und hier kriegen wir unser upgrade ich denke die drachen lords frage kommt weil er auf tiktok streamt generell meine meinung ich denke es war mal interessant das ist lange her ich weiß wirklich nicht wer die scheiße an dem wo noch mit verfolgt sollte einfach zu ende gehen ich denke das wäre das beste für alle beteiligten wo kommt der her wo kommt Boomer ein Kerl her ich bin übrigens immer noch in meiner ersten ladung von dem PED suit möchte ich kurz anmerken und ich habe jetzt 100 hp verloren während ich das gemacht habe okay oh die Eis müsste wahrscheinlich zu übel zu sein in dem Kampf ich kann gegen TikToks nichts sagen ich ziehe mir inzwischen stundenlang YouTube Shorts rein obwohl die Inhalte echt nicht gut sind teilweise ja ich denke auch nicht dass irgendwas mit dem Konzept von Kurz Videos dass damit was nicht stimmt ich mag es nicht aber ich denke generell dass ich aktiv was machen muss die ganze Zeit während ich mir Videos anschaue das für mich ein bisschen ich weiß nicht ist ironisch nachdem ich gesagt habe ich mochte meine kurze Manga Phase weil ich da ein bisschen was zu tun hatte aber bei Videos keine Ahnung ich habe das Gefühl was mich daran stört ist nicht zwangsweise dass einfach nur man die ganze Zeit durch wischen muss es ist ein bisschen nervig was für sich raussuchen muss es hat einfach dieser eigenständige kurze Content ist was natürlich an sich folgen hat für den Inhalt die nervig sind sie haben mich richtig süchtig gemacht bin kein Fan ist eine Lebensentscheidung die ich nicht treffen muss für mich ich mag lieber Content der viel zu lange ist äh warte was war hier jetzt nochmal ich muss mein Raumschiff holen nee die Schotten sind geschlossen dumm sind Tutorials in Kurzvideform was spricht gegen ein richtiges Tutorial statt sieben bis acht Kurzvideos ist das ne Sache ich hab letztens wegen der Capture Card geschaut ich hab bei mir ach geschlossene Ladefläche was ich bei mir umgeändert hab ist ich hab meine zwei Capture Cards die eine für die Kamera und die für die Konsolen selber getauscht dachte ich mir ja vielleicht vielleicht will ich eine andere setzen weil Capture Card über die inzwischen meine Kamera läuft ist so ein Elgato Teil und Elgato Capture Card sind ehrlich gesagt grauenhaft und da hab ich auch so ein YouTube Tutorial geschaut und das war so schlecht nicht Tutorial sondern eine kleine Review Verzeihung war eine Review zuerst hat der Typ für es war ein 8 minuten Video ok er zuerst für 3 3 minuten ich hab durchgeskrippt und was hat das damit zu tun mit irgendwas zum einen zum anderen er hat gesagt er nutzt die Capture Card dass er seit sieben Jahren eine für seine Kamera nutzt dass er sich gut auskennt aber gleichzeitig ist er ein kleinen Nugget für die Video Editor Freunde da draußen er war der Überzeugung dass man Bild Material das man mit OBS aufgenommen hat nicht color graden kann er meinte wenn man mit der Kamera regulär aufnimmt diese Qualität besser weil man color graden kann du kannst jedes Video color graden hä aber ja richtiger Kameraprofi äh Kameraprofi ich glaube worauf ich hinaus wollte weil diese Farbtiefen Bit Zeug und sowas aber ich keine Ahnung es war echt ein komisches Argument und dann war noch so bei der Capture Card hat einen Untertitel gemacht und zwar sie hat noch verschiedene Filter und sowas die ich aber unnötig finde deswegen werde ich sie im Video nicht anmerken er hat also Zeit für drei Minuten Schwank aus seiner Jugend zu erzählen als er die Capture Card genutzt hat aber um die Features der Capture Card aufzulisten da hat keine Lust da hat keine Lust finde ich unnötig nennst nicht Review an dem Punkt Gott vor allem hat er auch mitten in der Review noch von so einem YouTube Kanal geredet hab ich die Shot aufgemacht ne immer noch nicht ach warte ich muss das runter ok ich verstehe er hat aber von einem anderen Kanal geredet diesem Epos Boxer was auch immer der ist wo man landet wenn man nach irgendwelchen Streaming Zeug sucht oder sowas der hat auch gesagt ja der hat auch eine Review dazu gemacht und die hat das da schon erklärt so als ob irgendwie selbstverständlich wäre dass Leute bereits seine Review gesehen hätten oder so es war eine sehr komische Review ok es hat mich auf sehr vielen Ebenen sehr verwirrt ich war so verwirrt davon ich habe nicht viel gelernt möchte ich sagen er hat auch einen guten Delay Test gemacht und zwar hat sein Laptop an die Capture Card angeschlossen hat er gesagt ja das könnte ich jetzt also könnte ich jetzt so problemlos zum Laptop benutzen finde ich jetzt nicht so viel Delay aber für Gaming vielleicht wäre es mir doch zu viel aber er hat kein Spiel damit getestet er einfach gesagt ja wäre wahrscheinlich zu viel dafür ach diese fucking Review es waren es waren nur 8 Minuten ich habe nicht mal das komplette angeschaut aber es waren es waren so viele Nuggets es waren so viele Nuggets ja man kann Input Lack messen absolut nur ein Laptop anzuschließen und zu scrollen und zu sagen jo finde ich jetzt ganz okay ist so ein komischer Weg das zu machen ich habe vor du machst ein Video zu Spielkonsole XY und erwähnst einfach nur andere Kanäle und deine Lebensstory sag mal sag mal sag mal wenn jemand ein Video zu einer Konsole macht und seine Lebensstory dazu erzählt du findest das also eher negativ ich denke das ist wenn wir gerade über Konsolen oder so reden wenn wir von älteren Konsolen reden würden weil bei einer PS5 ist vielleicht nicht nötig dass du erzählst wie du mal eine Playstation 3 hattest aber wir von Playstation 3 oder so reden ich denke das ist durchaus ein Vorzug wenn man seine Lebensgeschichte dazu erzählen kann nur bei anderen nie bei dir das finde ich ein bisschen gemein und ich habe meine Raketen bekommen bei 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 Reviews von bei Review von neuer Technik ergibt es absolut keinen Sinn vor allem sind die Videos ja speziell auch so gestaltet dass Leute sie anschauen die die deinen Kanal nicht kennen generell welche die nur an den Produkten interessiert sind das sehr daneben ja jetzt fahren wir die harten Geschütze aus weil mir die Lebensstory nichts mit dem Thema zu tun hat weil es hat mit Capture Cards zu tun äh steht wo war das ich glaube es war hier die können unnötigerweise auch im Kampf benutzt werden die Raketen können nur in drei Räumen oder so im gesamten Spiel im Kampf benutzt werden unter anderem in dem zu dem wir wenn ich den Review zu der CPU oder GPU guck ja wenn ich nicht die Ergebnisse sehen und mir keine Biografie vom Reviewer anhören müssen ja vor allem wenn es ein Drittel des Videos ist es sind glaube ich nicht mal drei Räume es sind auf jeden Fall der Raum zu dem wir gleich rüber gehen werden aber ja ansonsten ja nicht viel ja hier bin ich richtig ok so weit so gut sehr viel komisches hin und her gefliege in dem Spiel übrigens nicht ganz sicher wer danach gefragt hat ich schätze die Level so zu bauen dass sie an sich irgendwie ineinander loopen ist ein bisschen anspruchsvoller als Fläuche zu machen dann noch ein bisschen fast travel so wir müssen das Teil deaktivieren und dann pass mal auf jetzt geht es richtig los jetzt greifen wir an ja hier waren meine Gegner Zeiten sind vorbei hier kommen noch mehr Gegner die kann ich jetzt nicht mehr angreifen doch kann ich wirklich der mit seiner Felsenrüst und der mit seinem PED-Suit hat es überlebt der in seinem PED-Suit hat den Angriff von dem Raumschiff überlebt hey Leute das ist mein Review übrigens wusste ja dass ich als Kind mal ein Pflaster auf dem Auge hatte weil ich es mir fast am Tisch angehauen hätte wilde Zeit es war kein Pflaster es war ein sehr blaues Auge generell ist immer so viel zu viele Videos abschweifen ist sehr nervig sehr sehr nervig ist auch so eine Sache bei der ich wieder mal mich zurück nehmen muss wenn wenn wir von irgendwelchen dummen floskeln reden wenn ich wenn ich dann so schreibe wie oh also wenn ihr mich fragt oder so wenn ich keine Ahnung habe ich gesagt ja ist nicht das beste Feature wenn ihr mich fragt oder falls ihr meine Meinung dazu wissen wollt und so ein Schwachsinn ist halt auch einfach nur Zeitverschwendung das kann man ein zweimal machen aber nicht zu oft also muss ich oft aus den Skripten dann rauslöschen sowas weil es viel zu oft drin steht man will ja nicht zu autoritär wirken versteht ihr müssen Leute ja nicht unterjubeln dass das ein Fakt ist online mögen die Leute Fakten nicht so gerne die mögen die Gewissheit dass ihre Fakten dass mein Fakt auch falsch sein könnte und ihrer richtig das macht mein Leben ungemein leichter ja sowas ne Art das ganze Floskeln oh oh Bosskampf wie war'n der nochmal glaube ich muss Scrappeln wenn er seine Maul aufmacht oder also wenn er blau leuchtet muss ich muss ich hier mit Morphball hin der Morphball kommt er später kann er da oben angreifen wie wenn wir den mal versuchen los zu werden da oben dankeschön dann bleibt ja nur noch einer jetzt muss ich mit Morphball dahin das war noch nicht genug oh lustige Geschichte diesen Bosskampf hab ich mal das war nachdem ich Dark Souls gespielt hab war das eins der ersten spiel das ich mal wieder gespielt hab danach da ich diesen Bosskampf gemacht hab dachte ich mir sind so Bosskämpfe in Spielen die nicht Dark Souls sind da war man ja fast ein bisschen erschrocken davon äh warte was ah shit was wollte denn der jetzt von mir die Wahrheit ist natürlich nein das ist einfach nur ein echt schlechter Bosskampf ach ich muss grappeln ah Gott weil das kurz nach dem Video alle Spiele sind scheiße aus der Dark Souls das wird wahrscheinlich in dem Zeitraum gewesen sein in etwa au aber ja ich würde sagen in Erztennis ist das einfach nur wirklich kein ein guter Bossgegner das war alles was ich an Schaden jetzt machen konnte wirklich oh oh ich werde überladen okay ja echt kein guter Bosskampf wenn ihr mich fragt aber immerhin habe ich jetzt verstanden was ich machen muss wir grappeln und dann blasten wir und wir haben ihn das war eine Geburt was wollt ihr denn jetzt von mir geh doch mal weg ich habe gerade ein Boss besiegt ich bin doch jetzt nicht auf die Nerven war ein richtiger GG Moment war ein harter Bosskampf obwohl wir gerade von äh weil ich gerade gesehen weil ich gerade die Nachricht noch sehe war das nach dem Video alle Spiele sind scheiße aus der Dark Souls das hält mich natürlich unweigerlich an das klassische Dungeon Hunter Video und wusstet ihr dass Dungeon Hunter auf die PS Vita kam es gibt den Cartridge davon und es scheint gar nicht mal so unbeliebt zu sein und nach PS Vita Spielen schaut ist das immer das eins der geläufigeren Spiele aus irgendwelchen Gründen und ich dachte das solltet ihr wissen ich hab's gesehen und ich dachte mir ist das warte Dungeon Hunter ist das wirklich ist das wirklich das Dungeon Hunter kathrin fullbody kam auch drauf was mich positiv überrascht hat das hat ja gar nichts damit zu tun TBH ist schlau Samus anzugreifen nach einem Boss das stimmt das machen sie auch in Dark Souls 2 ganz gern dass die Gegner dann nachdem man den Boss bekämpft hat auf einmal in die Arena reinrennen einfach nur ein kleines spaßiges äh da ist das zwei Abenteuer wie sieht's aus dankeschön wollen wir gerade fragen laden wir heute noch oder machen wir das eher nicht oh das Geschütz ist hier können wir nicht zuschlagen oder nee 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 das Geschütz da kommen wir nicht dran vorbei nicht mein Raumschiff na hätte besser laufen können ist mir aufgefallen können ich sonst noch weiter oder muss ich jetzt wieder zurück gehen ich muss jetzt wieder zurück und irgendwo anders die scheiße deaktivieren oder nee alles gut alles gut wir haben eine neue Tür können das vielleicht doch direkt von hier aus machen da hinten ist noch ein Gegner aber ich hab keine Lust gerade ich gehe einfach dachte ich zumindest aber dann ging die Tür nicht auf oh Gott ich hab so viel Leben verloren weil die dumme Türe nicht auf ging so eine Scheiße mag den nicht der hält so viel aus hält wirklich viel aus vielleicht zu dem da hinten weg mit dir ich meine die greife animation kleines extra aber schnieker du meinst die die kanten oder was an denen man sich festhalten kann ich denke es ist eine ganz nette ergänzung für das metred prime universum und die türen hier sehen ein bisschen anders aus inzwischen die geschütze sind super seltsam oh nein nicht dieser raum dieser raum ich glaube das ist noch nicht der schlimme ich glaube der schlimme kommt jetzt ein bisschen später aber oh mein fucking gott einer von diesen räumen war unfassbar nervig wahrscheinlich der beim zweiten geschütz wenn ich mal so raten müsste die machen das hier eigentlich nochmal die rippeln das raus und dann gehen die teile auf ja okay der ist noch nicht so übel vielleicht war das one ich denke auch vielleicht kam der auch erst später im spiel wo man hier dann die energiezelle holt in der gegend oh gott zum Glück habe ich hier gerade nicht viel schaden genommen zweite energiezelle nicht energiezelle sondern energiequelle ist oder sowas denn hin da ist er nicht auf die nerven fach jetzt so viel schaden geht warum habe ich so viel schaden genommen man ich brauche leben ich brauche leben ich brauche leben noch einer von euch ich kann nicht mal oh mein fucking gott was hier war wohl mein Fehler dass ich dachte man kann ihn ohne den PED suit besiegen bin ich jetzt am letzten speicherpunkt wieder wo war der speicherpunkt oh gott wann habe ich zuletzt gespeichert ich glaube ich habe nach dem boss nicht gespeichert oder ne ok es war direkt hier oh ja genau hier ok immerhin 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 dieser fucking gegner man kann einfach nicht ohne den PED suit bekämpfen ok ist wohl bei den phasengegner in der sache tut mir leid dass ich das spiel ein bisschen sich nicht alles mit PED machen will mit vielleicht ein bisschen was im kampf system zu tun hat das war wohl mein fehler bitte ich glaube aktuell nervt mich das spiel ein bisschen muss ich gestehen so ein ganz ganz kleines bisschen metro prime 3 corruption warum dauert es so lange eine cut zu skippen ok man nimmt den PED suit natürlich auch kein schaden ist auch eine wichtige sache die wir nicht vergessen sollten lass mich doch mal in Ruhe mit den Tipps god ich mir lieber den Tipp dass die gegen normale Angriffe sind der hätte mir weiter geholfen hat ich verliere ein bisschen leben aktuell aber das ist okay ich könnte auch nicht mehr Leben verlieren. Okay. Ich schätze, mit denen soll man die Geschütze ausschalten. Aber seht ihr, ich wusste, dass der Raum scheiße wird. Und ich lag richtig. Ich hab's direkt gesagt. Ist hier nichts Gutes bei rauskommen wird. Ist noch einer. Da ist einer. Na ja, doch mal. Ach. Irgendwann stehen. Es ist viel zu warm, als ob ich mein Prüfnisgetränk aus dem Tiefen des Kühlschranks herausgekommen habe. Bei mir ist gerade nicht so warm. Zumindest hier drin. Wahrscheinlich wäre es insgesamt schon wärmer, wenn ich das Fenster aufmette oder so. Aber aktuell das Haus scheint noch nicht so richtig aufgeheizt zu sein. Dementsprechend ist alles angenehm für mich. Ja, aber mir soll wahrscheinlich auch um die 27 Grad draußen sein. Zumindest hat der Wetterbericht das gesagt für heute. Und ab Dienstag soll es dann regnen. Oh, ob ich nicht zu viel Lust habe, weil in der Küche ist, äh... Bei einem von den Dachfenstern hat es nämlich allzu lange geregnet hat. Da fing es an, dass ein bisschen... An einer Stelle ein bisschen Wasser reingetroppt hat, was sehr unangenehm war. Das heißt aktuell... Ich habe nichts dagegen, wenn es vielleicht nicht so viel regnen wird. Es war nicht viel, das reinkam, aber... Zu viel, versteht ihr? Nämlich, dass überhaupt was reinkam. Außer von Svensson, 13 Monate. Re-Sub, wie viel lieben Dank. Das ist auch ein echt aufregender Raum hier gerade. Ist einfach nur... Ein langer Schacht und dann kommt ein paar Raumschiffe. Mit Glück durch die Dichtung, sollte nicht so teuer sein zu fixen, denke ich. Äh. Solange es nicht wieder für ein paar Wochen regnet, sollte da sowieso nichts, ähm... War da sowieso nie ein Problem damit. Das Problem war nur, dass es für ewig durchgeregnet hat. Ich habe dann, äh... Ich habe noch ein bisschen von, äh... Vom Geschirrtuch reingeklemmt und dann kam auch nichts mehr durch. Container für Port-Messels sind eine Sache. Die sind so unnütz. Man kann die nicht mal verwenden. Und dann war es auch wieder dicht. Und wenn es so ein bisschen regnet, kommt auch nichts rein. Es scheint wirklich nur, wenn es, äh... Für zu lange Zeit durchregnet zu sein. Ich hoffe mal, ist das eine abziehbare Zeit nicht nochmal passiert. Oh, der Wii-Gegner. Okay. Ich spiele ein Spiel auf der Wii. Danke der Nachfrage. Au. Oh, wir haben noch mehr Wii. Wir haben noch mehr Wii-Fans. Du bist nicht, du Emulator. Ich spiele es mit der Wii-Mode. Oh, fuck. Ah, da ist der Raum. Den mag ich nicht. Den Gas-Ding-Raum mag ich gar nicht. Ich kann mir nicht lang schnacken. Oh, die haben kräftig Energie gedroppt. Jetzt muss ich die Scheiße umlegen. Dann können wir was kaputt machen, im Idealfall. Wir müssen mehrere umlegen. Das Problem ist, dass die Jungs zurückkommen und sich dann sagen, nee. Nee, du. Das ist mit dem Schalter. Lass mich das mal... Lass mich den mal nochmal umlegen. Nein! Zwang, wie viel Regen ist auch nervig. Auch wenn man beim Fahren der Autobahn... Auf der Autobahn mit, äh... Teilweise bängstigen Wassermengen. Oh, Gott. Yeah. Das ist mies. Ja, nicht so ein bisschen Aqua-Planning. Habe ich recht? Nein! Das war ein Witz. Das war ein Witz. Oh, mein fucking Gott. Oh, mein fucking Gott. Oh, ich hasse das hier. Bin ich gerade heraus. Ich meine, ich weiß nicht, warum ich so überrascht bin. Ich wusste genau, was da rumscheiße wird. Geh weg. Nein! Dankeschön. Okay, das ist der Nächste. Er ist tot. Wo kommt der Nächste? Da ist er. Stirb. Okay. Jetzt beeilen. Und wir schaffen es. Komm schon. Warte, das muss ich jetzt noch öfter machen. Eventuell reicht einmal. Eventuell reicht einmal. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. War es das? Oh, ich hasse diesen Raum so sehr. Okay, wir haben es. Dieser Raum kann die absolute Hölle sein. Würdet ihr mir das denn glauben, wenn man sich dumm anstellt? An dem Fall lief es ganz geschmeidig. Ich meine, war ich ein bisschen sauer unter Umständen. Aber, komm. Easy. Ohne Probleme gemeistert. Geh mit eurem miesen Schild. Hier mit eurem miesen Schild. Und dann kann ich wieder zurück und dann können wir mit dem Raumschiff Zeug angreifen. Aber ich glaube, da müssten wir zum Boss-Gick noch rüber können, oder? Ich meine, vielleicht vergesse ich gerade noch irgendwas, aber... Ich glaube, der Boss des Gebietes sollte nicht mehr in allzu weiter Ferne sein. Da wiederum, ich glaube, man muss drei von diesen Teilen kaputt machen. Oh, nee. Er ist noch ein bisschen in weiter Ferne. Bild mir gerade auf. Ach, komm schon. Das war gerade mal Nummer eins von drei. Generator zerstört. Danke, Metro Prime 3 Achievement. Dann fliegen wir doch mal wieder weg. Ich meine, bei dem anderen Weg davon war ich bereits. Was ganz nett ist. Und die guten Schiffsmissiles. Immer schön mitnehmen. Ohne, die kannst du ja nicht nicht blicken lassen. Was, wenn man die mal braucht? Eine Situation, die nicht auftreten wird. Aber was, wenn sie auftreten würde? Wer ist eigentlich der Neue hier? Der hat eine grüne Rüstung. Was ist mit dir? Ist das eine stärkere Rüstung oder so? Na, ich habe keine Ahnung. Gleich ist die Rüstung ein bisschen stärker. Ich konnte nichts davon erkennen. Jetzt so gut, ihr macht kaum Schaden. Ich gehe jetzt weiter. Ach Gott, ich hasse übrigens den richtigen Bosskampf von hier. Den freue ich mich. Genau, den richtigen Bosskämpfer aus dem Spiel finde ich eigentlich alle ein bisschen schrecklich. Wenn ich mal ehrlich sein soll. Die haben alle das Gaming, dass man an gewisse Stellen gezielt hinziehen muss und da bekomme ich gar nicht gut mit zurecht. Aber vor allem der erste Boss. Ich erinnere mich, dass ich mit dem am meisten Probleme habe. Bei dem muss man diese ganzen, seine ganzen Kugelgelenke anfeuern. Das ist nicht gut. Also, speichern und an Bord. Woher will ich denn eigentlich hin? Ah, ich muss wahrscheinlich bei allen drei Teilen hin. Der Völkert, der Auspost ist gleich in der Nähe. Aber wir gehen mal hier hin. Ich weiß irgendwie nicht wirklich, was ich beim anderen machen muss. Ich glaube, da würde ich dann einfach nur in diesem großen Raum rauskommen. Und ich weiß nicht, ob der mir weiterhilft. Ich habe auch seit ich da zuletzt war kein neues Upgrade bekommen. Also, ich weiß nicht, ob ich von da aus irgendwie was machen kann. Warum kommt dieses Geräusch hier? Okay, wir haben hier wenigstens einen kleinen Shortcut. Ein kleiner, kurzer. Warum kommt das Geräusch? Was war das für ein Geräusch? Wie gar niemand tippt, weil jeder ein Stück Pizza in der Hand hat? Nee, das sind die üblichen Streams, wenn ich irgendein Spiel spiele, das hier nicht zu populär ist. Deswegen fand ich ja auch den Tears of the Kingdom Stream am Ende nicht zu aufregend. Und keine Arsch, was schreibt. Aber so ist das Leben manchmal. Manchmal musst du realisieren, dass du gerade scheißlangweilig bist. Warte, komm ich hier durch? Ich glaube, ich komme an dem Eis nicht vorbei. Befürchte ich. Muss ich wirklich außenrum gehen? Wir gehen außenrum. Wir gehen außenrum. Ich habe keine andere Wahl. Wir machen die langweiligen Momente, die spannenden Momente noch spannender. Da sind nicht so viele spannende Momente im Prime 3. 400 Gegner eliminiert. Da kann ich nicht entlang. Oh crap. Ich hoffe einfach, ich bin noch auf dem richtigen Weg. Frage in die Runde. Welches wäre das größte Tier, mit welchem ihr es problemlos aufnehmen könnt? Ich könnte es mit keinem großen Tier aufnehmen. Ich denke, die meisten Runde wären zu groß für mich. Aber ich denke, mit einer Katze werde ich fertig. Da kann man einen kleinen Tritt geben und dann hat sich das Problem soweit gelöst. Diese dummen Raumschiffe. Lass mich nochmal in Ruhe. Warum seid ihr... Warum sind die überhaupt keine Raumschiffe? Was seid ihr überhaupt? Warum seid ihr? Ist das die Armee der Weltraumpiraten? Kleine Miniraumschiffe, die schnell kaputt gehen. Und sehr unpräzise Geschütze. Ein Schaf ist ein solider Gegner. Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht, was die Schafskämpfe angeht. Ich meine, so eine Ziege kann ziemlich zuschlagen mit dem Kopf. Die Ziege kann bockig sein. Ja. Ja. Die Ameisenbären ist ein etwas unkonventionelles Tier. Ich weiß nicht, womit... Haben Ameisenbären nicht diese unglaublich langen Krallen? Da bin ich mir jetzt gerade ein. Ich würde schwören, die haben unglaublich lange Krallen. Wo wird der Weg überhaupt hin? Ich habe das Gefühl, ich hätte hier... Ah ne, das war durch den Morphba-Schacht. Ah, okay. Oh, hätte ich da einfach zurückgehen können? Naja. Und langen Zungen quasi als Schluck der Tierwelt. Ist auf jeden Fall eine unkonventionelle Tierart zu bekämpfen. Geht mir weg. Ein Gürteltier wäre, glaube ich, auch gut bekämpfbar. Es kann sich zusammenrollen und sowas, aber... Naja. Mir macht es damit keine Sorgen. Ey, wer hat damit fertigt? Meine Hände sind förmlich Dosenöffner der Natur. Leute, die sich Bern- oder Tigerfälle aufhängen, sind veraltet. Warte, ich weiß, die Frage wird häufig gestellt. Aber gegen wie viele Kinder könntest du im Kampf gewinnen? Du dürftest auch Johnny für das Überraschungsmoment in die Menge werfen. Frage wird so oft gestellt. Ich kann mich gar nicht für eine Antwort entscheiden. Ich weiß nicht, wer überhaupt sich... ...fucking Tiger- oder Bärenfälle... ...an die Band hängt. Nachricht war so, als ob das eine Sache wäre, die Leute üblicherweise machen. Kanadier? Warum hängen sich Kanadier-Tigerfälle an die Band? Oh, das da muss ich, äh, ausmachen. Was, kann ich jetzt das Raumschiff holen? Ne, wir müssen das doch deaktivieren. Jetzt aber! Ja, jetzt leuchtet es auch orange. Ich hoffe, wir haben langsam genug Schaberdank mit dem Raumschiff getrieben, denn es wird langsam ein bisschen nervig. Au, au. Aber wenn die Gegner auf einen zukommen, dann wird es aber gefährlich. Oh, diese fucking Ladezeit in dem Spiel auch. Gott! Ja, ich muss sagen, Metal Prime 3 ist generell... Ich würde sagen, es ist doch noch ein Stück weit lang, weil ich die geistigste Erinnerung hatte. Das ist auch so super linear, man wird die ganze Zeit nur von A nach B geschickt. Ich meine, da gründet ja nicht mal irgendwas oder so. Man macht echt sehr viel nichts in diesem Spiel, habe ich das Gefühl. Aber gut. Wenigstens können wir angreifen. Nach Prime 1 ging es runter für deinen Geschmack. Weiß nicht mal, was das bedeuten soll. Obwohl das beide? Ich glaube, ich kann zum Bossgegner. Oh, was für ein Leben! Ohne Neuigkeit, ich habe direkt die Raumschiff-Message bekommen. Ich glaube, was mich auch nervt, ist, dass ich die ganze Zeit eins drücken muss, damit sie Dialoge weitererzählen. Warum? Erzähl doch einfach zu Ende, was ich jeden Satz wegdrücken muss. Gott, erzähl es doch einfach im Hintergrund, wie in jedem anderen Videospiel auch! Magst du Teil nach dem ersten Prime-Teil weniger? Sorry. Ne, 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 ne. Das stimmt so nicht. Er hat einfach was gegen das zweitliebste Metroid-Game. Bin aber auch damit aufgewachsen. In... Was... Was für... Inwiefern zweitliebstes Metroid-Game? Ist Metroid Prime 3 einfach das zweitliebste Metroid-Game? Ist das die Rolle von Metroid Prime 3 in dieser Welt? Gehen wir doch alle nicht auf die Nerven? Jetzt... Jetzt... Das ist mein zweitliebstes Metroid-Game. Hab's nur vergessen zu schreiben. Wenn das dein zweitliebstes Spiel ist, muss ich halt... Ich muss wirklich fragen... Wie viele andere... Du hast nicht so viele andere Teile gespielt, oder? Ich... Ich weiß nicht. Ich hab jetzt das Gefühl, es ist... Es ist relativ uninteressant Gameplay-technisch einfach. Ich hab alle gespielt. Und das ist der zweitliebste Teil. Ja! Komm, man wird immer nur von A nach B geschickt. Man kann nicht mal wirklich jemals frei erkunden. Dann diese ganze fucking Story. Die Gegner sind auch nicht so interessant zu bekämpfen. Das war halt mit Adam der erste Teil, den ich ohne Hilfe durchgespielt hab. Mit Adam der erste Teil, den du ohne Hilfe durchgespielt hast. Was sind das für spezifische Szenarien? Auf zum Bossgegner! Auf den freue ich mich schon sehr. Shane, ich weiß nicht, was du kompliziert dran findest. Ne, du sagst, der erste Teil, den du ohne Hilfe durchgespielt hast. Klingt so, als ob du davor irgendwie fünf Metroid-Teile mit Hilfe durchgespielt hast. Dann ADM und Metroid Prime 3 ohne Hilfe. Das ist ein sehr spezifisches Szenario, will ich sagen. Willkommen in den einzigen Gebieten, die optisch nicht komisch aussehen. Beziehungsweise halbwegs interessant. Sehr angelehnt an das Ende von Prime 1, natürlich. Au. Ich wollte sagen, ich wünsche ein bisschen mehr von den Spielen würde in so einer Gegend stattfinden. Aber dann musste ich an das Ende von Prime 3 denken. Und ich bin eigentlich ganz froh, dass dem nicht so ist. Mein Bruder und ich spielen die Games immer zusammen. ADM und Prime Trilogy sind meine Kindheit. Äh, und dann findest du, ich spiele besser, die du ohne deinen Bruder durchgespielt hast. Die Teile will ich natürlich nur mit der... Nein, mit dem PD angreifen. Okay, Bossgegner. Okay, Bossgegner. Mhm. Und jetzt müssen wir ein paar Kugeln angreifen. Lass doch mal offen. Oh, es ist jetzt schon so nervig. Oh mein fucking Gott. Man hat auch wirklich einfach nur drei Frames Zeit, um mal das Teil anzugreifen, bis es wieder zu ist. Ah fuck, ich glaube, er hat noch einen auf dem Rücken. Warum hat er das nicht getroffen? Nein, hol nicht die neuen Kugeln. Warum trifft er es am Rücken nicht? Gott! Oh mein fucking... Warum muss ich überhaupt den fucking Rücken angreifen? Oh Gott. Warum ist dieser Bosskampf so nervig? Was, 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 was will das Spiel von mir gerade? Was soll ich machen? Dankeschön. Das hat sich bestimmt einer wieder hergestellt. Nein. Ich muss sie kaputt machen insgesamt. Okay. Oh nein. Jetzt kommt die komische Scheiße. Warum sind die Füße nicht kaputt? Ich sehe gerade, das ist eine von diesen Statuen. Na, 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 na bitte nicht die Kugeln holen jetzt. Hat er sie geholt? Ne, hol mich ja auch nicht. Mach Schwachpunkt auf. Mach doch den fucking Schwachpunkt auf, Gott! Dass man doch wirklich immer nur so wenig Zeit hat, um ihn anzugreifen. Es ist so nervig. Das größte Problem ist, dass ich jetzt sterben werde. Was sind die Füße jetzt noch? Ach, der rechte Fuß ist noch ganz. Warum nimmt der keinen? Das war der linke Fuß, der noch ganz war. Na gut, ich habe eh verloren. Das war jetzt geschmeidig soweit. Was passiert hier überhaupt? Mach doch den fucking Schwachpunkt auf, Gott! Er läuft einfach nur umher. Warum kann ich den Schwachpunkt nicht angreifen? Warum lässt er mich nicht? Er hat seine Füße wieder repariert. Warum kann ich ihn nicht angreifen? Gott! Warum ist er immer noch für drei Frames offen? Oh mein fucking Gott! Ich komme nicht dazu, lang zu greifen. Bleiben die noch lang genug offen, wenn ich selber im Phase-Modus bin oder so? Ist das die Sache? Warum geht das daneben? Ich habe keine Zeit, um anzugreifen. Jetzt holt er wieder die Kugeln. Okay. Keine Energie für mich? Nein? Ist okay, wir brauchen auch keine. Ich finde diesen Bosskampf so irritierend. Ich finde ihn so irritierend. Der ganze Kampf besteht nur dadurch, dass ich ihn nicht angreifen kann. Das ist alles, worauf es besteht. Das ist doch so eine Scheiße. Man kann ihn einfach nicht... Man kann ihn die ganze Zeit über nicht angreifen. Das ist alles, worauf der Boss hinausläuft. Warum muss ich überhaupt schon Schaden nehmen, bevor ich zu ihm rübergehe? Aber okay, diesmal wissen wir Bescheid. Aber okay, diesmal wissen wir Bescheid. Warum macht er sich überhaupt Steinfüße? Er macht sich einfach Sprintstiefel oder was auch immer. Warum ist das überhaupt eine Sache? Wie soll man dem Angriff überhaupt ausweichen? Gott! Ich bin alles an diesem Boss so irritierend. Warum kommt die Energie nicht zu mir geflogen? Dankeschön. Okay! So, jetzt muss ich hoffen, dass ich in den roten Bereich mal langsam gehe. Damit sich meine Energie wieder auflädt. Dankeschön. Okay. So weit, so gut. Oh, ich sprinte direkt. Was zum Fick machst du da? Ah ja, jetzt kommt dieser komische Angriff. Das ist eigentlich so gebeugt, dass ich nicht sehen kann, woher das Zeug kommt oder... Soll man dem irgendwie ausweichen können? Soll ich das auch so machen? Fuck! Ich kann das auch so machen. Mogena. Was ist das jetzt, was du dir wünschst? Schon. Okay, Heilung. Wichtig. Das ist einfach nur der beste Kampf, den es jemals in dem Matrix-Spiel gab. Vergesst das bitte nicht. So, jetzt muss ich die Stelle an seinem Rücken irgendwie erwischen. Jetzt hätte ich sie erwischen können. Naja. Komm schon. Wir haben es. Ich glaube, wir haben ihn. Oh, mein fucking Gott. Jedes Mal aufs Neues dieser Boss und fucking Elend. Außer von... Oh ja. Sabus kotzt, glaube ich, ein bisschen. Wenn ihr nachher, wenn ihr Strahlung ausgesetzt wurdet und euch übergeben müsst, dann war es eine kritische Dosis. Schlechte Neuigkeiten an der Stelle, Samus. Das ist eine vorgeschrittene Strahlenvergiftung. Auf jeden Fall, äh, sehr geliebt Giftsab für MyLina. Saw, Sion, Sky, frischer Sub und Twilight Witch. 44 Monate. Resub, wieviel lieben Dank. Erweiterung für den Anzug erhalten. Hyperball einsatzbereit. Den werden wir bestimmt verwenden im Laufe des Spiels. Ich glaube, bestimmt einige, die bei Mogenar aufgehört haben und das Spiel für 5 Euro in den Games von der Nähe verkauft haben. Man ist nicht so wild. Man schafft ihn schon nach 1, 2 Versuchen, aber... Er ist einfach nur extrem unspaßig. Dieser Upgrade werden wir, ich glaube, in der nächsten Welt einmal verwenden und danach nie wieder. Ihhh! Was bist du überhaupt? Geh weg! So, wie lange habe ich jetzt gebraucht für die erst 2, 3,5 Stunden? Ach, meine Güte! Gehen wir Felsen an den Kern ab. Ich mag aber immer noch die Optik von diesen Gebieten. Es sieht super cool aus. Auch wenn ich den Boss an sich super scheiße finde, aber... Auf dem Hypermode-Schwierigkeitsgrad ist dieser Boss so unfassbar schwer. Das glaube ich sofort. Oh mein fucking Gott. Dürfte wahrscheinlich, abgesehen vom Ende... Oder bis zum Ende hin, auch der einzige Boss dahin, auf dem man auf Normalprobleme eventuell hat. Das nächste Gebiet mag ich auch. Ich habe das Gefühl, Leute, die solchen Erzählungen Glauben schenken. Das sind die Leute, die sich im Jahre 2023 noch irgendwelche Viren auf dem PC runterladen. Die genau sowas lesen und sie sagen, hey... Mit diesem Programm kann ich die Verseuchung aufheben und meine Anlage wieder betriebstüchtig machen. Ich kann es kaum erwarten. Ich bin mir sicher, Gore wird es gut gehen. Dem geht es bestimmt gut. Der gute alte Schild um den Meteor herum. Das kennen wir schon. Das ist auch optisch eine so viel interessantere Gegend. Vor allem ist es sehr viel anders als alles, was man bisher in Metroid gesehen hat. Brio war, ich meine, es war relativ... Ja, war eine Metroid-Gegend, eine Metroid-Prime-Gegend. Aber das... Das ist immer ein bisschen was Eigenes. Ich glaube, ich werde mir schnell was zum Trinken holen, ehrlich gesagt. Und dann werden wir Elysia erkunden. Ich hoffe, ihr seid bereit dafür. Wenn mich nicht alles täuscht, werden wir auf Elysia auch endlich mal das ein oder andere Power abkriegen. Ich glaube, auf Brio haben wir nur die Ice-Missiles und den Grapple-Beam bekommen, oder? Es war echt nicht viel. Aber Elysia, da ist halt einiges. Ja, Metroid-Prime 2 haben wir letzte Woche gemacht. Metroid-Prime 2 ist Metroid-Prime vorbei. Oh ja, die Musik. Die ganze Atmosphäre von Elysia ist super cool. Ich denke, das ist mein Lieblingsgebiet aus dem Spiel. Und das Wichtigste ist natürlich, die Wartungsdrohnen zu zerstören. Hey, das ist doch das eine... Ich meine, vielleicht gibt es noch ein zweites Mal, aber... Das ist doch ziemlich das einzige Mal, wo wir jemals diese Fähigkeit nutzen. Das heißt, ich hoffe, ihr fandet das so aufregend wie ich gerade. Denn ich fand es ziemlich aufregend. Das ist doch so eine komische Fähigkeit, die sind dann wiederum. Vielleicht gibt es noch einen Bosskampf, wo es hilfreich sein kann, aber... Ich weiß nicht. Ich vertraue dem Blitz nicht so ganz. Himmelsstadt Elysia. Nicht unbedingt eine Gegend, wo ich wohnen wollen würde. Das Gefühl, man geht nur einen falschen Schritt und stürzt in den Tod, aber... Das ist okay. Ich weiß nicht, welche Fertigkeit... Der Blitz aus dem Morphball, beziehungsweise wenn man im PED-Modus die Morphball-Bombe einsetzt, macht man so einen komischen Blitz. Den habe ich nach dem dummen Bosskampf von eben bekommen. Und das war auf jeden Fall absolut wert. Oh, oh, Roboter. Ich hoffe, die werden uns nicht angreifen. Man sieht, das sind Hightech-Geräte. Das sind doch Roboter aus den 70ern, müsst ihr wissen. Die sind doch nicht so modern. Es gibt ein Achievement dafür, wenn man mit den Boost-Ball die bekämpft. Darauf freue ich mich schon sehr. Welches der Prime-Games ist so angesehen das Beste? Ähm... Kommt drauf an. Also bei generellen für die Normies. Für die Nicht-Prime-Fans ist es Teil 1. Aber ich würde sagen, für Leute, die... Für die Prime-Fans... Ist es für die Meist wahrscheinlich Teil 2. Bzw. ich würde sagen, Teil 2 ist der beste Teil. Teil 1 hat auch so seine Vorzüge, aber Teil 3 ist komisch. Ich denke, darauf können sich alle einigen. Ich mag 3, hab damit gestartet. Ich meine, das ist auch, äh, worauf's designt ist. Das ist von irgendjemandem das erste Metroid Prime ist. Was komisch ist, weil es das letzte ist, aber... Naja, Prime 3 halt. Ich denke, Prime 3 ist ein bisschen... Hab ich aufs vorhin schon angemerkt, aber... Ah, fuck. Ich find's ein bisschen komisch, wenn man's heutzutage spielt, dass er wie... Ja, aus seiner Zeit einfach ist. Komisch im Sinne von schlecht. Schlecht ist ein großes Wort. Aber ich find's schon weniger gut, als die anderen. Ich will nicht sagen, dass Prime schlechtes Spiel ist, denn ich denke nicht, dass es ein... Also Prime 3 ein schlechtes Spiel ist. Ich denke nicht, dass es eins ist. Es ist nur echt nicht, was ich als Prime-Fan wirklich wollte. Es ist auch sehr linear. Generell ein bisschen komisch vom Ton her. Und nur das Metroid Prime Remake auf der Switch gespielt, fand ich ja auch nicht so berauschend. Hab's circa vier Stunden abgebrochen. Ja, in Metroid Prime 1 ist halt die Sache, dass man... Gehst du mal weg? Dass man super viel dummes Backtracking hat. Dass man super viel dummes Backtracking hat. Sinnloses dummes Backtracking. Von dem man meinen würde, wenn man schon ein Remaster oder ein Remake von dem Spiel macht, dass man dann vielleicht das ein bisschen fixen könnte. Aber sie haben sich dagegen entschieden. Aus mir absolut unerklärlichen Gründen. Sie hätten Prime 1 so viel neues Leben einhauchen können, aber sie haben es einfach nicht gemacht. Und das verstehe ich nicht. Das ist halt wirklich einfach nur ein grafisches Upgrade. Ich bin ein beschäftigter Mann. Wenn man mir auf den Hinterkopf klopft und mir die Richtung zeigt, ist es nicht schlimm. Ich weiß, das macht Metroid Prime generell auch. Das finde ich jetzt auch nicht weiter schlimm. Ich denke, die generellen Räume, die man macht, sind einfach nicht so interessant. Und nicht so eigentlich spaßig, habe ich das Gefühl. Backtracking ist wirklich schlimm. Ja, vor allem in Prime 1, es gibt so viel Backtracking, wo es nicht wirklich einen Grund dafür gibt, außer sie Spielzeit gestreckt haben. Hör ich da Roboter? Vielleicht auch nicht. Vielleicht auch doch. Ich liebe diese Roboter. Sie sind so primitiv. Es ist so dumm. Sie sind viel zu primitiv für diese Welt. Können das Bioshocks sein? Hey, hör auf, die Roboter wieder zu beleben. Hypermode versagen? Du bist eine Hypermode-Versager. Komm schon, wo ist er denn? Ja, er scheint erst dann aufzutauchen, wenn ich genug gekillt habe von denen. Bioshock ist für mich Metroid Prime für dich. Was bedeutet das? Bedeutet das, dass das Bioshock für dich wie Metroid Prime für mich ist? Ja, genau. Okay. Ich verstehe. So, wir haben einen Energy Tank bekommen. Und das ist eine ein bisschen enttäuschende Belohnung, ehrlich gesagt. Ich würde gerne mal eine neue Fertigkeit bekommen. Das bestimmt nochmal angucken. Vielleicht auf der Gamecube nächstes Mal, damit der legendäre beste Controller zum Einsatz kommt. Ja, Metroid Prime Switch und Gamecube-Version sind relativ identisch. Das meine ich sehr identisch. Prinzipiell könntest du mal in Teil 2 reinschauen. Metro Prime 2 hat kaum von diesem dummen Backtracking. Es ist ein gutes Stück anspruchsvoller, weil es diese Schattenwelt gibt, aber... Ich meine, ich kam damals mit 12 Jahren ziemlich weit in Prime 2. Ich denke, du schaffst das. Ich kam mindestens bis zum Spider-Ball-Wächter mit 12. Gamecontroller ist überbewertet. Ja, auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite nein. Ich meine, ja, ist ja ganz offensichtlich. Vor allem, wenn Leute ihn heutzutage noch irgendwie... benutzen wollen und so. Finde ich auch ein bisschen albern. Ich meine, Gamecube-Controller für Gamecube-Spiele. Also heutzutage für neue Spiele oder so. Gamecontroller sowas zu verwenden. Das bräuchte ich jetzt auch nicht. Oh nein. Oh nein. Nicht die Segen. Oh nein. Nein, nein, nein. Warum machen wir überhaupt eine Achterbahnfahrt? Was ist das hier? Sicherheitsabdeckung blockiert den Zugang. Verbundene Zielpunkte erfordern gleichzeitig Beschuss. Seeker-Missiles? Der beste Smash-Controller. Ja, da, da, ich wollte dazu was sagen, da hatte ich mir... Ich meine, es wird schon sein Grund da, warum die ihn verwenden. Sollte Leuten nicht erklären, dass sie falsch liegen damit, aber... Viele Casuals spielen sich auch auf, als ob sie den benötigen. Und dazu muss ich sagen... Okay. Okay, komm schon. Du kannst auch mit dem Switch-Pro-Controller spielen. Ich denke, du musst dich nicht zu sehr aufspielen. Ah ja, werden wir von den Top-Playern und sowas reden. Ich meine, es sind ja dann auch Leute, die bei anderen Fightern sich diese riesigen Sticks und sowas holen. Ich denke, da wird schon Sinn ergeben. Wahrscheinlich. Werden sie aber nicht ohne Grund machen. Oh oh. Was ist passiert? Abgesehen vom Deep-Bet ist er genial, meiner Meinung nach. Ich liebe das Design der Buttons von A, B, Y und X. Dass man sich nicht die Buchstaben merkt, sondern einfach die Form der Buttons. Aber man ja braucht die nicht unbedingt. Ist halt trotzdem geil. Gerade, wenn man mit ihm aufgewachsen ist. Ja. Weil es mal generell die Buttons ganz angenehm vom A-Knopf aus alle ansteuern kann. Ist ziemlich nett. Wii U Pro-Controller ist natürlich der beste Controller. Wii U Pro-Controller ist wahrscheinlich... Neben den Joy-Cons... Wäre wahrscheinlich mein Kandidat für den enttäuschendsten Nintendo-Controller. Ehrlich gesagt. Den Wii U Pro-Controller fand ich schon richtig scheiße. Er braucht auch so ein Material, das sich immer super eklig anfühlt. Wenn man dann auf Empfehlung ist, ist es möglich, Metro Prime 2 angucken. Ja, es hat halt so eine Schattenwelt. Aber Metro Prime 2 ist ein gutes Spiel. Goh! Kann ich dann in den AC einsteigen? Wartung beendet. Können diese kleinen Wartungsrohme da. Ich weiß nicht, ob Samus in den Mac geht, aber ich würde mir wünschen, dass sie den Soldier Boy cranken würde. Akkulaufzeit und Form fand ich gut. Dass die Sticks oben waren, war mal anders. Kannst du ja... Von mir aus kannst du den Wii U Pro-Controller mögen. Ich fand ihn richtig scheiße. Ich habe auch bis heute noch Bayonette 1 und 2 auf der Wii U. Und auch wenn ich die Spieler an sich... Sollst du mir sie mal auf der Switch holen? Ich will sie echt nicht mit dem Pro-Controller spielen. Der Gedanke daran macht mich ein bisschen sauer. Hier kommen wir auch nicht raus. Okay. Ich nannte die einzigen guten Punkte von dem Ding von Mögen, sprach ich nicht. Hä? Aber dass die Sticks oben waren sind für dich... Ich meine, das ist ja nicht mal gut. Das ist einfach nur... Ich fand das ehrlich gesagt schlechter als die üblichen Stick-Positionen. Ach du schon wieder. Ich denke, wie die anderen Control-Sticks positioniert sind, ist schon besser als beide oben. Beide oben war einfach die Wahl, die weder Microsoft noch Sony gemacht haben. Und es hat seinen Grund, warum sie es beide nicht gemacht haben. Und es hat seinen Grund, warum es auf der Switch dann anders gemacht wurde. Warum da dann... Man die Xbox... Äh... Wie auf dem Xbox-Controller es angeordnet hat. Und auch wie auf dem GameCube-Controller. Warum haben sie es bei der View überhaupt aus Prinzip anders gemacht? Das war ein bisschen komisch. Beim Steam-Deck liebe ich es auch. Beim Steam-Deck ist auch was komplett anderes. Weil es irgendwann mal damit dann, dass es kein Controller ist. Switch-Pro-Controller ist Low-Key einfach gut. Das Gefühl, wie viele Leute lieben den Switch-Pro-Controller ein bisschen mehr, als ich nachvollziehen kann. Aber er ist in Ordnung. Kein gut mit ihm leben. Und da lässt er sie also auferstehen. Nein! Nein! Man hat kein Radar in diesem Modus. Warum eigentlich? Was hat es damit auf sich? Wäre ein Radar zu hilfreich gewesen? Werben! Ich glaube, dass nächste Woche eine Direct ist. Ich meine... Viele Leute scheinen darüber zu reden. Also... Wird schon stimmen. Eine normale Direct wäre ganz nett. Ich meine, seit der Direct kamen Pikmin 4 und Zelda raus. Also... Ich denke, sie könnten schon ruhig noch eine machen. Natürlich werden sie kein Metroid Prime 4 zeigen. Ich meine, an dem Punkt davon auszugehen, dass sie Prime 4 zahle. Also bitte. Wird jetzt so viele Directs ohne Prime 4. Das ist wie mit den Leuten, die von den Switch 2 Leaks reden. An dem Punkt hatten wir so viele Directs und so viele Momente, wo die Switch 2 nicht gezeigt wurde, dass an dem Punkt irgendwann muss es ja passieren. Nun gehe ich mit einer umgekehrten Meinung ran und denke, dass es jetzt erst recht nicht passieren wird. Ah ja, es war eine Direct von dem neuen... Ach ja, stimmt. Die Mario Bros. Wanda Direct. Ja, es wäre komisch, wenn nächste Woche eine Direct kommen würde. Stimmt. Stimmt. Es war diese Mario Direct, die ich komplett vergessen. Wäre sehr früh für die nächste Direct. Ich meine... Ich wäre bereit. Ja, nächstes Jahr... Ja, ich hätte mir vorgestellt, dass dieses Jahr eine neue Konsole kommen könnte ursprünglich. Weil ich mir dachte, ja gut, jetzt kommt noch Tears of the Kingdom als letzter großer Switch-Titel. Und danach ist Feierabend. Aber, ja... Ja... Konsolen-Lebenszyklen sind... Die wurden ein bisschen länger in der Zwischenzeit. Es funktioniert alles nicht mehr ganz so wie damals. Heutzutage ist die Konsole weit über ihre... Äh... Wäre eigentlich ihre Lebenszeit hinaus. Man denkt sich... Äh... Dann können wir noch ein Jahr in ihr einchen rausholen oder zwei. Sicherheitsklammer fixiert die Lücke. Bin ich aber gar nicht nett von dir. Letztes Jahr gab es auch Augustensplatoon-spezifische Direct. Im September der normale Direct. Ja, aber vor Mario Bros. 1, da war ja die andere Direct auch nicht so lange her. Das heißt, an dem Punkt... Das wäre... Das wäre eine rekordverdächtigte Direct-Dichte, wenn wir noch eine bekommen würden. Nichts Wochen, glaube ich. Wenn es nicht bei uns gewesen ist, hätten sie Tiers auf der Kingdom 4 Switch 2 als Launch-Titel aufgespart. Nö. Ich meine... Wäre nicht verkehrt gewesen, aber... Keine Ahnung. Ich denke auch nicht, dass... Nötig gewesen wäre. Die können doch einfach Sunshine 2 als Launch-Titel bringen. Habe ich recht? Außer von Maximus Prime. Sechs Monate. Resub. Wie lieben Dank. Ich meine... Ich denke, wenn sie ein Mario-Spiel zum Launch der nächsten Konsole bringen, wäre das halt... Wahrscheinlich sogar noch stärker, als wenn sie mit Zelda launchen, ehrlich gesagt. Mario-Spiel sind natürlich auch welche, die die ganzen Nicht-Gamer mögen. Bisschen schade, dass sie keinen Odyssey 2 gebracht haben. Odyssey wäre auch noch so wenig wie Galaxy auch. Wäre da noch sehr viel Raum gewesen für mehr, aber... Naja. Möge die echte Gamer, mag nur Spiele für echte Gamer. Ganz recht. Außer von Pipi-Maker. Das ist auch eins meiner Talente. Äh, frischer Sub. Wie lieben Dank. Mario Kart als Launch-Titel... Wäre... Das ist nicht wirklich realistisch. Ich meine, Mario Kart würde Sinn ergeben als Launch-Titel, aber... Das wäre das absolut erste Mal, dass eine Nintendo-Konsol mit Mario Kart launcht. Das heißt, es wäre schon eher... An dem Punkt, das ist mehr Spekulation als alles andere, denn... Nintendo-Konsolen launchen immer mit relativ ähnlichen Spielen. Und Mario Kart hat wir bisher noch gar nicht als Launch-Titel. Also, ich denke, so realistisch ist es nicht. Mario Kart 8 Super Deluxe. Oh yeah. Da kriegen wir noch ein paar mehr Strecken aus Mario Kart Tour. Nein, sie sollten einfach mit Mario Kart Tour mit der Controller-Support launchen. Das wäre es doch. Das wünschen wir uns doch alle. Ich werde in Breath of the Wild Tears of the King Remastered für die neue Konsole save. Ah, fuck. Nein, warum bin ich jetzt hier? Nein! Jetzt muss ich wieder... Sehr gut. Ich würde eher mit Abwärtskompatibilität rechnen. Prinzipiell eine Sache, die die letzten Nintendo-Konsolen immer gemacht haben. Bis auf die Switch-Hardware-bedingt. Aber... Auf der Wii kannst du Gamecube-Spiele spielen. Auf der Wii U kannst du Wii-Spiele spielen. Ich meine, ja, Switch ist gut. Hat halt keine CD-Laufwerke. Also, was willst du machen? Ist nicht so, als ob so viele Leute im Wii U-Spiele besessen hätten. Ja, und aktuell haben eigentlich alle Konsolen Abwärtskompatibilität. Also, es wäre komisch, wenn Nintendo es nicht machen würde. Vor allem die Handhelds waren natürlich auch immer abwärtskompatibel. Ich hatte das Gefühl, das ist eine Sache, auf die sie immer Wert gelegt haben. Sofern es realistisch machbar war. Du kannst ja auch zum Beispiel deine Gamecube-Advance-Spiele auf dem DS spielen oder sowas. Einfach mehr Amiibos rausholen. Ich verstehe nicht, wie immer noch Amiibos rauskommen können. Für mich sind Amiibos einfach schon vor so langer Zeit verschwunden. Wenn wir ein neues Spiel kommen, bei dem irgendein featurend Amiibo gelockt ist, denke ich mir, wie kann das immer noch eine Sache sein? Wie können die immer noch daran festhalten? Das gibt es doch nicht. Ich meine, Leute kaufen die ganz offensichtlich noch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sich noch wirklich so gut verkaufen wie damals. Ich meine, heutzutage ist hauptsächlich, wenn du eine Special Edition vorbestellst, kriegst du ein Amiibo dazu. Aber das ist ja noch beschissener als alles andere. An den kommst du ja dann gar nicht mehr, wenn du nicht die Special Edition innerhalb von den ersten zwei Minuten, als das Spiel auf Amazon gelandet ist, vorbestellt hast. Das sind ja immer so extreme Limited Editions. Oh, oh! Was ist denn der da für ein Schwengel? Verteidigungsdrohne. Muss ich grappeln? Yeah. Jetzt wird gegrappelt. Nein, ich muss oben auf den Kopf schießen. Red ich mal um. Dankeschön. Starker Damage soweit, möchte ich einfach mal anmerken. Ich wünsche, dass ich weniger Schaden genommen hätte, aber das ist okay. So ist manchmal das Leben. Ja. Es hat fast gereicht. Ich kriege ein paar Leben zurück. Verteidigungsdrohne haben wir so gut wie down. Ich habe immer noch keinen Balderskate 3 gespielt. Ich bin noch aktuell dabei. Ich will als nächstes, als nächstes großes Video das PSP-Video, äh, PS-Vita-Video machen. Und dementsprechend bin ich jetzt sowieso aktuell dabei, äh, Vita-Spiele zu spielen. Ich habe diese Woche Uncharted Gold und Killzone Mercenary durchgespielt. Ich dachte schon, er hat jetzt schon, äh, generell zugemacht gerade. Ich war nicht begeistert. Ich habe aktuell viel Spaß mit den Vita-Spielen, danke der Nachfrage. Ich weiß nicht, ob ich mir ansonsten noch irgendwelche Vita-Spiele vorab durchzuspielen für das Video. Und hast du jetzt zwei Best-Titel der Vita gespielt? Ja, vermutlich. Ich habe auf jeden Fall noch ein paar, äh, Must-Play-Titel, die ich reinschauen muss. Gravity Rush zum Beispiel. Vita finde ich irgendwie nicht so nice, eher so Trash. Hast du eine Vita? Das Gefühl, Leute sind immer sehr, äh, kritisch der Vita gegenüber, aber sie hatten nie eine. Also, ich habe jetzt soweit eigentlich einige, äh, Vita-Spiele gesehen, die ich erst mal relativ interessant finde. Mal schauen. Ich habe ja auch eine East halt für die, äh, Vita geholt. Das könnte noch ganz nett werden. Isaac ist nicht mehr im Vita-Store, äh, auf der Vita, tragischerweise. Natürlich, warum fragst du, ob ich keine besitze? Weil du gesagt hast, als ob du, äh, jemals darauf was gespielt hättest, aber schon okay. Ich meine, so schade ist es nicht, dass Isaac nicht... Ich meine, Vita-Store ist generell kaum mehr Zeug. Er ist generell sehr leer. Ich habe Isaac auf der Wii U. Gute alte Wii U-Version. So, war eins der, äh, letzten Spiele, die ich mir noch runtergeladen habe, bevor dann der Store, ähm, geschlossen ist. Geschlossen hat. Geschlossen wurde. Okay, es wird erst mal und nach die beste Handheld-Konsole. Äh, äh, nein. Na, das ist ein starkes Nein von meiner Seite aus. Ich denke, die PSP war, äh, um Länge besser als die Vita, von den Spielen her. Ganz zu schweigen von den, äh, DS-Konsolen. Oder dem Game Boy Advance. Nee, 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 nee. ... Wo wir letztes Jahr Lündrad draufkaufen, verkauft es doch nicht nirgends mehr. Also kam der Pirat nur zum Einsatz. Ja, man kann relativ leicht Indivita hacken. Was habe ich überhaupt gerade aktiviert? Okay, 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 okay. Was ist eigentlich... Was habe ich mit dem einen fucking Typen los? Gott. Ich verstehe ja, dass manche Leute ein bisschen... ...die Aufmerksamkeit hier wieder brauchen, aber... Also... Jede fucking Nachricht so ne Scheiße. PSP war klasse, allein in Techforce Games, drauf sind jeden Penny Bärt. Irgendwann werde ich bestimmt den 5DS-Timer weiterspielen. Leider ich bin anstrengend? Nein. Steam Deck Handheld slash Konsole der mobiler PC. Steam Deck ist ein Handheld. Ich denke, da gibt es nicht zu viele Zweifel dran. Krieg ich nicht weiter. Machst du auch Vergleich zu Playstation TV? Du hast ja einen noch, oder? Ah, Playstation TV nur... Oh, pass mal auf. Shit, komm schon. Warum ist die Kamera jetzt falsch? Ja, Playstation TV nutze ich natürlich, um Gameplay an sich aufzunehmen. Kriegt er Chiefer, wenn man alle direkt umrollt, aber... Das hab ich verkackt. Ich hoffe, da PSP hat ein Fast and Furious Spiel gespielt. Äh, dass es nur auf Englisch gab, hat mich damals immer gefragt, was Buy und Sell hieß. Ja, da mussten wir alle früher oder später mal durch. Erstaunlicherweise ist aber Playstation TV relativ unnütz, um Vita-Spiele darauf zu spielen, weil die alle einfach unglaublich viel von diesem dummen Touch-Gimmick und sowas nutzen. Oder der Gyro-Sensor. Ja, der faule Roboter, die haben den immer noch nicht repariert. Die Reparaturdrohnen, die Wartungsdrohnen, die sind einfach so unnormal faul. Wisst ihr, was ich bei der Vita immer noch absolut unerklärlich und erstaunlich finde? Die Vita hatte keinen Monster-Hunter. Haben sie das überhaupt hinbekommen? Das weiß ich nicht, ein Item irgendwo... Hat Sony nicht irgendwie die Macht gehabt, zu Capcom hinzugehen und zu sagen, hey, bring mal einen Monster-Hunter auf die Vita hier, wir habt ja eine Handvoll Geld. Sie haben es einfach nicht gemacht. Ich meine, es kam so ein Monster-Hunter, so ein Japan-exklusives MMO. Natürlich werden jetzt sagen, werter Streamer. Wir brauchten keinen Monster-Hunter, denn wir hatten Soul Sacrifice. Ich bin vertraut mit Soul Sacrifice, ich habe es gespielt. Die Vita mit Triumph dominieren. Das wäre nicht mal ein neuer Teil. Das war nur ein Port von dem Vita. Aber ja, dass sie einfach... Fand ich auch erstaunlich. Das wusste ich gar nicht, dass die Vita einfach kein Monster-Hunter hatte. Aber... Es ergibt alles Sinn, dass die Vita ein Flop war. Die Vita ohne Monster-Hunter ist halt so, als würde Nintendo Handheld ohne Pokémon rauskommen. So viele Leute hatten spezifisch eine PSP, um darauf Monster-Hunter zu spielen. Und dann habt ihr keinen Monster-Hunter auf der Vita? Ja, die PSP war die Monster-Hunter-Konsole. Oh, der nächste Woche kommt übrigens auch ein Handheld-Video. Ich drehe mich kurz ein bisschen, weil ich die Remote zur Seite lege. Äh... Shit. Oh Gott, Kopfhörer, lass mich nicht im Stich. Nächste Woche kommt übrigens ein Video über dieses wundervolle Gerät. Um in diesem, äh... In diesem gut geschauten Stream Werbung dafür zu machen. Das gute alte, äh... Supervision-Video. Es wird kommen. Habe ich die Woche dafür ein bisschen, äh... Zeug gefilmt und sowas. Schien mir gerade passt zu sein, weil wir über Handhelds geredet haben. Äh, Supervision ist, äh... Scheiße. Mehr gibt's dazu nicht zu sagen, erst mal. Bei dem wird niemand Wort darüber verlieren, dass es vielleicht der beste Handheld war. Das kann ich euch versprechen. Noch nie gehört? Ich auch nicht. Beziehungsweise vor diesem Video, äh, nicht. War so ein Gameboy-Klon von damals, aber... Ich denke, das ist ganz interessant. Hat natürlich auch ein paar eigene Dinge gemacht. Hat er aus irgendwelchen Gründen 65 Spiele. So, hier spiele ich gerade irgendwas von mir, oder soll ich einfach nur... Roboter töten. Das sieht nicht so aus, ob ich hier gerade irgendwas anderes machen kann, außer... Roboter zu töten. Lieber reale Gamer wie Morgi schauen, als all die VTuber, die immer das gleiche sind. Richtig. Ich sehe mich auch als, äh, gegen... Als Gegensatz zu VTubern. Verabreichung des Gegenmittels zeigt umgehend Wirkung. Phase-Verseuchung der Aurora-Unit auf Null-Niveau. Wie war dein 1er Gameboy nochmal gemollt mit dem größeren Bildschirm und dem Backlight? Inwiefern wie? Es war so ein Funny-Play-Pack. Heißt das. Oh nein, nicht Gorr. Dabei dachte ich, Gorr wäre auf unserer Seite. Wir haben die Aurora-Einheit gerade wieder hergestellt. Was erzählst du da? Naja, gut, dann... Gehe ich mal wieder. Warum sind die alle böse auf einmal? Lass mich dir von einer kleinen Chemikalie erzählen. Nämens Phasen. Und dieses Phasen sorgt dafür, dass alles böse wird. Man könnte sagen, es korrumpiert alle. Siehst du, hat Korruption gesagt. Ja, dachte ich mir. Wir haben kommuniert mit AU-242 auf Olympus und erfahren, dass ein Leviathan impactete Elysia und beginnend zu spüren. Wir müssen diesen Leviathan destroyen und stemmen die Tide der Korruption so schnell wie möglich. Wir haben ein Plan. Das ist der Ungott. Das habe ich gemerkt, er hat mich angegriffen. Jetzt erkennt man die Kopftextur. Er ist ja gar nicht sein offenes Hirn. Ich meine schon so ein bisschen. Es ist einfach nur ein Gehirn. Also so ein gewisser Gehirnstatus, der lässt sich nicht verneinen. Großer Fan davon, dass ich keinen Upgrade oder so bekommen habe. Wo will ich überhaupt hin? Will ich wieder zurück? Ich glaube, ich will mal zu dem Mittelteil wieder rüber. Und schauen, was der alte Gordor treibt. Machen wir das. Warum sind die Gehirne immer so schlau in Spielen? Wir haben doch alle ein Gehirn. Dieses Gehirn ist erstens mal so groß wie eine Einzimmerwohnung. Wie ein Kleinwagen. Bei welcher scheinbar so groß wie eine Einzimmerwohnung. Und zum anderen, ich habe das Gefühl, speziell die Aurora-Einheit machen viele Fehler. Ich mag an sich den Look von Samus' Anzug aus dem Spiel. Aber ich sehe schon, viele Leute sind nicht zu begeistert davon. Der aus Fusion sah schrecklich aus. Hier ist kein Gordor zu sehen. Wie oft hast du Prime schon gespielt und wie lange ist das letzte Mal her? Was ist das, was ich weiß nicht, welche durch abgepragt? Oh oh. Jemand greift mein Schiff an. Wir müssen zurück. Ich mag den... Ich mag den Light Suit. Außer Prime 2. Ich mag den Light Suit. Aber an sich ist das das dritte Mal, dass ich Prime 3 im Stream spiele. So viel kann ich euch sagen. Am letzten Mal gibt es noch eine Aufzeichnung. Keine Ahnung, wann das war. Ein, zwei Jahre her. Fusion suit in Prime 1. Der sieht auch scheiße aus. Sieht sogar unglaublich scheiße aus. Abgesehen davon hatte ich den nie. Keine Ahnung, Trilogy mit Punkten irgendwie freischalten. Aber ich habe den nie verwendet. Schon allein deswegen, weil er scheiße aussieht. Ja, Prime 4 hat bestimmt super coole Suits. Der Suit steht ihr ziemlich gut. Oh Gott. Okay. Nicht runtergefallen. Sehr schön. Ich hoffe einfach, ich bin noch auf dem richtigen Weg. Warum ist Prime 3 nochmal schlechter? Ich meine, Prime 3 ist nicht zwangsweise schlecht. Das ist nur sehr anders. Ich denke, das passt es ganz gut zusammen. Ich bin in dem Fall nicht der größte Fan von dieser Versessenheit darauf, ob es gut oder schlecht ist. Ich meine, wenn wir von einer anderen klassischen Spielereihe reden, von der Dark Souls Reihe. Ich nehme mir mal raus, dass ich sage, Dark Souls 2 ist in der Tat, ich muss sagen, es ist spielerisch kein zu gutes Spiel. Prime 3 ist jetzt nicht, ist nicht unfertig oder so. Ich würde nicht sagen, dass es zwangsweise schlecht ist, aber... Ja, selinear hat sehr wenig von dem eigentlichen Charakter von Metroid. Ist jetzt sehr anders. Hat nicht so ein Metroid Replay Value, was sehr schade ist. Ja, sie wollten halt wirklich dieses große Big Budget... Große Big Budget FPS Reihe der Wii werden. Oder es sollte die sein. War wohl noch vor Conduit, habe ich recht? Ah ja, und... Ja, na, na... Nicht optimal. Feuere mich rüber, Kanone! Das Spiel hängt sich ein bisschen auf, hat das okay? Mein Rumpf! Aus dem Weg, Jungs, mein Rumpf wird beschädigt! Ja, Conduit war der... Das war der große Online-Shooter, der Wii. So einen großen Online-Shooter oder generell, äh... Große First-Person-Shooter zu haben, das war... Das war wichtig zu damaligen Zeiten. Hot Bowling! Davon rede ich. Könntest du nicht ohne. Der Online-Spieler of the Wii. Klingt was für hippe Leute, außer Mario Kart und Smash. Aber so ein Shooter... Du hast nicht Brawl Online gespielt! Oh-oh, mein Raumschiff. Du hast Brawl nicht Online gespielt! Du weißt gerade nicht, wovon du redest! Denn wenn du Brawl Online gespielt hättest, wäre diese Aussage nicht zustande gekommen. Brawl war so fucking unspielbar online. Es war unglaublich. Goh, lass mein Rumpf in Ruhe! Just in time! Just in time! Just in time! Ich hab... Hey, Funktion, man hat halt nur 8 Spieler auf jeder Map, was ein bisschen lahm war, aber ansonsten... War schwer in Ordnung. Soon, everything will be corrupted. I've missed the last one. Was Iạien? Was ist das? Okay, Gorr. Läuft doch ganz gut so weit. Au. Hey. Hör doch auf jetzt. Ich treff doch so. Ich treff doch so nicht. Gorr. Wo kam die Leben her? Ich geh schon in den Power-Modus. Oh, du springst wieder. Hör doch auf. Dankeschön. Oh, das war es wert. Ich sehe da jemanden rausstehen. Weißt du, wie klappt? Nee, hat es nicht. Ich werde mit meiner Energie los. Warum liegen ja so viel Leben am Boden? Wirklich? Wirklich? Ich muss den Kopf treffen. Jetzt müssen wir über seinen Schnippi treffen. Bestand. Hey, warum kann ich jetzt wieder... Oh mein Gott. Was? Ich liebe es, wie die Kamera sich einfach wegdreht, wenn man auf ihn zurollt. So eine Scheiße. Jetzt ist das... Warum dreht sich die Kamera immer, wenn ich mich auf ihn zubewege? Tut mir leid, Gorr. Ich muss gerade mein Phasen loswerden. Oh, oh. Er ist auch im Phasen-Modus. Ich glaube, es hat ja keine Verteidigung mehr. Tut mir leid. Aufgehen! Nicht, Gorr! Nein! Dabei kannten wir ihn doch so gut. Er hat ganz am Anfang den Berserker getackelt. Aber ernsthaft, komm, dass die Kamera sich so dreht, wenn man... Wenn die Aufgabe ist, dass man unter ihm mit einem Boost-Ball durchrollt, wenn man dann auf ihn zurollt, die Kamera sich komplett ändert, das ist doch Schwachsinn. Und wir haben den Plasma-Beam. Ich wollte Phasen-Zug sagen. Wir können einfach den Plasma-Beam. Jetzt wird ein bisschen Plasma gefeuert. Ich glaube, die Kamera kommt nicht darauf klar, wenn er am Rand der Arena ist. Das kann sein. Das kann gut sein. Wir können nicht an Bord gehen. Denn das Raumschiff ist beschädigt. Haben wir hier vielleicht ein paar Wartungsdrohnen, die mir dabei helfen können? Das ist auch eine komische Entscheidung, dass man nur einen Beam immer hat in Prime 3. Das ist ja so eine Entscheidung, die ich nicht ganz nachvollziehen kann. Warum dachten sie, dass das Beam wechseln, dass das zu viel, dass es nicht gestreamlined genug ist? Finde ich komisch. Bin ich auch kein Fan von. Da würde ich mir wirklich wünschen, dass sie das nicht so gemacht hätten. Ich meine, Prime 3 nicht so viele Upgrades ist etwas schade. Ja. Du sagst denen, ja, es ist Metroid Prime 3, dann kein richtiges Metroidvania oder nur sehr abgespeckt in dem Aspekt. Das heißt, es ist kein richtiges, also, doch, klar, es ist eins. Ich meine, es ist Metroid. Aber, ich meine, du hast auch viel zu erkunden und sowas, aber die generelle Progression ist halt sehr linear. Du bist immer von Punkt A nach B geschickt. Ich weiß nicht, was in Metroid Fusion an sich auch so war, aber für den Fusion hatte man trotzdem ein bisschen mehr selber zu erkunden noch. Man hat auch im Kampf nicht viele Taktiken, denen man nachgehen kann. Weil man nicht mal die Beams wechseln kann oder so. Das heißt, kannst du entweder einen Kampf mit normalen Beam machen, womit er Jahre dauert, oder mit dem PED Beam. Beam Stack ist eigentlich auch Metroid. Ja. Aber trotzdem hast du andere Möglichkeiten im Kampf dann noch. Hauptsächlich Missiles, die sind jetzt hier nicht wirklich, die sind generell extrem unnütz in dem Spiel. Ich weiß nicht, ob sich das noch ändern wird, aber ich weiß nicht, ob die Kämpfe laufen immer darauf hinaus, dass man mit dem PED-Suit was macht. Bei den meisten Kämpfern ist es auch relativ egal, ob man getroffen wird, denn die Sache ist, im PED-Suit ist man... Man ist unverwundbar im PED-Suit, beziehungsweise im PED-Modus. Die Roboter schmelzen, das ist auch ziemlich cool. Das heißt, es gibt auch an dem Punkt nicht wirklich Grund auszuweichen. Macht keinen Unterschied. Der einzig Grund, warum man ausweicht ist, um dem Spiel das Gefühl zu geben, dass man es auch richtig spielen will. Dem Punkt kann man es auch einfach God-Mode nennen, nicht wirklich. Ich denke, das Kommen ist damit deutlich uninteressanter. Hey, ein Energy Tank. Das bedeutet mehr PED-Zeit. Mehr sind die Energy Tanks auch nicht wirklich gut. So, und da unten ging es ansonsten weiter. Ich meine, gegen die Roboter ist der Plasma-Beam erstmal ziemlich cool einzusetzen. Före ich das an. Vor Scham im Boden versunken. Wer hier ist bei der Aurora-Einheit? Nein, bin ich nicht. Wir halten trotzdem nicht zu viel aus. Wieso wurde Samus nicht böse, etwa wegen dem neuen Anzug? Hat sie eine Resistenz gegen die Partikel? Im Namen vergessen. Ich weiß nicht, ob sie zum Teil irgendwie Chozo DNA in sich hat oder sowas. Können mit sowas zusammenhängen. Der Anzug ändert nicht viel daran, weil es Faisen in ihr drin ist und ihr Körper das erzeugt. Was ist das? Was haben wir denn hier schönes? Ist das etwa eine Morphball-Kanone? Da gehen wir doch direkt mal rein. Oder auch nicht, weil da noch glatt ist. Ich glaube, sie kontrolliert es, denke ich, einfach besser als die anderen. Ja, kann auch sein. Aber ja, an sich gibt es, sollte nicht wirklich einen Grund geben, warum Samus das speziell besser aushält. Hm... Wo will ich denn hin? Ich glaube, ich will zum Drohnendepot. Vermute ich einfach mal. Auch wenn ich das Gefühl habe, der Weg, den ich hier hingegangen bin, war ein bisschen fürchterlich. Grifft doch bitte. Gott. Aber es war so, dass die anderen einen Monat früh aufgewacht sind oder so. Ich meine, das sind sie, aber... Ja, dass das jetzt was mit einer Resistenz oder so an der Front zu tun hat, ist, glaube ich, auch... Ja, mehr Spekulationen als alles andere. Vielleicht sollte ich auch einfach zur Aurora-Kammer. Ne, wir gehen zum Drohnendepot. Ich bin mir relativ sicher, dass ich das Raumschiff von den Drohnen reparieren lassen muss. Wegen diesen Passagen mag ich Elysian nicht. Ja, das verstehe ich. Ah, fuck. Hier komme ich nicht weiter. Ach, warte, ich kann diese Teile reparieren. Nein, wir müssen zur Aurora-Einheit. Wir müssen zur Aurora-Einheit und ich kann im Keller das Zeug jetzt reparieren. Ich könnte so einen Lötkolben machen aus meinem Plasma-Beam. Nein. Ich fände, dass sich umherbewegen okay, wenn man nicht immer diese Teile kaputt schießen müsste. Das ist halt schlicht und ergreifend nicht spaßig. Diese Teile zu bekämpfen macht keinen Spaß. Hör auf damit. Warum habe ich die Teile jetzt geschmolzen, wenn hier nichts ist? Naja. Naja. Aurora-Einheit, ich bin da. Wer noch? Ich gehe dann mal in den Keller. Oh, jetzt müssen wir präzise sein. Das ist wieder seine Mario Party Mini-Spiel, in dem ich nie 100% bekomme. Das ist vielleicht doch ein bisschen einfacher. Oh, jetzt wird es aber kompliziert. Bei diesem einen Dinosaurier-Spiel auf dem DS für Kleinkinder, muss man sehr viel komplexere Mustern nachmachen. Was ein bisschen traurig ist, aber... Ey, das war die angepeilte Wii-Zielgruppe. Hallo, Aurora-Mama. We have restored our connection to Skytown's network. Now we can execute our plan to destroy the Leviathan. Yeah. We must first disable the Leviathan's protective shield. Unfortunately, the generator for this shield is hidden beneath the dense clouds of Elysia, and so is impossible to reach directly. As an alternative to destroying the generator. We have calculated that a massive thermonukleare explosion would likely destroy the shield itself. Eine massive thermonukleare Explosion würde den Schild zerstören. Yeah. Ich glaube, die würde so einiges zerstören. This facility possesses the components to create such a device. Oh. We would like you to build this device. Oh. Drop it on the Leviathan's shield. Okay. Für die Demokratie. Unfortunately, the components are too large for you to lift unaided. You will need assistance to move and assemble them. There is a Federation landing site far to the east of Skytown. Now, you will be able to find something to help you there. We will upload the current map data of this area to your suit. This should help you get started. Die Kartendaten des Bereichs wurden heruntergeladen. Ich sag's mal so, solange die Atmosphäre nicht hier auf einmal anfängt zu brennen, wird alles gut gehen, okay? Jetzt bleib mal ganz entspannt. Mach ja nur ein bisschen Spaß hier. Ich glaube, eine Atombombe würde auch gehen. Ich bin mir ziemlich sicher, das ist einfach eine Atombombe, was wir hier einsetzen werden. Ehrlich gesagt. Auch wenn ich nicht weiß, was das Thermo in der thermonuklearen Bombe soll, aber das ist okay. Okay. Und... Schuss. Nuklear ist Atom. Das ist richtig. Da hat jemand in der Schule aufgepasst. Ship is ready for use. Ich kann's hier nicht herholen. Sagte, ich muss nach Osten. Da drüben ist Osten. Wenn ich mir Daten zur Herstellung einer Atombombe und die Quellen der Bauteile herunterladen würde, wäre ich schon beim BND auf der schwarzen Liste. Ich weiß nicht. Einfach mal machen. Thermonukleare sind Wasserstoffbomben, also noch einmal stärker als eine Atombombe. Oh, shit. Ich mach ihn ernst. Schande, wenn ich jetzt nur eine Kreiselmine hätte. Hat jemand einen, eine Kreiselmine gesehen? Au. Au. Du meinst ja Brio? Oh ja, hier müssen wir dann diese komische Reise in das andere Universum übern unternehmen. Was fucking seltsam ist. Sag mal, kann das Raumschiff nicht hier in der Mitte landen irgendwie? Das könnte doch hier landen. Da hinten ist ein Raumschiff, Landeplatz. Wo du gerade warst. Wo ich gerade war, ist einer. Oh ja, das war der Punkt, den ich immer übersehe. Okay. Da war jetzt auch noch eine andere Tür, die ich übersehen habe. Ich wusste nämlich, dass hier in der Gegend irgendwo noch einer ist. Den hast du zu 100% beim letzten Mal auch ignoriert. Ja, es sieht so aus, als wäre es einfach nur so ein winziger Raum, der nur da vorn hin führt. Aber ist er nicht. Der ist er ja gar nicht. Das ist ja ein mittelgroßer Raum. Aber es kann sogar sein, dass man an dem Punkt gar nicht richtig zum Raumschiff zurücklaufen kann oder so. Dass sie da irgendeine Bullshit-Ausrede gefunden haben, warum da irgendwo was im Weg ist oder so. Würde mich nicht wundern. Würde mich das hin. Einfach hoch. Wahrscheinlich ist das der Landeplatz. Bist du ein Landeplatz? Das ist kein Landeplatz. Ein Energiegenerator speist die Ladestation, um Evakuierungsgondeln aufzuladen. Okay. Ich vermute von hier, hier muss ich dann abhauen. Falls wir eventuell sowas wie eine Wasserstoffbomb bezünden wollen. Nicht, dass wir sowas vorhaben. Aber wenn wir es vorhätten, müsste ich vielleicht über so eine Gondel abhauen. Das ist auch ein sehr kompliziertes Rätsel. Ich bin sehr froh, dass man das des Öfteren im Spiel macht. Ohne Variation oder so. Einfach immer nur das Gleiche. Das Gleiche simple Rätsel. Jedes Mal aufs Neue. Ja, mach mal, mach mal, äh, mach mal die, äh, Sicherheitsklappen weg, damit ich hier landen kann. Oh, der, 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 das, der, das X-Ray-Visier ist so fucking cool in dem Spiel. Mit den Schwachpunkten. Ich denke, die Schwachpunkte bei Gegnern, das ist so eine coole Idee. Und ich hoffe, ehrlich gesagt, dass das ein Konzept ist, dass sie beibehalten werden. Das ergibt für das X-Ray-Visier einfach so viel Sinn. Hey, Raumschiff sieht gut aus. Leuten ist das Raumschiff immer so egal. Ich weiß nicht mal, wie viele Leute überhaupt aufhält, dass es in jedem Spiel anders aussieht. Bei 2D bin ich mir nicht unsicher. Bei Metroid Prime sieht es in jedem Teil komplett anders aus. Also eine kürzlich besuchte Welt wollen wir aufsuchen. Der Brio. Ich glaube, das war's. Ich glaube, hier will ich hin. Das war zumindest das, wo ich zuletzt war, glaube ich. Und da waren einige Stellen, die ich mit dem Plasma-Beam ein bisschen bearbeiten kann. Ich würde mal sagen, generell komme ich durch Elysia gerade ganz gut voran. Ich muss das Game mal wieder spielen. Metroid Prime 3 sieht immer spaßig aus, als es ist irgendwie. Es ist optisch ganz schön und sowas, aber... Schon ein bisschen nervig. Schon so ein bisschen nervig. Definitiv nicht mein liebster Metroid-Teil. Ja, hier bin ich doch richtig. Jetzt sehen wir noch nichts. Ist doch richtig. Sehe ich doch direkt. Oh, come schon. Oh Gott. Ich glaube, es sollte dann auch der richtige Weg sein. Au, au. Hör auf. Das Feuer macht ja nicht mal Schaden. Warum ist das überhaupt da? Ist nur um Zeit zu verschwenden. Warum macht das nur einen Punkt Schaden? Nein, was? Hätte ich da nach oben springen müssen? Nee. Warte. Ich habe irgendwas daran falsch gemacht. Verstehe nicht ganz was. Okay. Versuchen wir es nochmal. Und diesmal werde ich nicht die ganze Zeit ins Feuer reinlaufen. Versprochen. Reinrollen. Seht ihr? Ich halte mein Versprechen. Oh. Verstehe. Wie heiß es wohl auf Prio ist. Na, Prio hat ein ganz gemäßigtes Klima. Ich meine, siehst du nicht, dass da Eis wächst an den Wänden? Funktioniert das eigentlich? Wie ist hier überall Eis, aber gleichzeitig auch Feuer? Mir scheint dieses Spiel jetzt gar keine Simulation. Würde ich auf Prio-Urlaub machen? Ich nehme ich nicht. Heißes Eis, kaltes Feuer. Das hatten wir in Ocarina of Time. Das gute rote Eis, noch das blaue Feuer. Bisschen wie Frankreich. Naja, Prio ist ein bisschen wie Frankreich. Ach. Da will man eher nicht hin. So, was ist mit der Eisbeam-Tür da oben? Oh, schon wieder. Komme ich da schon ran? Steht kurz vorm Umkippen. Na ja, muss ich wahrscheinlich mal an der anderen Seite durch die Eisbeam-Tür durch. Wie auch immer. Gern wir auch auf dem Rückweg machen. Ich habe da vorne sowieso gar eine Plasma-Beam-Tür gesehen. die mich erst mal mehr interessiert. Würde alles mögliche in die Käsesoße auf Prio eintunken? Weiß nicht, ist das... Sollte so große Fans von Käsesoße und da Sachen rein tippen? Ich weiß nicht, ob ich das zwangsweise bin. War hier zufälligerweise die Tür? Nein. Zufälligerweise nicht. Hier kann ich jetzt durch. Oh, ich glaube, das sollte auch der Weg sein. Der richtige Weg, um genau zu sein. Ja, das... Das fühle ich direkt. Oh, ich bin bereit, diese Welt zu verlassen und nie wieder in sie zurückzukehren. Ich glaube, das, was jetzt gleich kommt, ist meine Lieblingsstelle aus Prime 3. Okay, brauchst du jetzt noch ein bisschen Hilfe. Ja, der ist ein Rambock. Ich nehme da mal den, äh, Mini-Fahrstuhl. Aber wir drehen den ganzen Raum. Äh, aber wie weit? Muss ich das selbst entscheiden, oder... Mutti, wir wollen ungefähr hier hin. Ach, was, wenn wir jetzt nochmal... Was, wenn wir dich nochmal rammen lassen an dem Punkt? Mach mal die... Mach mal die Wand weg. Und jetzt kommt die beste Stelle. Äh, kann ich das scannen? Nein. Okay, wir gehen einfach rein. Aber fällt gerade auf, das erinnert ein bisschen an Metro Prime 2 mit dem Portal. Ich glaube, es war auch der gleiche Sound-Effekt, wie wenn man in Prime 2 durch ein Portal geht. Und jetzt sind wir... Ich, 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 ich habe keine Ahnung. Wir sind in irgendeiner Eiswelt. Hier ist auf jeden Fall nicht so warm mehr. Ja, ein bisschen an die Eiswüste von Fedraner, natürlich. Aber auch nur ein bisschen. Das sehe ich sehr ähnlich, tatsächlich. Oh. Okay, wir gehen weiter. Brio ist hier, heißt Kaltgalaxie hier. Das ist das Leben. Okay, Power Up! Aus irgendwelchen Gründen unglaublich früh die Screw-Attack. Warum? Ey, warum so früh? Ich glaube aber, die Screw-Attack bringt im Kampf nicht wirklich was in Teil 3. Während sie in Teil 2 einfach nahezu alle Gegner one-shotted. Dafür ist sie auch ein bisschen besser einsetzbar. Und das sind irgendwelche Chozo-Statuen. Ich glaube, wir wollen weiter hoch erstmal. Ja, ich kenne es, die Teile endlich entlang springen. Ich weiß nicht ganz, wo noch eine Chozo-Statue war, aber ich denke, das wird eine gewesen sein. Hier sind Magnetball-Schienen? Die verstehe ich nicht. Ich bin gerade in einer anderen Dimension. Ich spring mal eben hier rüber. Ich weiß, ich mag die Stelle sehr, dass man einfach random in der anderen Dimension landet. Nein, ich bin an den Schiffsmisters vorbeigelaufen. Nein! Das gibt es doch nicht. Dabei werden wir diese oft brauchen. Das Kind hat mir die Screw-Attack verkackt. Also in Prime 3 ist die, würde ich sagen, relativ. Man kann einfach spammen. Teil 2 war bei den Wall-Jumps gewisses Timing gefragt, aber das ist hier nicht mehr wirklich der Fall. Ja, dann gehe ich mal wieder. Dann habe ich mein Power-Up aus der alten Welt ja mitgenommen. Ich bin da. Ich weiß. Ich habe es gehört, aber ich habe dich nicht gut verstanden. Muss ich jetzt zur Valhalla hin? Oh, muss ich nicht? Okay, dann machen wir das am Ende. Die Valhalla ist das, wo man ganz am Ende hin muss. Dementsprechend, es gibt aktuell noch echt nicht viel für uns zu tun. Ach, die Icebeam-Tür ist auf der Seite. War ich komplett falsch. Wie lange wird noch gestreamt heute? Ich will Elysia noch fertig machen. Komm, wir gehen jetzt auf zur anderen Tür der Icebeam. Äh, bei der Icebeam-Tür ans andere Ende. Wir werden jetzt wissen, was da ist. Ich glaube, in Elysia sollte auch nicht mehr so viel kommen, aber ich denke, wenn ich Elysia heute noch fertig mache, habe ich beim nächsten Mal eine gute Chance, das Spiel durchzuspielen. Im nächsten Stream. Und ich glaube, ich bin ein relativ großer Fan davon, nicht für drei Wochen Metal Prime 3 machen zu müssen, sondern nur für zwei. Generell würde ich sagen, ich kam bisher ganz gut voran, ehrlich gesagt. Ich weiß ja nicht, wie ihr das seht. Aber das hätte schlechter laufen können. Okay, komisches Felsenwesen. Ich gehe dann mal einfach weiter. Ach, ich muss hier nach oben für die dumme Eis... Ach, die teilen sich auch noch. Wer hat die Zellteilung erfunden? Was für eine dumme Idee. Das sind generell wirklich dumme Gegner, habe ich das Gefühl. Oh. Was ist das? Warum muss ich das Achievement jetzt einsammeln? Was? Warum... Warum ist das jetzt das erste Achievement, das einfach in der Luft schwebt? Was? Alle andere Achievement haben wir einfach so bekommen. Und das muss ich jetzt einsammeln extra? Aber warum? Das musste man bei keinem anderen davor machen. Das ist so komisch. Ach, der Raum ist das hier. Aber gut, dann haben wir das Achievement wohl mitgenommen. Fertig. Oh, hier braucht man eh die Screw-Attack, umdurch... Ah, nee, man kann... ...ein Grapple-Beam hier wahrscheinlich irgendwie rüber. Nein, was soll's. Kommst für jeden roten, phase-oiden, gelbes Credit. Es gibt mehr von denen. Da freue ich mich ja schon. Ich meine, an sich könnte man sagen, war ein nerviger Umweg, aber... ...liebe Freunde, wir haben den Shortcut aufgemacht. Ich habe das Gefühl, dieser Shortcut kann sich in Zukunft... ...wenn wir eventuell noch ein, zweimal backtracken müssen... ...wird der sich als sehr hilfreich entpuppen. Vor allem muss ich dann nicht mal diesen komischen Säulenraum nach oben. Und jeder, der mich kennt, weiß, wie sehr ich Säulenräume nicht leiden kann. Das ist eine meiner klassischen Charaktereigenschaften. So wie Gerard keine Portale mag, so mag ich keine Säulenräume. Kommt doch, Belisier, jetzt eigentlich noch irgendwas? Ich überlege gerade, aber ich glaube, ich werde jetzt wirklich nur die zwei... ...Teile sammeln. Dann werden wir kurz für fünf Minuten oder so verteidigen. Und dann geht's zum Boss, oder? Ich glaube, ihr sollt mit Belisier soweit durch sein. Also größtenteils. Außer ich vergesse gerade irgendwas. Was sich nicht ausschließen lässt. Hauptlandebucht, Landestelle A. Die Bombenteile sammeln, dauert noch etwas länger. Äh... Eher war nicht die Sache, dass irgendwie das Raumschiff nicht genug... ...die Traglast nicht reicht oder so? Äh... Naja, gut. Dann muss ich mir wohl keine Sorgen machen, dass der Stream heute zu früh, äh, fertig sein wird. Hä, 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 hä. Muss ich mir wohl keine Sorgen darum machen. Bin zurück! Und jetzt habe ich eine Screw-Attack! Ach ja, jetzt kann ich doch da drüben dann direkt, äh... Was ist der richtige Weg? Was ist das für ein Weg? Kam? Ich kam von hier, glaube ich. Ich habe nicht springen, so einen komischen Delay, dass ich an dem Punkt auch... Ja, ich... Ich habe einen Shortcut-Fremmer, damit ich den weggehe. Verbiegen! Das ist ein Upgrade! Oh mein Gott! Habe ich es gesehen? Glaub dem Hype, meine Freunde! What, Missiles! Vier Stück! Vielleicht werden wir jemals zwei Stück einsetzen können. Und jetzt wird es natürlich ernst. Jetzt kommt die nächste Fähigkeit. Die nächste wichtige Fähigkeit. Was, sagt ihr, wir werden den nie wieder einsetzen? Werde der wachsen. Ganze vier. Die Sache mit dem Boardmesser ist, ist, ich glaube, man kann nicht, man kann nicht mal wirklich mehr als eine am Stück einsetzen, weil dann eher alle Gegner tot sind, wenn man sie mal einsetzen kann. Ich glaube, man kann insgesamt auch super viele haben. Manchmal sind sie sogar sieben Stück oder sowas. Irgendwas ganz Dummes. Dann wiederum, wir hätten auch 50 Powerbomben oder so in Super Metroid. Also, ich liebe diesen Fahrstuhl. Der sieht sehr sicher aus. Die Menge an Powerbomben aus Super Metroid ist wahrscheinlich noch dämlicher. Mussten irgendwie alle 100 Items vollkriegen? Ja, vermutlich. Ich meine, ich kann mir auch vorstellen, dass sie ursprünglich mit dem Raumschiff, dass sie, ich meine, ich würde sehr stark davon ausgehen, dass ursprünglich der Plan war, dass man mit dem mehr machen kann. Ich weiß nicht, ob es genau sieben sind von den Missiles, aber es waren auf jeden Fall sehr viel mehr, als man jemals braucht. Ich denke, man sollte mit dem Raumschiff auch viel mehr machen können, aber daraus wurde nichts. Oh nein! Nicht... Oh nein! Oh nein! Das ist, glaube ich, kein gutes Zeichen, wenn Raum schlechte Erinnerungen weckt. Ich glaube, bei dem Raum ist es super verwirrend zu erkennen, wo man gerade weiter kann und wo nicht. Irgendwas war scheiße in diesem Raum. Wo ist der hingerannt, hä? Da habt ihr mir aber eine Falle gestellt. Das Problem ist nur, dass ich unverwundbar bin. Was machen wir denn dagegen am besten? Müsste ich hier nicht noch irgendwo dann auch zu meinem Raum kommen, bei dem ich... Ich meine, wird wahrscheinlich... Ich kann ihn wahrscheinlich noch nicht aktivieren, aber mit dem ich dann die ganzen Collectibles auf der Karte markieren kann. Ich glaube, der war auf hier in der Gegend. Ich muss doch vor, einen Ratchet & Clank 1 Walkthrough zu machen, der Vollständigkeit halber natürlich. Inwiefern der Vollständigkeit halber. Ich habe mal das Remake im Stream durchgespielt. Wovon, ich glaube, der größte Teil der Aufzeichnungen gesperrt wurde, weil minimale Szenen von dem Film zu sehen waren. Oh oh. Ich habe mir nicht vorgestellt, dass die zum Spiel gehören könnten. Das Remake war schmutz. Das ist so eine... Das ist so... Das ist so eine komische Meinung. Ich verstehe auch nicht, woher die kommt. Das ist so komisch, dass Leute das Remake von Ratchet & Clank scheiße finden. Du weißt, dass ich recht habe. Nein. Nee. Nee, wirklich nicht. Ich stimme absolut nicht zu. Ich denke, Ratchet & Clank auf der PS4 war unglaublich spaßiges Spiel. Sie haben die Film-Cutsienste noch sehr komisch eingebaut, aber es juckt mich die Ratchet & Clank Story. Nimm mal mit, Raumschiff. Ach. Das war mittelmäßig. Aber ja, langsam, langsam ändert der die Meinung. Auf einmal ist kein Schmutz, nur auf einmal ist es mittelmäßig. Oh, hier ist der Hologramm-Projektor. Wenn ich nochmal frage, dann wird es bestimmt ein gutes Spiel sein. Aber nicht sehr gut, nur gut. Ich denke, viele mögen es nicht, weil es viel vom Original abendet und komplett ausgelassen hat. Ja. Ich habe das Original, ich meine, ich habe den letzten Boss vom Original nicht gemacht, weil der Shit war. Ich habe das Original gespielt. Ich finde das Remake sehr viel besser. Das Remake war nicht sonderlich gut. Viel Scham, der Story ist verloren gegangen und vermittelt gänzlich anderes, verwascht das Bild vom eigentlichen Werk. Nee, 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 nee. Also ich, in keiner Welt würde ich wirklich das Original lieber spielen oder so. So sollte ich sagen, ich habe die Spiele nicht gespielt, als ich jung war oder so, sondern, ich weiß nicht, wie weit war ich 25, als ich zum ersten Mal gespielt habe und, ähm, nee, nee. Ratchet & Clank 1 hat nicht so viel Hype in mir ausgelöst. Teil 2, ehrlich gesagt, auch nicht. Ich fand ich beide relativ lahm, nachdem ich das, den PS4-Teil gespielt habe. Und, äh, ich finde den Punkt, dass die Story irgendwie, dass das so relevant ist für das Spiel, finde ich so komisch. Das ist so ein komisches Konzept. Das ist so, als würdest du sagen, ja, Galaxy 2 ist ja ein nettes Spiel und alles, aber, ähm, also wie die Story darüber gebracht wird, also, nee. Nee. Nee, ist eigentlich nur ein mittelmäßiges Spiel. Ein bisschen Clank geht's mehr um den Humor. Was hat das jetzt mit irgendwas zu tun? Ist das irgendwie der PS4-Teil unlustig, oder? Oder wie? Ich würde mir wünschen, dass die nicht versuchen, nur würden, lustig zu sein. Aber dann kann ich alles haben. so komischer Säulerich, was machen wir mit dir jetzt am besten? Einfach durchgehen, einfach durchgehen. Einfach durchgehen. Ey. Ey. Ich glaube, es geht darum, dass das Original durch alle Faktoren, unter anderem, der Story eine gewisse Atmosphäre schaffen hat, weil Atmosphäre ist manchmal am wichtigsten. Nee. Die Ratchet & Clank-Tags, die kommen alle aus einem fucking YouTube-Video. Die ganzen, die ganz komischen Ratchet & Clank-Tags, wie schlecht das Remake ist, die kommen alle aus einem YouTube-Video. Das ist genau so eine Situation wieder. Bei manchen Spielen ist einfach, Leute haben das richtig Video gesehen und dann ist das die objektive Meinung. Ich will jetzt mal hören, wie Leute sich anpissen und das originale Majora's Mars sich einreden, dass es besser ist als das Remake, weil der Zora ein bisschen schneller schwimmt oder was auch immer. und deswegen die ganzen Quality-of-Life-Änderungen scheinbar irgendwie belanglos sind, was sich immer sehr komisch finde, aber das ist okay. Das ist okay. Was ein YouTube-Video gesehen ist, das eine Stunde geht, deswegen finde ich es okay, dass so viele Leute die gleiche Meinung vertreten. Kein einziges YouTube-Video, wie schlecht das Remake ist oder sein sollte. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du vor ein paar Jahren was anderes gesagt hast. Ich bin mir da relativ sicher. Ich kann dir mein Raumschiff hinstellen, aber warum? Ich glaube, ich kann es dir dann ein bisschen upgraden. Beweises? Ja, ich bin gerade dabei, ich suche gerade nach den Beweisen. Schuss-Mars hat ein verdammt gutes Remake bekommen. Yeah! Es gab so ein Video darüber, warum das Remake nicht so gut ist und deswegen... Ach, so viele Leute pissen sich jetzt ein und sagen immer, aber... Ja, Zora schwimmt nicht so schnell. Das kann ich nicht spielen. Ich spiele lieber das Original in 15 FPS. Wo ich dann, um die Quests anzusteuern, auch nicht wirklich irgendwie die Zeit halbwegs okay vorspulen kann, sondern nur, was waren das, in 12 Stunden Schritten? Oh Gott. Sniper Dross-Mars war so fucking clunky. Wo man gerade auf den Zooarzt rum kann er wählen die abgenannten Bosskämpfe. Ich meine, finde ich die abgenannten Bosskämpfe besser. Der Fisch ist scheiße. Ich glaube, die anderen finde ich besser. Ehrlich gesagt. Zum Beispiel, der Rollkerl ist auch... Nimmt sich nicht so viel. Ja, wir holen die Bombe. Ist ja gut. Vielleicht war die Möglichkeit, das rechten Sticks als Cool of New 3DS. Gab es einen Grund für die Änderung der Geschwindigkeit? Ja, das ist mal irgendwie... Ich glaube, es hat dich wirklich Magie gekostet, als Zora schnell zu schwimmen im Original. Keine Ahnung. Vielleicht hat sie Sorgen, dass einem die Übersicht dann verloren geht. Irgendwie sowas. Ja, die Augen sehe ich auf jeden Fall als Kritikpunkt am Remake. Stört mich nicht sonderlich, aber die sehe ich auf jeden Fall. Ich denke nicht, dass es als Nachteil wirklich stark genug ist, um sich mit den Nachteilen des Originals auseinanderzusetzen. Aber das ist wohl auch Geschmackssache. die NSO-Version von OOT hatte auch so viel Backlash. Das war kein eigenes Spiel, es war einfach nur beschissen, N64-Emulation. Und ich meine, Depop, was willst du überhaupt sagen? Damit meine ich, wie will man überhaupt sagen, dass es nicht scheiße ist? Ich meine, ich habe das Gefühl, Leute haben auch wieder sehr stark übertrieben, weil, wen interessiert's? Wen interessiert's? Sie haben getan, als würde die Welt untergehen. Ich meine, ja, schlechte Emulation passiert. Keine Ahnung, wie sie es hinbekommen haben, wie sie in der Vergangenheit N64-Spiele gut demoliert haben, aber es ist nicht mal ein neues Spiel oder so. Das ist ein fucking Re-Release. Gibt es nicht mal Geld für das Spiel aus Teil 1-Abos? Das ist nicht mal Geld dafür gezahlt. Außer von Momo Moris, äh, 5 Euro. Vielen, vielen lieben Dank. Wollte eine Kleinigkeit hinterlassen als Dank für die vielen Lacher während einer schwierigen Zeit aktuell. Oh, shit. Ich hoffe, das wird sich lösen. Außer von Alpha-Kätzchen, frischer Sub. Dafür, wie viel lieben Dank. Teil des teuren Abos, aber ja. Ja. Absolut. Ich meine, ich weiß nicht, wie sie es hinbekommen haben, aber... Ich denke, Leute haben sehr übertrieben, wie schlimm es letztendlich ist. Ich meine, wenn du das Abo speziell abgeschlossen hast, um Ocarina of Time zu spielen, ist das wohl sehr ärgerlich, aber... denke ich, dass du es hast. Würde ich einfach mal davon ausgehen. Denn warum solltest du? Es gibt viele bessere Wege, es zu spielen. Starker Misser-Container für mich. Wenn es so viele Leute haben, mehr Spaß daran, sich zu beschweren, als Spaß an den Spielen slash Remakes zu haben. Nein, generell ist halt, ähm... Es ist halt generell das an Online-Content, was sich am besten macht. Das Negative, sich über irgendwas beschweren, also... Es ist halt die ganze Problematik daran sehr viel, äh, sehr aufgebauscht wird einfach, weil Leute verdienen viel Geld damit. Leute verdienen generell ihr Geld damit. Es ist halt das gleiche, wenn man über irgendwelche News oder so nachdenkt. Also egal, ob Gaming oder andere Dinge, dass das so viel kompletter, absoluter Schwachsinn wurde, kommt ja nicht von irgendwo her. Es ist halt genau das, was einfacher Content sich gut macht. Sicherlich soll das hier Kritik an Majors Masse so einfacher, simpler Content ist, aber... Ich denke, das Switch Online war viel unnötiges Geheule dabei. Beziehungsweise, was das generelle Ausmachs des Problems angeht. Es ist... War nicht gut. Ja, sie haben es gefixt, also... Ja. Ja. Ich kann natürlich sagen, sie haben es gefixt, weil es viel Aufsteig gab, aber... Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, aber es fühlt sich in der Realität egal. Ich meine, bei der Mario Trilogy, 3D Mario Trilogy, also alles, was es an Kritikpunkten gab, war ihnen auch fucking egal. Was machen wir hier gerade? muss ich sie wieder runter? Ich glaube, ich muss sie wieder runterlassen. Außer von Daniel, frischer Sub, Bibi lieben Dank. Da haben sie einzigen Support bei 960 Controller und Game Controller im Nachhinein hinzugefügt. Nein, sie haben auch, ähm, Spiele generell irgendwie gefixt. Zumindest Zuckering of Time, die Emulation davon. Was mache ich hier gerade? Jetzt kann ich das Teil mitnehmen, nehme ich an. Ne, ich meine die Mario Collection. Achso, ja, ja, ja. Haben sie generell Probleme ziemlich ignoriert. Da sehe ich ja auch den Aufschrei auf jeden Fall. Das war auch in jeder Hinsicht nur absolute Scheiße. Das ist kein Bombenteil da oben. Das ist wirklich nicht. Hier kann man dann das ganze Zeug auf der Karte markieren, wo Items sind und sowas. Wir gehen einfach mal weiter. Es gibt keinen Grund, heutzutage die Mario 3D Collections kaufen. Es ist halt nicht mal Spiele laufen nicht mal so. Ich meine Galaxy ist ziemlich gut darauf, aber ja, nee, bei Sunshine, hm, hm. Ich meine, ist okay. Ist okay. Ich sehe aber nicht, dass ich Sunshine in Zukunft nochmal über die Collection spielen werde. hätte auch einfach noch noch Galaxy bringen können. Ey, warte, Sunshine war auch generell, da war auch so ein Emulationsfehler, dass man die Linien gesehen hat, wo sich die Plattformen entlang bewegen und sowas. Die hätten viel komische Scheiße bei der 3D Collection. Okay, Berserker Lord. Er lässt seine Schultern wieder nachwachsen. Den Böse Zungen behaupten, dass der White Screen, den sie bei, äh, den sie bei der Collection bei Sunshine eingefügt haben, dass das auch einfach nur der von, ähm, der Gecko Code ist, den man bei Dolphin vorfindet. Was natürlich eine absolute Überraschung wäre. Fuck! Was machst du denn du jetzt? Mach doch mal was! Was machen das wieder? Sag mal, kann dein fucking Kopf denn jetzt auch mal kaputt gehen? Dankeschön. Das war wieder so ein richtig nerviger Gegner. Die Hekt letztlich nicht heben, solange es fixiert ist. Zeit, die Fixierung zu lösen! Hat die bei der Collection nicht nur einfach einen random alten Emulator aus dem Netz genutzt und nicht mal einen eigenen gemacht oder so? Doch, doch, die haben schon ja einen eigenen. Das machen andere Firmen ganz gerne, dass die random, äh, Emulator verwenden. SNK zum Beispiel mit so einer, ähm, New Geo Collection. Und generell viele Unternehmen, die irgendwelche Emulationskonsolen und sowas verkaufen. Wir werden in der Regel auch einfach nur irgendwelche Emulatoren, die sie online finden. Ohne mal was abzusprechen oder so. Denn wofür auch die Mühe? Okay, Bomben, Teil Nummer 1. Oh, wisst ihr was bei Nintendo-Skandalen? Mit Dingen, die die Leute ein bisschen sauer machen. Was mich da immer noch am meisten irritiert? Sollen die Emulator-Entwickler schon machen, die Publisher verklagen? Ja, sie können nichts machen. Ist sowieso Open Source, also prinzipiell kann es sowieso jeder nehmen und verkaufen. Ist trotzdem nicht nett. Ähm, es geht ja, keine Ahnung, ob die denn überhaupt Geld wollten oder so, aber prinzipiell ist generell, das Absprechen wäre wahrscheinlich möglich. Genau, wisst ihr, was eine Sache ist bei, äh, was ich nicht verstehe, wie das irgendwie eine Sache ist, bei der sich Leute nicht, ich meine nicht niemand, aber nicht zu viele Leute sich beschwert haben. Fucking Mario Kart Tourstrecke in Mario Kart 8. Ist irgendwie, äh, all solche Kleinigkeiten bei Spielen sind, äh, ist ein großes, großes Problem, aber wenn sie fucking Mobile-Spiel-Inhalte ins Spiel bringen, ist das dann cool, da freut man sich auf die nächste Welle. Uh, kannst kann man erwarten. Ich meine, eine Welle war gut von den Mario Kart Strecken und danach war es wieder scheiße. Diese komische Booster-Pass, das ist, das fand ich richtig schwach. Vor allem ist es halt auch einfach nur Werbung für Mario Kart Tour und sie verlangen auch noch Geld dafür. Ist halt wirklich einfach nur Werbung, damit du Mario Kart Tour dir runterlädst. Ist ja der ganze Sinn dahinter. Sie ist immer noch positiv. Ich weiß, dass Leute es mögen. Ich verstehe nicht, warum, weil es einfach, ganz eindeutig minderwertigerer Content ist. Aber, naja, wie auch immer. Ich meine, der eine Booster-Pass, wo sie die Yoshis-Island-Strecke und so hinzugefügt haben, wenn sie das immer gemacht hätte, würde ich sagen, ja, da kann man Spaß mit haben, aber das war ja nicht so. Das meiste ist ja absoluter Müll. So, muss ich jetzt eigentlich, muss ich das Bombenteil jetzt eigentlich wegbringen. Und dann kann ich ein zweites direkt hier holen. Ich glaube, ich hole ja noch eins. Wir holen noch eins. Ich habe das Gefühl, dass wenn die Booster-Passe so weit durch sind, dass dann einfach die Hälfte aller Mario Kart-Strecken wird dann so minderwertige Scheiße sein. Für mich zieht es das ganze Spiel so sehr runter. Schreckenhässig sind das eine Sache, aber die meisten sind dazu noch nicht wirklich spaßig. Das Problem an den Strecken ist, dass sie für ein Mobile-Spiel gemacht sind. Da kommt doch nur noch eine Bälle. Ja, und wenn die da ist, dann ist die Hälfte aller Strecken sind dann Mario Kart-Tour-Strecken. Beziehungsweise Booster-Pass-Strecken sind natürlich nicht alle aus meiner Kart-Tour. Ah ja, wenn die Welle da ist, dann ist das die Hälfte. Aufzugsblockiert Dirk, ich würde das Spörmechanismus auf oberste Stockwerk erforderlich. Wie komme ich in so was Stockwerk? Das kann ich nicht einfach so mitnehmen. Wo komme ich denn hier hoch? will ich vielleicht einfach durch die Eisbeam-Tür da hin, aber ich weiß jetzt nicht, wo die hinführt. Ach, da drüben vielleicht? Ich glaube, ich will da mal mein Glück versuchen. Da ist nicht die richtige Tür. Oder? Oder auch ist es. So halbwegs. Krass, dass das Spiel fast 10 Jahre alt ist. Ich glaube, ich wann der nächste Teil kommt. Metroid Prime 3 ist 16 Jahre alt. Es sind 16 Jahre vergangen. Nicht 10. Ach, Mario Kart 8. Au. Ja, das ist, das ist, ja, ja. Ich meine, ich denke, auf der Switch werden sie keinen neuen Teil mehr bringen. Ich denke, darauf können wir uns alle einigen. In dem Raum kann ich auch nichts machen. Was ist denn das hier für einen Raum? Warum ist hier nichts? Ach, Gott. Ich habe das Gefühl, ich muss schon in den großen Raum hin. Ich komme hier nicht wirklich weg. Aktuell. Ah, die Switch kam 2017 raus. Anfang 2017. Ich bin ja auch nicht grundlos jetzt mit dem Fahrstuhl. Kann ich jetzt hier hochfahren? Das hat doch einen Grund. Warte, bin ich durch die Tür jemals richtig durch? Ja, ich bin gerade, ich habe auch gerade die Plasmatür im Keller gesehen. Das ist natürlich meine Idee, da hinzugehen, nicht deine. Ach ja, das war dieser komische Raum hier. Ich glaube, den soll man anders machen. Egal. Hätte ich nicht drauf springen sollen. Ich habe ja Gerüchte, dass die Switch 2 in der Gamescom für die Developer vorgestellt worden ist. Ach, das ist alles Schwachsinn. ganzen Switch 2-Gerüchte, ich halte die alle für Schwachsinn. Und das schon, äh, spätestens seit, seit es davor die ganzen Switch Pro-Gerüchte gab, wovon einfach nichts sich bewahrheitet hat. Absolut nichts. Nicht mal ansatzweise. Aber wir lagen alle komplett falsch bei der Switch Pro, aber bei der Switch 2, da liegen wir richtig. Oh. Oh. Oh, wir haben Metroids hier in der Gegend. Oh. 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 Ich habe das Gefühl, bei, äh, diesen ganzen Switch-News, das ist auch ein sehr starkes, oder extrem starkes, äh, Phänomen davon, dass Leute, äh, dass einfach sehr viele Leute gibt, weil es eine Sache ist, die Leute sehen wollen, die deswegen so viel Scheiße verbreiten und von sich geben. Einfach weil es das ist, womit man viel Geld verdienen kann. Auch wenn hinterher absolut nichts irgendwas steht. Ich sehe immer wieder mal, es gibt einfach jede Woche unzählige neue fucking Switch 2 Videos und es ist einfach... Es kam ja nie was oder so. Und irgendwann wird aus Zufall dann irgendwann mal was kommen und dann heißt es, oh, ich hab's doch gesagt. Ich habe das Gefühl, da ist der ganze, der Unwahrheitsfaktor sehr hoch. Bei Switch 2 News extrem hoch sogar. Ich spiele als Metroid, ja. Aber vielleicht finden wir noch mehr Metroid. Da ist Metroid. Da ist ebenfalls Metroid. Mehr Metroid. Sind wir nicht alle ein bisschen Metroid? Wir haben einfach gewitzige Persönlichkeiten, die alles mögliche raushauen und hoffen, dass es irgendwie wahr wird. Ja, ja, ich sehe da auch viel, dass sehr viel davon, äh, was Switch angeht, äh, dass das auch viel davon sehr populär ist. Und... Ich meine, es ist halt auch wieder die Sache, wenn wir von, äh, wenn wir das mit Dark Souls vergleichen. Wisst ihr, wie lange Leute davon erzählen, dass jetzt im nächsten Bloodborne Remaster kommt oder PC-Port? Lein, sind das keine Mocktroids? Schade. Oh, naja, gut, wir wollen den auch gar nicht scannen. Naja, bei Bloodborne, ihr glaubt nicht wie oft und es ist halt wirklich alle drei Monate, kommt ein neues Gerücht, dass jetzt Bloodborne re-released wird. Es ist nicht passiert. Es kommt einfach ständig wieder auf, es ist, ah... Jedes Mal. Es passiert so oft. Es kam kein Re-Release von Bloodborne. Es fühlt, dass diese ganze Gaming-League, äh, Szene sehr problematisch ist. Sehr, sehr, sehr problematisch. Naja, ich werde die mit Ice-Missal-Skin-Shit, sobald ich welche habe. Sobald ich welche erwischen kann. Es nervt nur noch, irgendwann haben sie eventuell recht, aber das war, äh, nie so lange geplant. Ja, ja. Es sind halt Leaks, es sind keine Leaks, es sind Lügen. Es sind Lügen, keine Leaks. Und ich denke, den meisten Leuten ist auch bewusst, dass das meiste Lügen sind und keine Leaks. Äh, irgendwann werde ich übrigens die Missiles bestimmt finden. Oh, da ist was. Es gibt keine Beweise, nur Vermutungen. Ja. Ich weiß nicht mal Vermutungen, es ist einfach nur... Vermutung ist ein großes Wort. Aber ja. Nicht der größte Fan von sowas. Überhaupt nicht sogar. Die Energiezelle genehmig ich mir. Oh, oh. Der Strom ist ausgefallen. Aber wer behält jetzt die Metroids in Schach? Ich will ehrlich sein. Ich denke, Seeker Missiles sind ein Item, das es nicht hätte zurückkehren müssen. Ich denke, Metroid wäre als Reihe okay in seinem weiteren Leben vorangekommen, wenn die Seeker Missiles nicht zurückgekommen wären. Ich meine, sie funktionieren besser auf der Wii als auf dem Gamecube, aber ich habe das Gefühl, sie sind einfach generell nicht so aufregend, Gameplay-technisch. Du kannst nicht so viel damit machen. Du kannst nicht so viel damit machen, du hast immer nur... Ich meine, in Prime 2 haben sie mehr damit gemacht. Mit verschiedenen Visionen und sowas noch gearbeitet, aber... Hier in Prime 3? Was ist denn nichts damit? Seeker Missiles gibt es in Dread? Weißt du was? Vielleicht hätte sie zurückkehren sollen. Die habe ich immer verwendet in Dread. Und deswegen hatte ich nie Missiles bei Bosskämpfen. Weil die viel mehr kosten. Aber die treffen so gut. Oh Gott, die Metroids. Oh oh. Klappt doch wie am ersten Tag. Sonst noch ein Metroid, der Stunk will? Da ist einer. Ich finde es komisch, dass sie kurzzeitig in die Phasen-Dimension wechseln können. Ich vermisse die Ice Missiles. Gab es keine Ice... Gab es... Warte... Gab es keine Ice Missiles in Dread? Ich habe das Gefühl, seit Fusion hatten wir eigentlich immer Ice Missiles, oder? Hatten wir in Dread keine? Doch. Wollte ich gerade sagen. Nein? Ich weiß auch nicht mehr. Ich habe Dread nur einmal gespielt damals, als der rauskam. Ist ein paar Tage her an dem Punkt. Können wir da aufhören? Was ist das denn? Ist okay, wir machen, wir machen das. Vermutlich jetzt können sie nicht mehr abhauen. Sind Ice Missiles in Dread? Okay. Aber ja, Ice Missiles sind so viel sinnvoller. Der Ice Beam ist immer... Der Ice Beam ist immer... Der Ice Beam ist immer sehr unbefriedigend. Einfach weil er den normalen Beam immer ein bisschen schwächer macht. Oder man hat den Ice Beam so wie in, äh... Wie in Samus Returns, wo er auch einfach an dem Punkt gar nicht da sein könnte. Ich bin ja nachher ein Ice Beam immer sehr nervig. Aber ja, da würde ich sagen, gute Neuigkeiten, wenn du die... Wenn du die Ice Missiles vermisst hast. Sie sind nämlich zurück. Äh... Die Ice Beam Problematik in Fusion. Ich weiß nicht, ob das Problem mit der organischen Rüstung zwangsweise war. Aber in erster Linie hatte doch, äh... Sie hatte doch gar kein Ice Beam zur Verfügung. Weil den, äh... Das SA-X hatte. Oder nicht. Weiß nicht, das Hauptproblem in der ganzen Situation. Ich bin gespannt, ob die in Prime 4 kommen. Wenn Prime 4 kommen wird, ich... Bin ich am Energy Tank jetzt vorbei? Mal schauen. Äh, wenn Prime 4 kommen wird, dann... Dann bin ich mir ziemlich sicher, wir werden dort wieder die Ice Missiles sehen. Na, wobei, da kann man zwischen Beams hin und her wechseln. Ne, wisst ihr was? Ne. Irgendeine Form von Ice Beam? Kann ich mir eigentlich doch ganz gut vorstellen. Wenn ich genauer darüber nachdenke. Wenn du zwischen, äh... Drei Beams hin und her wechseln kannst, beziehungsweise vier Stück, da ist eigentlich durchaus Platz für ein Ice Beam. Wir werden, wenn wir Fusion spielen, auf jeden Fall die Story durchgehen. Ich werde die Dialoge wieder durchlesen, damit ich auch wieder auf dem neuesten Stand, was das angeht. Denn hauptsächlich will ich dann, äh... Damit ich das volle Dread-Erlebnis danach haben kann. Wenn wieder die ganze Story aus Fusion in meinem Kopf vorhanden ist. So, aber wo bin ich hier gerade auf dem Weg hin? Ah, ich bin auch auf dem richtigen Weg, okay. Fusion ist so ein gutes Spiel. Ich wünschte nur, man hätte eine Möglichkeit, einfach Start zu drücken in der Story. Einfach Start und du kannst weitermachen. Aber die Option hat man nicht. Und ich denke, das ist, äh... Das ist ein Verbrechen. Äh, Ada M müsste der erste Teil der Story sein. Ada M ist ja quasi Prequel. Oder? Ich täusche mich gerade. Ist ja viel, wo Samus noch irgendwie Soldatin war oder sowas. Ja, äh, vor Fusion auf jeden Fall. Alle Teile außer Dread sind vor Fusion. Aber ich glaube, Ada M ist doch generell als... Ada M kommt vor Fusion und nach Super. Es ist nach Super, okay. Das wusste ich nicht. Das wäre ganz am Anfang. Aber ja, ansonsten, äh, Fusion ist der vorletzte Teil der Timeline. Und der letzte ist Thread. Zero mischt das Ganze am Anfang. Ich meine, ergibt Sinn. Aber ich dachte, weil sie mit den Soldaten und sowas unterwegs ist, dass deswegen der erste Teil ist, aber... Beziehungsweise... Oder sind das einfach Flashbacks, die man hat? Nee, sie kämpft ja auch mit Ada Malkovich und sowas. Was? Was ist denn hier los? Mit der Scheibe? Gibt einige Flashbackszenen? Ah, okay. Ja, ist ein bisschen verwirrend scheinbar. Okay, lass mich mal nochmal hochgehen. Da oben muss ich noch irgendwas machen. Okay, gibt Flashback-Passagen. Okay. Wie komme ich denn da ran? Ich kann das Glas nicht wegmachen. Vielleicht von da drüben aus. Hm. Naja. 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 Au. Ich kann es einfach von hier unten aus erwischen. Wer nicht die Seeker Missiles, wende ich random welche daneben gehen. Warte, einmal gibt es eine Katze, die 20 Minuten geht. Jedenfalls eine Katze, die viel zu lange war. Also wenn wir eine 20-Minuten-Katze in dem Spiel haben... Das kann ich respektieren. Das heißt nämlich, dass sie auf die eine DVD, da haben sie eine Menge drauf gekriegt. Raumschiff, ich brauche dich. Soll das nicht zu weit ausdiskutieren, sonst erleben wir nichts Neues beim Spiel von ADRM. Ich denke, wir werden jede Menge Neues erleben beim Spiel von ADRM. Die Katzen sind ganz nett, wenn man währenddessen die Ohren zuhält und die Untertitel nicht liest. Oh, es wird so ein fucking Elend. Es wird so ein Elend. Ich glaube, ich will dahinter. Wo komme ich da hin? Okay, durch die Tür hier. Ich bin gar kein Fan von den Pfeilen mit der Karte. Ich habe das Gefühl, es macht alles nur so viel verwirrender, als es sein sollte. Ich glaube, Ridley hat in ADRM auch als Grund ein Sixpack. Ja, der Grund ist, dass Leute ihn nicht grundlos in Smash sehen wollten. Wenn er schon mal ein Sixpack hat, dann kann er auch einfach in Smash mit den anderen kämpfen. Der Ridley in Smash Bros. Das werden wir nie sehen. Ich habe recht. Ah, nächste Woche werden wir auf jeden Fall noch Prime 3 weitermachen. Werde ich... Vielleicht fange ich nächste Woche ADRM an. Ich weiß nicht, wie lange Prime 3 noch gehen wird. Wir haben auf jeden Fall dann noch die Heimat der Weltraumpiraten vor uns. Ich weiß nicht, ob ich danach Energiezellen wirklich suchen muss und wie lange das dauert und sowas. Aber... Wahrscheinlich werde ich nächstes Mal nicht mit ADRM anfangen. Wahrscheinlich erst übernächste Woche. Hast du noch was vor dir? Ja, ich denke auch. Ich weiß, dass es generell relativ lange geht. Deswegen bin ich ganz froh, dass ich jetzt heute soweit... Dass ich es heute soweit schaffe, dass wir... Ah, dass wir das hier alles machen. Also Elysia fertig. Na, um ADRM mache ich mir nicht so viele Sorgen. Das wird sowieso neu für mich. Das ist okay. Das ist ja das, worauf wir warten. Warte, wo muss denn... Wo muss das Kampfschiff jetzt hin? Ach, da vorn. Ach du meine Güte. Ist das jetzt wirklich nötig? Ach so, eine Scheiße. Scheiße. Das sah schon, wo du die Energiezelle in Valhalla einsetzt musst, damit du keine zusätzlichen sammeln musst. Ja. Beziehungsweise gibt es eine Route, die ich ganz gerne machen will. Und das war, äh, so eine Runde bei Brio bei der einen Statue entlang. Das ist immer die eine gute, die eine spaßige Energiezelle zu holen. Aber ja, ansonsten, ich werde nicht alle holen. Wir werden nach dem richtigen Weg schauen. Wenn man einen falschen Weg geht, kriegt man eh nur Müll dafür. Den KDM werden spaßig, ohne dass du mit Pass-Pass-Systeme, bei dem man so seltsam stehen bleiben muss. Ja, ich stimme zu. Du kannst auch einfach den ADRM-Film laufen lassen. Das ist nur die halbe Erfahrung. Alle Cuts, uns auf YouTube anzuschauen oder so, ist nur die halbe Erfahrung. Wir sind nicht hier für halbe Erfahrungen. Wir, wir müssen das, müssen es durchziehen. Man kann nur einmal in seinem Leben zum ersten Mal ADRM richtig spielen. Und das muss man ausnutzen, dieses eine Mal. Ich weiß nicht, was das hier alles für Fahrstühle und sowas sind, aber... Ich schätze, wir gehen einfach mal dahin. Ach, komm schon. Ich verstehe nicht ganz, warum die Seeker bis da jetzt so oft einfach nicht funktionieren. Ach, ist das auch noch ein Teil für die Bombe? Ach, das ist auch noch ein Teil für die Bombe. Ich habe ADRM damals geliebt. Das sehe ich halt auch. ADRM ist optisch, äh, schön. Und ich meine... Story ist ein bisschen nervig, aber ich denke, sie ist okay hier. Wenn man nicht, äh, schon eine gewisse andere Vorstellung davon hat, wie Samus als Charakter ist. Ich habe das Gefühl, wenn man ungefähr eine Vorstellung von Samus als Charakter hat, dann... Dann ist ADRM Samus schon harter Tobak. Exzellent work, Samus. We are now ready to execute the final stage of our plan. Place the bomb in the cargo hold of the Spire pod. We will mark the Spire location on your map. Please hurry. There is... Oja, ADRM ist auch, wie ich sage, es ist kein... Ich meine, ich will nicht direkt... Ich sag's trotzdem. Bisschen ähnlich wie, äh, Prime 3. In der Hinsicht, dass ich... Ich würde sagen, ich bin nicht sehr zufrieden damit. Ich denke, es ist absolut nicht das, was ich wollte, aber... Es hat auch eindeutige Schwächen. Aber es ist halt kein schlecht gemachtes Spiel. Es ist nicht schlecht gemacht an sich. Es wurden Entscheidungen getroffen, die Fragen aufwerfen. Wenn ADRM hatte neben Fusion die beste Atmosphäre, es war einfach ein bisschen gruselig und mysteriös. Ich weiß nicht. Das Gefühl, Atmosphäre war mehr so ein... Es ist die große Stärke von Prime 1 und 2, aber... Ich denke, ich sehe, was du meinst. Fusion war auf jeden Fall scheißgruselig. Und Charming in Wundern hat auch nicht gut umgesetzt. Ja, 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 ja. Aber es ist keine Sache, dass das Spiel wirklich zu übel ist. Handwerklich. Ob auf Stream ist seine Batterieleiste der Wii-Mod? Ich weiß. Oder hast du es gerade zum ersten Mal rausgefunden? Ich kann Samus-Charakter aus ADRM halt voll verstehen, weil sie da viel mit ihrer Vergangenheit zu kämpfen hat. Und das gibt ihr meiner Meinung nach einen tieferen Charakter. Ich bin bereit, mir ein Bild dazu zu machen. Davon zu machen. Au. Das SA-X ist... Das SA-X ist so gut umgesetzt. Vor allem, wenn man das SA-X mal trifft, und es passiert auch, dass es einen hin und wieder angreift, es ist so stark. Es macht so viel Schaden. Was sogar im Kontext der Reihe Sinn ergibt, weil das SA-X den Ice Beam hat. Es ergibt also komplett Sinn, dass es bei Samus extra Schaden macht. Swim-Charakter würde besser funktionieren, wenn ADRM nicht das sechste Spiel oder so in der Timeline wäre. Ja, hat Samus zu dem Punkt nicht irgendwie schon drei, vier Mal Ridley bekämpft? Und dann, wenn sie ihn nochmal sieht, kriegt sie einen Nervenzusammenbruch? Ich weiß auch, dass das irgendwie eine Sache war. Oh, aber jetzt, jetzt ist Ridley zu viel für mich. Davor war es eigentlich okay, aber... Oh, jetzt? Nee. Man sagt ja, alle guten Dinge sind drei, aber für mich ist jetzt vorbei. Okay. Ja, nach drei 2D und drei Prime Titeln. Yeah! An dem Punkt hat sich auch mal Ridley bekämpft. Samus Returns hatte auch neue Entscheidungen gehabt, wie Melek, Counter, Grafikstil und so weiter. Dread hat das hingegen sehr gut umgesetzt. Ich denke, Samus Returns hat das an sich auch gut umgesetzt. Ich meine, Grafikstil, okay, ist 3D-Spiel, was auch immer. Das ist, denke ich, will ich wirklich nicht zu sehr vorwerfen. Ich denke auch, das generelle Kampfsystem war auch schon in Samus Returns gut. Das Problem an Samus Returns war einfach nur, dass super viele von den Räumen, also mein größtes Problem damit, dass so viele von den Räumen einfach, beziehungsweise generell die Räume nach nichts aussahen, super gleich sind wie andere, generell die Map viel zu groß ist und sie komplett vollgemüllt mit Gegnern sind. Man kann einfach keine 2 Meter Lauf ohne von 80 Gegnern eingriffen zu werden. Das fand ich unfassbar anstrengend in Samus Returns. Aber das grundlegende Kampfsystem, ich denke, das war schon ganz gut implementiert. Bei Dread haben sie dann nur bessere Gegner gemacht. Und generell bessere Räume. Wir werden jetzt die Bombe droppen. Natürlich. Oh, nehmen wir sie an! Wir bringen jetzt Freiheit! Nach Elysia! Aber ja, zu sehr kann ich lore-technisch leider noch nicht auf ADRM eingehen, aber... Ja, dazu kommen wir noch früh genug. Ach ja, das ganze Gebiet bewegt sich. Schwimmen wir mal rüber! So wie Amerika Freiheit nach Japan gebracht hat, die... Nein, nein, im Zweiten Weltkrieg war das nicht... War das nicht das Ziel. Das Ziel war, den Zweiten Weltkrieg zu beenden. Ich hab's verstanden. Okay. Das ist nicht das erste Mal für mich. Ist nicht mein erster Ritt. Warte mal, sind das Ridley super stirbt, wenn man, äh, weiß, was für ein, äh, Vieh in ADRM und Fusion rumläuft. Reden wir von einem Vieh, das ein Albtraum ist. Okay. Jetzt geht's runter! Und dann wird... Jetzt geht's rüber! Und dann wird die Bombe gedroppt! Mama Mega! Neo-Ridley, wie der heißt? Oh, darauf bin ich so gespannt. Ich hab keine Ahnung, wer, wie, wer oder was Neo-Ridley... Ich mein, ich weiß, wer Neo-Ridley ist, glaub ich. Ich hab da so ne Vermutung. Aber ich hab keine Ahnung, was sonst irgendwie damit sein könnte. Samus, we are sensing a large number of enemy units in your vicinity. Oh, oh. Oh, oh. Das wär nicht gut. Okay. Neo-Ridley ist ja aus Fusion. Ah, okay. Mit dem bin ich vertraut. Ist bisschen unförmig. Neo-Ridley sah komisch aus. Willst du kämpfen, Raumschiff? Willste kämpfen? Willste? Willste kaputt gehen? Willste? Wir haben einfach schon mal eine erste Dosis aufgebraucht und der steht noch. Dankeschön. Versucht ihr mit euren komischen Drohnen in die Turmgondel anzugreifen? Wirklich? Ist das euer Plan? Der Weltraumpirat versucht wenigstens mich anzugreifen. Ah, wieder eins davon. Weltraumpiraten. Komm direkt, direkt die nächste Einspritzung. Keine Zeit zu verlieren. Auch wenn das Spiel gerade ein paar Frames verlieren will. Komm weg mit dir. Raumschiff, was mit dir? Willst du also stunken? Nein! Wollte ich gerade sagen, warum steigt das Raumschiff so schnell? Sehr schön. Ach, das ist noch eins. Na, warte, das ist gut. Die Pirate, die hier rauskommen. Die haben nicht ein bisschen süße, süße... Oh, hunderter Heilung. Oder ist das ein hunderter? Ich kann auch, was blau oder gelb war. Hey, du da hinten. Hör auf. Oh! Auf geht's! Die volle Ladung! Ich wollte nicht von der Golde springen. Ich bin gestolpert. Ich habe das Gefühl, da ist auch wieder so eine Stelle, die mit dem PED einfach viel zu leicht ist. Aber ohne PED geht man das Risiko ein, dass das Zeug wieder unschaffbar ist. Jetzt weg mit der Bombe. Bleiben wir eigentlich so nah neben der Bombe stehen? Oh nein, da ist meine Fluchtkapsel. Alles gut, wir bleiben nicht neben der Bombe stehen. Oh nein, geht hier nicht irgendwas kaputt oder so? Oh, ich hasse es, wenn das passiert. Ich gerade dabei bin, die Bombe zu droppen und dann kommt das. Oh, gar nicht gut. Eine ganz unentspannte Sache ist das. Schicke Tapeten haben die hier. Ja, mit dem PED würde Samus halt wirklich keinen Schaden von der Atombombe bekommen. Von der Wasserstoffbombe. Buchstäblich unverwundbar. Das ist ihr ganzes Ding. Ja, ja, ich bin hier schon unterwegs. Das ist wie drawn to life. Nur malen wir auch nicht zu sterben. Da ist noch eins. Nee, ich habe noch mehr als ausreichend Zeit. Mach dir mal keine Sorgen darum. Okay. Ich bin bereit abzuhauen. Ihhh. Sie warst nicht hier einfach durch euch durch. Was wollten die überhaupt hier? Sollen die einen aufhalten? Was war das für ein Hindernis? Oder wollten sie damit andeuten, dass diese kleinen Roboter die Kapsel beschädigt haben? Wahrscheinlich ist das der Sinn dahinter gewesen. Nein. Richtung Bildschirm bewegen. Okay. Warum bin ich eigentlich nicht einfach mit dem Raumschiff hier gelandet? Wäre es nicht einfacher gewesen? Was auch immer. Einfach weg. Was wäre denn los? Soll ich noch einen schönen Stream? Dankeschön. Zu viel werden wir auch nicht mehr machen. Wir werden noch zu einem gewissen Bossgegner rüber gehen. Wer war denn eigentlich der Boss hier? Ich erinnere mich immer an den Ersten. Und dann Ridley. War es nicht so ein fliegendes, komisches Etwas, das irgendwie super schwach war? Elios oder wie er heißt? War es diesen fliegenden Teil? Neo-Mother-Brain. Will mich ja auch nicht wundern. Okay. Fliege dahin und zerstöre ihn! Bitte! Du kannst auch mal bitte sagen! Lüge dahin und zerstöre ihn! Unglaublich. Wo soll ich Crate immer? Kommt Ridley und Dark Samus, äh... Immer kommt nur Ridley oder Dark Samus. Er ist der wahre Star der Show. Ja, Ridley in 3D-Metroid ist eher eine Seltenheit. Habe ich Ridley gesagt? Ich meinte Crate. Ich weiß gar nicht mehr. Crate in 3D-Metroid ist eher selten. Elios sind fliegende Kugeln. Okay. Mal schauen! Das ist auf jeden Fall soweit das Finale für diesen Stream. Und dann bin ich 6,5 Stunden online. Das trifft sich ganz gut. Das ist nämlich ungefähr die angepeilte Streamzeit für mich. Ich würde mal sagen, ich habe einiges geschafft heute. Ich bin relativ optimistisch, dass ich das Spiel nächstes Mal zu Ende spielen kann. Sehr optimistisch sogar. Und dann können wir übernächste Woche direkt in ADM rein starten. Yes. Helios, die ursprüngliche Sonne im Angriffsmodus. Aber wenn da genug Monster aus dem Spiel entfernt wurden, mein Freund, dann scheppert es aber. Schlägt es aber 13. So viel arbeite ich auch immer und dann mache ich irgendwie die 8 voll. Verstehe ich nicht. Tu es dann für eineinhalb Stunden so, als würdest du nur arbeiten oder? Na, ich denke Crate war in Dread ganz cool. Ich habe nur den Konter bei Crate nicht gesehen, weil ich nur unten stand und Leben gefarmt habe. Ich habe Crate ein bisschen gecheased, könnte man sagen. Ach, so schleimig. So matschig. Muss ich hier in den Morphball? Nee. Doch. Nee. Nee. Wo ist das? Ach, muss ich das? Muss wahrscheinlich erst. Ich meine, okay. Ich schätze, das kann man so machen. Ich meine, okay. Ich schätze, das kann man so machen. Geil. Okay. Boss Gegner. War Crate Secret Kill eine Powerbombe in ihm drinlegen oder sowas? Äh, was bist du? Ich schätze, ich gehe direkt mal in den Modus über. Äh. Äh. Okay. Machen wir das jetzt so weiter? Oder? Hören wir auf damit. Wir können doch so weitermachen, wenn du willst. Okay. Gibt es der Schwachpunkt offen? Ich sehe nichts. Helios, ich sehe nichts. Helios, jetzt hör auf. Ich sehe doch so nichts. Ach, was eine Scheiße. Komm schon, was war das denn jetzt? Vor allem, was wird das denn jetzt? Ich meine, es sieht cool aus und so, aber... Was soll das denn? Ich vermute, ich soll die mit meinen Seeker Missiles angreifen. So. Ja, und dann können wir ihn wieder... ein bisschen runterschwächen. Nein! Nein! Meine Leben! Was macht der denn schon wieder? Hör doch... Hör doch auf jetzt, Helios. Oh mein fucking Gott. Ich verschwende meine ganzen HP für absolut nichts. Buchstäblich nichts. Warum sehe ich ihn nie? Warum sehe ich ihn nie? Warum... Hä? Ist das dein fucking ernst? Warum sehe ich ihn nie? Wie soll ich ihm denn so jemals Schaden machen? Na ja. Wie auch immer. Wie auch immer. Wir bekommen Heilung dazu. Also... Was soll's. Was macht der da? Hä? Ich schätze, es war ein Angriff von ihm. Ich verstehe nicht, wie ich... Ich verstehe nicht, wie ich... wie ich da durchkommen soll. Was? Was? Ich habe noch nicht eins gedrückt. Ich glaube, ich gehe lieber in den Modus. Aber ich kann ihn nicht damit erwischen. Miese Nummer. Aber dann kommt so viel Leben zurück von ihm. Schon stirbt. Dankeschön. Was für ein Weichei. Trifft's ganz gut. Na der... Was soll denn das, dass ich ihn die ganze Zeit immer nicht sehen konnte? Das war so ein komischer Postkampf. Oh, oh, der Tumor wächst. Das ist nicht gut. Wahnsinn. Letzte Zeit vielleicht in der Nähe von Gebieten mit einer etwas erhöhten Strahlung. Uh, wir bekommen die PED-Missiles. Die sind ziemlich gut. Zumindest ist Omega Ridley ein guter Fight. Heißt der so? Ja. Omega Ridley. Na gut, die Hypermissiles sind einsatzbereit. Boom. Boom. Und... Boom. Sehr schön. Davor kommt noch Alpha und Beta Ridley. Es wird so, als ob es nicht so ist. Mal den Alpha Ridley gegeben hätte. Irgendwie. Vielleicht heißt er... Erste Machine Ridley aus Metroid Zero Mission Alpha Ridley oder so. Würde mich nicht wundern. Okay, Augenfreund. Dort Vicky gibt es insgesamt Omega Ridley, Neo Ridley, Mecha Ridley, Meta Ridley und ein paar komische Ridley-Formen aus ADAM. Ein paar komische Ridley-Formen aus ADAM. Das ist wahrlich Ridleys modernes Leben. Und hey, wir haben den Boss geschafft. Der hat mich nicht ganz so sauer gemacht wie der Erste. Da ist aber bumm gemacht. So, kann ich jetzt eine Runde speichern? Kann man hier drin speichern? Danke, 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 danke. A Proteus Ridley heißt ja aus Samus Returns. Proteus? Oh nein, nicht Gantradar. Ja. Was? Immer wenn man denkt, man hat alles gesehen. Das finde ich doch fucking cool. Das finde ich doch fucking cool. Ja. The attack will commence as soon as our preparations are complete. Piratenwelt ist auch ziemlich wild. Piratenwelt hat ja auch ein paar wilde Stellen. Wir landen schon mal da und dann speichere ich und dann sind wir fertig für heute. Was ist mit dieser Nachricht? Ah fuck, da gibt es Säureregen. Aber der ist nicht schön. Der ist gar nicht schön. Sehr planiert sich in Phasen, verwandelt das ebenfalls nicht schön. Da ist schon ein bisschen wie ein kleiner Phasen Tentakel. Gewaltiger. Ja. Okay. Er wird gespeichert. Und dann würde ich sagen, guter Fortschritt. Guter Fortschritt für einen Stream. Beim nächsten Mal bringen wir es zu Ende. Beim nächsten Mal bringen wir es zu Ende. Hier gab es einen Raum, bei dem man das Spiel original hat, wenn 4 FPS lief. Ich wollte gerade sagen, ich habe Spitz jetzt auf der Wii U gespielt, das ist nicht Original-Hardware. Aber gut. Ich würde sagen, ich weiß nicht, was damit auf sich hat. Es ist an der Zeit, das Spiel zu Ende zu bringen. Teil 2 waren Sachen Soundtrack wirklich viel besser. Need for Speed Underground 1 hatte oftmals einen relativ aggressiven Soundtrack, hatte ich das Gefühl. Das war mir oftmals ein bisschen zu viel des Guten. Need for Speed ist auch für mich immer so eine Spielreihe, bei der ich... Die ist für mich immer ein guter Beweis dafür, wie komplett nicht mehr im Bilde ich bin bezüglich neuen Videospieler. Denn ich habe von den letzten 10 Jahren Need for Speed, ich habe nichts mitbekommen. Ich meine, ich habe Unbound ein bisschen mitbekommen, dass es rauskam. Aber ansonsten alles nach Hot Pursuit, also nach dem Reboot oder was auch immer. Ich habe nichts mehr mitbekommen, dass überhaupt noch was rauskommt jemals. Die beiden konnten nicht viel machen gegen meine Pace and Power. Geht mir genauso. Also ja, ich habe das Gefühl, dass es so ein gewisses... Das ist immer so ein bisschen die Sache mit EA Spiel, weil sie auch nicht auf Steam landen und sowas. Ich meine zumindest für die längste Zeit nicht. Unbound war wieder auf Steam. Wir sind dann immer so in ihrem eigenen Mikrokosmos. Ganz zu schweigen davon, dass EA Spiele sind. Und man sowieso sich immer denkt, äh, will ich überhaupt? Dann wahrscheinlich will ich nicht. So, hier können wir noch nichts machen. Hier brauchen wir auch erst... Ja, hier, ich sehe nichts. Piep. Piep, piep, piep. Wir haben uns alle lieb. Hm. Dafür wünschen wir uns aber einen guten Appetit. Habe ich recht? Haben wir jemanden mit einem gesunden Appetit hier? Ja, er hat ja seine eigene Plattform. Ja, bei der dein Account gelöscht wird, wenn du für zwei Jahre inaktiv bist. Deswegen weigere ich mich da jemals wieder was zu kaufen. Außer von LSE Boris Zappman. 95 Bits. Bibi lieben Dank. Ah, ja, hier können wir auch noch nicht durch. Das ist, glaube ich, später dann der Rückweg. Okay, ich möchte kurz eine Sache anmerken. Eloban hat mir gestern geschrieben, er hat gesagt, hey, gutes Video. Und, äh, ziemlich gute Ein... Warte, ich suche schnell genau nach dem Wortlaut, okay? Was hat er geschrieben? Starkes Video. Präge Emoji. Und dann mochte die vielen Soundeffekte. Ich habe ihm nicht mal davon erzählt oder so, aber er hat trotzdem lobend die vielen Soundeffekte hervorgehoben. Es gab mal die eine Situation, das war nach T... Wir waren, äh, bei TTT noch im Call und dann war irgendwie... Keine Ahnung, es war irgendwas mit Soundeffekten von irgendeinem Video von Schirmtext oder so, was auch immer. Und dann, äh, ging es um Soundeffekte und dann meinte Hoki so, hä, du verwelst deinen Videos doch gar keine Soundeffekte. Und das ist der Snark an mir. Das ist einfach ein gutes Soundeffekte, das ist mir direkt aufgefallen. Gestern hast du geschrieben, wenn sie nicht auffallen, ist es doch gut. Weil es bedeutet, dass sie gut passen. Auf jeden Fall hat er ihnen gesagt, hey, du verwelst doch gar keine Soundeffekte. Und das war... Das hat mir genagt, das ist einfach... Nee, nee, das war einfach nicht nett. Ich bin einfach... Zeig mir einfach, wo ich hin muss. Geht's um Supervision, war ein Top-Video, danke dafür! Dankeschön! Au, au. Ah, nee, okay, wenn ich hier unten entlang laufe... Okay. Das ist gemeiner... Das ist gemeine Säure, die vom Himmel regnet. Und ich weiß nicht, ob es bei euch öfter mal Säure regnet, aber das ist nicht schön. Davon will man nicht erwischt werden. Habt ihr Edits beim letzten Degmermer geliebt? Ja, das war von Elobahn. Also Degmermer-Mideos editier ich in der Regel nicht. Da links muss ich entlang. War mich immer, woher meine Mutter damals den Supervision hatte. Ja, er wird wahrscheinlich bei irgendeinem, keine Ahnung, bei irgendeinem fucking Woolworth oder sowas, wenn sie welche für 20 Mark da gehabt haben, dann dachte sie sich, oh ja, der Sohnemann, der mag doch Videospiele. Ich meine, ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand die Scheiße hatte, außer dass sie... Au, 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 au! Wenn es nicht gerade irgendwo verramscht wurde. Im Uhrzeigersinn... Gegen den Uhrzeigersinn drehen, vom Bildschirm wegziehen. Energiezelle! Wer editiert bei dir eigentlich was? Äh, Johnny hat zwei, äh, zwei, drei Videos gemacht, aber hauptsächlich wird, wenn dann bei, äh, Degmermer, ähm, editiert von Elobahn und der Marco. Heute kommt auch wieder eine Schmöker-Stunde. MOP-Zeug macht Maeve soweit. In der Regel will ich die M&G-Videos selber editieren, hauptsächlich, weil das meiste Zeug ist immer, ist auch, ist kompliziert zu erklären und dann habe ich irgendwie fucking 50 Aufnahmen, wo ich irgendwie im Slider einen Handheld filme und sowas, allein die Files dann zu verschicken, wäre viel zu groß und das wäre, es wäre in vielen Hinsichten sehr unpraktisch. Wie liebst du mehr Elobahn oder Marco? Ich meine, ich habe mit Elobahn viel mehr Kontakt. Das ist ein bisschen gemein jetzt, sozusagen. Ich liebe natürlich alle meine, äh, Editor gleich viel. Wer ist Marco? Er ist der Typ, der dafür gesorgt hat, dass ich, äh, ein Meme bei Make-It-Meme bekommen habe. Wie sie herausstellt, war er nämlich, ich weiß nicht, ob du das wusstest, äh, wusstest, Hoki. Äh, wie sie sich herausstellt, war er, äh, gegen den Typ, der Make-It-Meme die Website gemacht hat, mit ihm in die Klasse. Und dann, als ich das Video gemacht habe, hat er ihn angeschrieben und dann, äh, wenn ihr Make-It-Meme spielt, könnt ihr vielleicht einen alten, stiläugigen Mögi entdecken. Ja, das wusste ich. Okay, ich sehe schon. Das ist, äh, das ist ein Schwank aus der Jugend, der gerne erzählt wird. Er hat jemanden gegnerst aus dem Pazifist-Run? Scheinbar! Ja, heute kommt Schmuggli-Schmörker-Stunde, der Stunde, in der Schmuggli schmörkert, mit dem Quelle-Katalog aus dem Jahr 2000. Das Video kommt um 12 Uhr online. Teilt es bitte auf TikTok mit euren Freunden. Ich würde eure Videos auch mit meinen Freunden auf TikTok teilen. So, wo würde ich denn überhaupt hinrollen gerade? Hier hin wahrscheinlich. Ja, das sieht doch richtig aus. Wie soll ich dann bei dir zuschauen und das Video? Ja, das ist... Es wird hart. Ich weiß jetzt noch gute zwei Stunden Zeit, dir zu überlegen, wie du das am besten bewerkstelligen willst. Was haben wir denn hier alles? Uh. Das ist doch ein Visier. Das sehe ich doch von hier aus. Ich werde ein Insta-Reel zu deinem Video machen. Keine Sorge, auch ein bisschen für Insta ein Reel machen. Ich habe mir vor wenigen Wochen einige wirklich alte Fotos von meiner Stadt angesehen. Da fand ich auch eins mit einer guten alten Quelle vor Ort. Heute ist da ein Bastelladen. Das ist die Evolution. Die natürliche Auslese. Quelle geht und die Bastelläden kommen. Ich teile ein Video gerne mit meiner Facebook-Dorf-Gruppe. Dankeschön. Erweiterung für den Anzug gehalten. X-Ray-Visor. Das ist so ein schweinekooles Visier. Ich meine, jetzt noch nicht. Jetzt können wir nur ein paar Dinge sehen, die wir davor noch nicht sehen konnten. Ich meine, wir sehen Samus' Knochen. Bisschen intim, so eine Information, aber was soll man machen? Er zeigt ja eigentlich nicht direkt jedem seine Knochen. Zwischendurch war es ein Spielzeugladen. Die Reihe ging aber pleite. Ein Toys R Us, würdest du sagen. Ich war einmal in meinem Leben in einem Toys R Us. Es war zu der Zeit, als der DS noch relativ frisch war. Die hatten da einen, die hatten so eine, die hatten so einen Kiosk mit einem DS und da war Wario, äh, WarioWare Touch It oder was auch immer, wie auch immer der DS-Teil hieß. Und das war super cool und sie hat generell auch ein paar Gamecube-Spiele und sowas. Ich wollte irgendwas Cooles kaufen, aber es war alles so fucking unbezahlbar. Ich konnte ihm ja nichts leisten. Ich glaube, ich hatte nur noch 20 Euro oder so. Es hat für absolut nichts gereicht. Und dann habe ich den Toys R Us verlassen und war sehr traurig. Und das, das war, das war meine Toys R Us-Geschichte. Ich hoffe, ihr mochtet sie. Weiß ich nicht, wie man sich da, wie, wie sich irgendjemand da irgendwas hätte leisten sollen. Es war einfach so fucking teuer. Das heißt, ich bin nicht traurig, dass Toys R Us weg ist. Für mich ist, für mich ist das eine Erleichterung. Außer von Silphid, 40 Monate, Resub, wie wir lieben Dank. Was unterscheidet Prime 3 von 2? Dass es ein anderes Spiel ist. Kann ich hier drauf schießen? Vielleicht mit, vielleicht mit ein bisschen, oh, ich kann nicht in den und felsen gleichzeitig. Okay. Da, da kommen wir irgendwann wieder zurück. Die Surfer in spielbaren Läden. Äh, nee, nicht mehr, seit ich das Alter von 14 Jahren überschritten habe. Würde ich sagen. Ich brauche, ich brauche den Beam, um da durchzuschießen. Ich brauche einen Beam, der durch Wände schießen kann. Was ich auch schade finde, wir haben hier einen Retro-Spiel-Laden in der Stadt. Da kannst du noch ein paar Gameboy-Spiele holen. Playstation 64 ist das bekannte Zeug. Halt bis Anfang der 2010er. War ja noch aktuell und lief gut. Heute finanzierte sich hauptsächlich über Zigaretten und Zeitschrift und führt nebenbei noch Spiele auf. Ja, ich meine, so, so ist, so ist der, der Wandel des Marktes. Die Leute kaufen Zeug lieber online. Vor allem bei Videospielen und sowas. Ich höre dich. Mhm. Das wäre gut zu wissen. Ich bin kein Fan von dem Säureregen. Koordinaten wurden transferiert. Oh, kann ich jetzt darüber fliegen? Oh, bei deinem Toys R Us wurde der Super Toy Club gedreht. Der alte Super Toy Club. Wir hatten bei uns in Quelle ein GBA-SP mit dem Minish Cap, äh, mit dem man Minish Cap spielen konnte. Beim ersten Tag den ersten Boss geschafft hat. Die Mitarbeiter haben Tag alle Spielstände gelöscht. Oh, mies. Das könnte ich noch nicht bringen. Mechanische Sperre ist verriegelt. Warte. Achso, ich muss hier irgendwie... Äh. So. Hab's geschafft. Ich wohne in einer größeren Stadt und, äh, es gibt so wenig gute Läden für Nischenzeug, ich kann nicht mal in die Stadt gehen dafür. Ja, bei mir gibt's gar keine Laden für Nischenzeug. Das heißt, äh, es tut mir echt leid zu hören, dass es nicht so viele bei dir gibt. Das muss ziemlich hart sein. So, ich könnte das hier jetzt aufmachen. Hm. Visier natürlich davor erst aktivieren. Das. Und das. Dann kommt der Angelhaken. Und das. Ich wohne in einem 70 Einwohnerdorf. Wir haben einen Friseur und das ist schon krass. 70 Einwohner. 70 Einwohner? Was habt ihr? 10 Häuser oder so? Ja, wo stelle ich mir 20? Aber... 70 Einwohner ist echt wenig. Ich hab früher auch mal auf dem Dorf gewohnt, aber... 20 circa. Oh, das ist so wenig. Bei dem Dorf, in dem ich, äh, früher mal gewohnt hab, da wurde uns auch übel mitgespielt. Das war nicht so winzig. Ich glaube, so 1000 Einwohner würden schon hinkommen dafür. Ey, das ist eine Scherzung. Ich hab keine Ahnung. Wir hatten aber trotzdem keinen Supermarkt, keine Tankstelle oder so. Wir hatten nur einen fucking Metzger und einen Bäcker. Das heißt, man konnte wirklich nichts kaufen. Mettbrötchen all day. Reicht doch, Wurst und Brot ist eine Mahlzeit. Es ist nicht aufregend als Kind. Du willst ja... Du willst ja... das neue Mickey Mouse Magazin kaufen, aber das kriegst du ja nicht her. Musst du erst hoffen, dass man in die Stadt fährt. Außer von Burn Shadow. Fünf Monate. Reicht's up. Bibi lieben Dank. Und zwar war es auch früher gut. 500 Einwohner, nur ein Bäcker und ein Restaurant. Das nächste Dorf war drei Kilometer weiter weg. Dazwischen nur Wald und eine Straße. War toll. Ja. Ich meine, Restaurants gab es bei mir wahrscheinlich auch ein paar, aber... Das war für mich als Kind. Ich bin halt weggezogen, als ich, ähm... Stimmt, wie alt war ich da? Ich glaube, neun Jahre alt, als sowas, als wir dann in die Stadt gezogen sind. Dementsprechend habe ich nicht zu viele Erinnerungen an irgendwelche Restaurants, die es da gab oder so. Ja, aber neun bin ich ausgezogen. Keine Lust mehr gehabt auf die Scheiße. Und hoch. Und hoch. damals. Hm. Was wollen wir denn hier am besten machen? Was ist das? Was lässt sich durch schweren Beschuss zerstören? Das war schwerer Beschuss. Unser hatte bis heute das geilste Esspapier. Ja. Fuck. Esspapier. Wohin im Dorf mit 3000 Einwohnern haben sogar einen Döner. Ja, 3000 Einwohner ist jetzt also... Bei 3000 Einwohnern sollte schon ein paar Dinge da sein. Das sind ja auch eine Menge Leute an dem Punkt schon. Ich glaube, wir haben bei Metal Prime 2, hat jemand nachgeschaut, ich glaube, ab 5000 Einwohnern zählt es als Stadt. Weil sie immer noch eine winzige Stadt ist, aber trotzdem. Zusammen. Was haben wir denn hier alle? Äh. Äh. Die Felsenkrabbler. Äh. Was? Was ist das? Jetzt wollt ihr mir Energie ausschlüpfen, aber es ist gescheitert dabei. Ich wohne im Dorf mit eine Million Einwohnern. Das ist echt schrecklich. Da haben wir ja einen richtigen Scherzkick. Hier. Ah, hier hoch. In so einem Leck ist eine Stadt mit 1000 Einwohnern, weil die irgendwann mal Stadtrechte bekommen haben. Fucking 1000 Einwohner Stadt. Haben die überhaupt einen Supermarkt? Nein. Oh Gott, ich bin nicht runtergefallen. Okay. Sehr schön. Lass mich aber nochmal hier hochhüpfen. Der Dorf hatte 2000 Einwohner mit einem Schlecker plus, äh, und Sky. Zu ganz viele Griechische, hast du raus und ein Döner. Das klingt eine andere Menge für 2000 Einwohner. War es vielleicht auch so ein Knotenpunkt, war es wahrscheinlich auch ein Knotenpunkt für die, äh, für die Dörfer, die rundherum liegen. An sich scheinen mir, das ist nämlich sehr viel für, ähm, für ein simples Dorf zu sein. Jetzt aber besser beeilen. Ah, fuck. Habe ich noch ein kleines Fischerdorf am Rande zur Ostgrenze? Ha. Au. Hm. Ist das Teil jetzt überhaupt noch offen? Wo will ich überhaupt hin? Ich glaube, ich will hier hoch. Ach. Und zum Dorf wohnen nur 14 Leute. Ich habe da ein Starlink, passables Internet. 10, 14 Leute überhaupt als Dorf. in meinem Haus wohnen mehr Leute. äh, das ist kein fucking, so ein riesiges Hochhaus oder so. Ist das einfach nur, ja. Ein mittelgroßes Haus, würde ich sagen. An dem Punkt könnte das Haus auch ein Dorf sein, scheinbar. X. Na, mein kleines Dörf hier nicht, Weiler. Ja, ich glaube auch, da war doch irgendein anderer Begriff. Kann doch sein, dass das so eine inoffizielle Sache ist. In meinem Haus die dekadente Streamer. Ja, ist quasi meins. Hauptsächlich nicht, aber quasi. In Rheinland-Pfalz gibt es ein Dorf, welches irgendwie nur aus einem Haus und einer Firma besteht. Ich meine, eine Firma könnte viel bedeuten. Firma könnte groß sein. Morgi ist auch ein Weiler. Ein Langweiler. Was soll das denn jetzt? Kann ich da nicht rein? Nein, wir gehen schon mal da recht zu. Außer von Dark King 60 Monate. Äh, resub. Vielen, vielen Dank. Warum? Warum kann ich da nicht? Dankeschön. Und da oben ist Missermunition, die ist wichtig mitzunehmen. Der Vater ist Bürgermeister und die Familie Gemeinderat. Das ist, glaube ich, eine Baumschule oder so. Ein guter alte Baumschule. Das heißt, für ein Bildungssystem in dem Dorf ist auch gesorgt. Ich habe recht. Außer von Tag Turn. 32 Monate. Resub. Wie viel lieben Dank. Oh, oh. Der Alarm geht los. Oh, oh. Oh, oh. Die Weltraumpiraten. Der eine scheint ein bisschen die Dimensionen zu wechseln. Was ich für meinen Teil sehr frech finde. Ist er jetzt weg? Na ja, gut. Ach, Tierfeld war eine Stadt und kein Dorf. Das wäre ein Dorf gewesen. Das war die kleinste Stadt Deutschlands. Mitweiler gibt es in meinem Dorf aber nichts mehr. Alle Einkaufsmöglichkeiten sind verschwunden und zwingen die ältere Bevölkerung nur in die 10 Kilometer entfernte Stadt zu fahren. Das Einzige, was im Dorf blieb, ist der Döner. Ja. So ein Dörfersterben ist nicht zu ungewöhnlich in der heutigen Zeit. Das war ein schneller Kampf. Ja, ich weiß auch nicht. Ich schätze, ich werde gegen den Typen später noch kämpfen. Wurde jetzt nur vorgestellt als ein Gegner, nachdem man besser die Augen auf dem hält. Ja, Stadt ist ein bisschen hektisch, aber wenn ich für jede fucking Erledigung irgendwo mit dem Auto hinfahren müsste, fände ich das auch sehr belastend. Das würde mich unfassbar nerven. scheinbar auch echt nicht effizient zu sein. Wobei man natürlich, wobei ich natürlich irgendwann ganz gerne vielleicht einen Garten hätte. Wenn du einen Garten haben willst, dann, äh, wahrscheinlich, wahrscheinlich musst du an die Stadt verlassen. Ah, Moment. Man kann es natürlich auch in den Stadt einen Garten bekommen, aber wahrscheinlich ist es dann doch eher gering. Schrebergarten. Erstens, weißt du, was für fucking Leute im Schrebergarten sind? Zweitens, was bringt mir der fucking Garten, wenn ich dafür weggehen muss? Ganze Sinn dahinter ist doch, dass er direkt vor deinem Haus ist. Oder nicht? Ich meine, ein großer Teil des, äh, Sinns dahinter. Ich werde, ich werde, muss ich mich extra anziehen, fertig machen und wahrscheinlich auch noch mit dem Auto fahren, um dann in einem Garten zu sein, der viel zu nah bei neben irgendwelchen komischen Nachbarn ist. Dann kannst du ja sowieso nur bedingend viele Dinge damit machen. Dann muss man sich hier beeilen. Johnny hat so Schrebergarten-Vibes. Ja, das sehe ich, das sehe ich, das sehe ich. Ich wohne in der Vorstadt direkt neben der Stadt und das ist auch Wahnsinn. Manchmal viel zu viele Leute im Speckgürtel. Ja, das ist halt das Gefragteste für Familien. Die Gefragteste Location. Was Sinn ergibt? Will sich zwangsweise dann direkt in der Stadt wohnen. Willst du schon nah sein, aber nicht so nah. Oh oh, Metroids. Gefährliche Kameraden sind das. Bei uns auf dem Dorf während die Schreber hätten nur genutzt, um vor der Polizei zu flüchten. Ihr habt im Dorf Leute, die vor der Polizei abhauen. Das klingt nach einem wilden Dorf. So, hier kann ich jetzt irgendwie rein. Jede Menge Junkies tatsächlich. Oh Gott, das ist mies. Metroids sind nicht vom Aussterben bedroht. Die Welt und Piraten haben schon dafür gesorgt, dass da ausreichend Metroids unterwegs sind in dem Universum. Und ich da mal keine Sorgen. Was war das denn jetzt? Na, willkommen, Zombie. Dörfer werden immer asozialer teilweise. Ich meine, ja, 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 ich sehe auf jeden Fall in gewissen Gegnern das Problem, dass einfach, weil es sehr günstig ist, sich da gewisse problematische Leute einfinden können. Ich habe gehört, Dörfer im Osten können ganz gerne mal ein bisschen belastend sein. Wenn alle wegziehen, ja, so ein Teufelskreis. Dann steht es da deutlich problematischer. Vermutlich ja. Ich denke, jede Innenstadt ist problematisch, aber nicht unbedingt jedes Dorf. Das ist ein Anzug. Da müssen wir rankommen, Freunde. So, ich glaube, ich weiß, ob es doch in welchem Raum die Metroid Dread Nachricht ist. Die werde ich also im Hinterkopf behalten. Ich rette dich, Sergeant! Lass sie in Ruhe! Er gehört zu meinen Jungs. Oh, das ist ja hilfreich. Ist mir aufgefallen, ja. Ich habe auch gesehen, wo sie die Anzüge herstellen. Wie unnötig ist der Typ jetzt eigentlich gerade? Hä, da war eine extra Cutscene, die mir gezeigt hat. Erstens, ich war in diesem Raum, zweitens, da war eine Cutscene. Was will der denn jetzt von mir? Ihr habt 10 Sekunden davor oder so, 30 Sekunden davor, eine Cutscene gemacht, die mir gezeigt hat, dass da unten ein Suit ist. Und jetzt will er es mir erklären? Nee, 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 nee. Könnte ich auch gleich lieber Prince Pete Showdown spielen? Oh, Gott, das ist quidbelastend. Okay. Das hat gut geklappt. ADRM fangen wir nächste Woche an. Oder sagen wir die Alpha, aber nein, ADRM kommt nächste Woche. Und das wird ein wilder Ritt. Kann mit dem X-Ray Visier sein Skelett sehen? Ja, tatsächlich ja. Oh nein. Ah, fuck, wir sind schon hier. Wir sind schon bei Gert Raider. Gott, dieser Move wird im Morph voll. Jetzt war sie mal so langsam unterwegs. Kommt, Dread nochmal. Dread machen wir ganz am Schluss. Das war echt lustig. Hahaha. Bisschen geschwächt, aber naja. Ich weiß doch nicht mehr, wie ich... Ah! Weg! Was eigentlich mit Mist heißt? Wie stehst du zu denen? Oh Gott. Das läuft gar nicht gut bisher. Es läuft überhaupt nicht gut. Bei der Phase können wir gut Schaden machen, ohne dass ich dafür extra in den Phasen Suit wechseln muss. Weltraumpiraten. So, 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 so. Ich denke, es ist ganz effizient, hier einfach ein bisschen Missiles zu spammen. Ich will noch nicht in den Phasen-Modus gehen, in den PED-Suit, denn ich weiß, dass der Kampf noch ein bisschen Shit wird, wenn wir weiter voranschreiten. Aber wisst ihr, was der Tipp mit dem Anzug? Es ergibt Sinn, dass der Tipp so scheiße war, wenn wir bedenken, dass es von GetRadar kam. Ich glaube, das hat okayen Schaden gemacht. Ah, bleib auf der Wii, ja. Ne. Beziehungsweise exklusiv auf der Wii. Das sind natürlich alle drei Prime-Teile auf der Wii. Wow, er ist ein Surfer. Surfer-Kollege, was machen wir denn jetzt mit dir? Ach, das ist doch dämlich. Ich erwische dich doch so nicht. das war verschwendete Energie. aber ist okay. Oh, nein, nicht du. Bei denen kann ich nicht leiden gerade. ich will bitte keine bösen Raketen auf mich feuern. Auch generell keine bösen Schüsse, okay? Okay, quasi überstanden. Sie ist noch ein bisschen am Hüpfen. Okay, Finale. Außerdem das volle Jahr. Reset von Zombie. Wie viel lieben Dank. Oh Gott, was macht sie? Och. Mach jetzt nicht den Boost Ball Wächter. Mach jetzt nicht deinen Super Smash. Den Move kann Samus nämlich nur in Brawl und den anderen Smash Bros teilen danach, aber nicht hier. Also bitte. Sie macht doch diese Druckbälle wie Darks Samus. Zumindest in beim Zwei. Ich weiß, wir gönnen es uns. schon, Felsen wieder ein bisschen auffüllen. Oh nein. Oh nein, sie ist abgehauen. Wo bist du hin? Da. Nein. Weg. Oh. Guter Damage den ich noch rausgehauen habe, glaube ich. Ja, das war gut. Oh, sie ist auch im Felsen-Modus. Ah, fuck. War doch jetzt nicht diesen. Nein. 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 Oh mein fucking gott, hör doch auf. Okay, wenn sie da ist, dann kann ich... Bis die Missiles. Komm schon. Als ob nicht einer getroffen hat. Komm, es ist Zeit zu Ende zu bringen. Ich glaube, wir haben es. Wuuh. Das war für ein Malkei. Gegen Gunned Raider zu kämpfen ist so wie Dark Souls 3 PvP. das bin ich. Dark Somers! Nein! Wie kannst du es wagen? Einer rollt, der andere spammt der R1. Ich meinst du wahrscheinlich mit M1. Oh, oder? Bist du ein Tastaturspieler? Okay. Dann nehmen wir uns das mal eben mit. Das ist ein dummes Power-Up. Außer von Gary BMW. 42 Monate. Resub. Ich bin ganz froh, dass ich den Kampf nicht verloren habe. Mit dem hatte ich in der Vergangenheit das ein oder andere Mal Probleme, müsst ihr wissen. Jetzt können wir ein bisschen Energie hier rausziehen. Das ist eine komische Erweiterung für das Grappellasso. Das ist nicht das aufregendste Power-Up, das man sich so vorstellen kann. Auch fahren wir schon mit der Tram? Was ist mit dir? Ach, hier muss ich draufdrücken. Wird es nicht zwei Mal so genutzt? Meinst du, das sei ein Grappellasso-Dingans? Wird nicht zu viel genutzt. Na ja, Samus kann jetzt schon ein bisschen anfangen, Energie abzusaugen. Glaubt ihr, sie hat ein bisschen Metroid-DNA in sich? Warte, den Grappellasso-Dingans hatte ich nicht mehr weitergegeben. Ich muss ja echt mal gucken, wofür ich zu dumm war. Oh, der Grappell, das war ja noch auf dem ersten Planeten. Oh, das war komplett am Anfang. Das war ein Witz. Ich weiß, dass es noch keiner hat. Jetzt kommt der Sinn Fusion. Das heißt, an dem Punkt... Es ist Leuten eigentlich bewusst, dass es Canon wurde und in der Tat richtig ist, wenn man Samus als Metroid bezeichnet inzwischen. Ich weiß ja nicht, wie ich mich damit fühle. War der Anzug hier? Ja, der war hier. Leute hören meistens auch bei dem Federation Geistership Gedöns. Ja, da musst du ja erst komplett am Ende hin. Das Spiel heißt ja auch Metroid, deshalb muss die Figur auch Metroid heißen. Ja. Das ist ja nicht unwahr. Das ist schon nicht komplett unwahr. Ist das der rote Weltraum-Pirate jetzt hier oder kann ich einfach weitergehen? Ja, stark. Schön ist auch ein sehr starker zu sein. Das Gefühl sind alle generell nicht so gefährlich gemessen an, dass ich im VED-Modus einfach unverbundbar bin. Ist ja ein bisschen Spannung aus den Kämpfen raus. So ein ganz kleines bisschen. Gehen wir nochmal hoch. Oh nein, das war der richtige Weg. Ich muss gar nicht komplett hoch. PD ist Baby-Bubi-Modus. Ja, das stimmt. Das stimmt. Das Problem ist aber auch, dass das Spiel ohne den Baby-Bubi-Modus einfach fucking unmöglich ist. Warte, kann ich jetzt zum Anzug überhaupt schon hin? Das Spiel hat mir ja eigentlich gesagt, dass ich irgendwo anders noch ein Shoso-Artefakt auftreiben muss. Naja, wir sind ja gleich beim Raum drüben. Hier schon wieder. Hier bin ich ja gar nicht gerne. Noch jemand? Nein. Ach, das ist der Dread-Raum? Ich dachte, es wäre dieser Turm am Ende. Kann ich die Nachricht schon lesen? Ih, was machen die hier überhaupt? Die Atmosphäre unserer Heimatwelt hat verschiedene physiologische Mutationen verursacht. Öh. Oben? Okay. Shit. Das ist nicht oben. Wenn ich hier in ganz Welt von Primetime mit Maustastatur spiele, also offiziell. Ich meine, es gibt dieses... Es gibt eine Fan-Mod dafür. Weiß nicht, ob du damit vertraut bist. Prime-Hack, was für Maustastatur optimiert ist. Ich meine, es ist nicht ganz offiziell, aber ich meine... Viel offizieller wird es nicht. Äh... Äh... Sie haben... Warte, ist das in jeder Version so? Hieße... Ich könnte schwören, da steht eigentlich Dread. Naja. Aktualisierter Statusbericht. Experimentell ist Metroid-Projekt-Codename Grauen. Steht kurz vor seinem Abschluss. Aber ja, Metroid-Red-Satatur spricht für ein DS-Kommen und... Dinge sind schiefgelaufen. Dinge sind schiefgelaufen. Das war natürlich auch immer so eine Sache, wo man sich dann Ewigkeit gefragt hat. Was ist jetzt mit Projekt Red? Oder Grauen? Und dann kam es irgendwann plötzlich. Viele Jahre später. Viele, viele... Viele, viele... Viele Jahre später. Ich denke, es sind 14 Jahre schiefgelaufen. So ein bisschen. Kurz zu seinem Abschluss. Deshalb war ich vor... Äh... Das habe ich vor 10 Jahren auch zu Pikmin 4 gehört. Hey, vielleicht... Vielleicht hat er von... Hey, Pikmin geredet. Hey, Pikmin ist fast fertig. Ich meine... Als ich gesagt habe, dass Pikmin 4 fast fertig ist... Am einen Punkt... Das war, glaube ich, kurz bevor Hey, Pikmin rauskam. Also... Hm. Ich habe Hey, Pikmin immer noch nicht gespielt. Irgendwann werde ich das bestimmt machen. Ich freue mich wirklich, was sie sich bei Hey, Pikmin dachten. Da hatten die wirklich... Das ist irgendwie in irgendeiner Hinsicht das, was Leute von Pikmin sehen wollen. Nein, nein, nein. Hey, Pikmin ist der 3DS-Teil. Dieses Pikmin Pokémon Go... Ich meine, wen juckt die Scheiße? Ah, fuck. Ich komme ja noch nicht weiter. Mies. Dieses Pikmin Pokémon Go juckt ja niemanden. Naja, gut. Sehr mit Metroid Prime Federation Force. Ja, ich war bei Metroid Prime Federation Force nicht sauer. Im Gegensatz zu sehr vielen anderen Leuten. Ich meine, ich werde die Frage stellen... Aber diese Leute, die so sauer drüber waren... Sind sie die wirklich so große Metroid Prime Fans? Denn... Ey, ich bleibe dabei. Es gibt nicht so viele Metroid Prime Fans da draußen. Leute spielen sich immer auf, als ob sie welche sind, aber... Ihre Erfahrungen erreißen dann immer... Ja, ich habe damals Teil 1 gespielt. Und Teil 3 auf der Wii. Das sind nur Poser-Fans. So sieht es nämlich aus. Der Pikmin Bloom immerhin so 5 Minuten zählt, bevor mir auffällt... Das ist, dass ich gar nicht so oft rausgehe. Ich habe es mir gar nicht erst entzündet. Ich dachte mir, das ist doch dämlich. Keiner hat Prime Pinball gespielt. Ich meine, Prime Pinball ist halt... Es ist halt nur ein dummes Minispiel auf dem DS quasi. Prime Pinball kannst du ja nicht mal als irgendwas gelten lassen. Alle raten aus. Wenn Metroid kommt, dann kauft es mal wieder keiner. Nö, Metroid Red hat sich super verkauft. Müsste ja meistverkaufte Metroid-Teil sein. Weil es nicht die größte Kunst ist, gemessen daran, wie viel der Videospielmarkt gewachsen ist, seit der letzte Metroid-Teil kam. Aber dennoch... Remastered hat sich auch ganz gut verkauft. Ja. Pokémon Rumble war doch der Shit. Ich mochte Pokémon Rumble 1. Und dann haben sie die Reihe irgendwie... ...noch weiter... ...minimalistischer gemacht. Mit... ...auf dem Wii U-Teil. Und der 3DS-Teil war dann irgendwie ein komisches Free-to-Play-Ding. Es gab auch einen Mobile-Teil, der nach einem Jahr eingestellt wurde. Weiß nicht, ob ihr damit vertraut seid. Ich schätze aber einfach mal, die Antwort ist eher nein. Was muss ich überhaupt hier noch? Muss ich auf anderen Planeten? Ich wünsche, ich hätte aufgepasst. Ich habe mir damals, als HeyPikmin rauskam, das Spiel voller Vorfreude geholt, weil ich Bock hatte auf neues Pikmin. Nach einer halben Stunde Spielen habe ich mich gefragt, warum ich gerade ein Handy-Spiel spiele. Ich meine, das... HeyPikmin sah von Anfang an ziemlich scheiße aus. Weil erst halte ich auf 3DS-Teil. Der erste Teil von Pokémon Rumble war WiiWare. Das war so ein Download-Titel auf der Wii. Und ich denke, der erste Teil, äh... ...der Wii-Teil ist am besten. Es ist super simpel. Es macht auch nicht irgendwelche unnötige Scheiße. Es ist einfach nur ein kleines, simples, äh... ...Pokémon-Spin-Off. Wobei ich aber sagen muss, Pokémon Rumble U ist ein bisschen interessant. Die Sache ist nämlich, was vielen Leuten nicht bewusst ist, weil sie das Spiel nicht kennen in erster Linie. Weil warum solltest du es kennen? Ich meine, ihr habt natürlich mein klassisches, äh... ...Pokémon Rumble U Let's Play aus dem Jahr 2014 geschaut. Aber wenn ihr das nicht gesehen hättet... ...stellt sich natürlich die Frage, woher sollte man das kennen? Oh-oh. Oh-oh. Ja, mies. Auf jeden Fall, die interessante Sache an Pokémon Rumble U war... ...da wurden so... ...das war noch bevor es Amiibos gab. Äh... ...wurden so kleine Figuren verkauft für Pokémon Rumble U, mit welchen man... ...die konnte man auf dem Gamepad dann scannen. Und damit hat man dann gewisse Pokémon bekommen. Und Pokémon Rumble U war der... ...quasi der Prototyp der Beta-Test von Amiibos. Okay, hier kommen wir nicht rüber. Wie komme ich denn da drüben ran? Und das ist für mich... Oh, da oben. Und das ist für mich immer noch so ein wildes Konzept, dass dieses... ...fucking random Spiel... ...dass das einfach, äh... ...den Prototyp von den Amiibos hatte. Samus hat zugelegt, seit sie ein Light-Suit los ist. Was zum Fick erzählst du da? Was? Samus ist ganz schön fett geworden, oder? Ah, da will ich nicht rüber. Hier gehen wir ins, äh... ...zweite Stockwerk. Wollt ihr mal gucken, was Herr Pikmin, äh, ist? Und hier verkauft das jemand für 80 Euro auf Ebay? Ja, ist halt... Ich meine... Irgendjemand versucht's immer. Ich hab's für, äh... ...zwölf Euro oder so bekommen. Hey, Pikmin bekommt man ziemlich günstig. Außer du findest irgendeinen Spinner, der ist, äh, eingeschweißt verkauft. Und denkt, dass das ein Sammlerstück ist. Vielleicht wollt ihr es ja graden lassen. Hohohoho. Hey, da kann ich noch nicht durchschießen. Bisschen mies. Ich weiß nicht, ich komm da noch nicht rüber. Oh, ich seh' gerade, wo ich hin muss. Oh, Spider für'n Säureanzug, falls du's vergessen hast. Ja, aber das ist hier doch nicht der Säureanzug. Oder doch? Da ist schon der eine Hauptraum. Ah, fuck, ich bin falsch. Das Backtracken für Spider. Haben wir hier irgendwas auf der Karte markiert, wo ich für Spider hin muss? Ich schätze, ich muss nach Elysia. Aber bei Elysia müsste, müsste ich jetzt so eine gewisse Kanone mitnehmen können. Schließt doch die fucking Karte jetzt. Bei Elysia waren ein, zwei Gegenden, wo ich mit meinem Grappleding und so was machen kann. Vermutlich will ich da hin. Denn ich hab auch in Erinnerung, dass man den Spider-Ball generell aus Elysia bekommt. Ja, nichts, aber ein gutes Stück Backtracking. Was für Backtracking ist denn in Prime 3 ein bisschen Shit? Einfach deswegen, weil man sich nicht wirklich frei durch die Welt bewegt, sondern erst extra hinreisen muss. Und das ist sehr, sehr nervig. Ich bin gar kein Fan davon. Sagen wir mal, Landestelle A. Schöne ist es hier von Prime 3, dass man nach Goreslash-Gandrea auf den zuletzt Besuch Planeten zurück muss. Ich meine, das macht man in Prime 2 zum Beispiel auch. Nur ist es da nicht so komisch, weil ich hab das Gefühl, dadurch, dass man extra hinfliegen muss, das ist ein bisschen... Es fühlt sich sehr unnatürlich dann an. Ja, und die ganze Welt ist generell ein bisschen wie die Höhen von Magmoor. Wo man immer nur nicht die gleiche Scheiße läuft. Aber okay, aber okay. So, wo wollen wir hin? Vielleicht will ich sogar noch woanders hinfliegen. Da unten will ich hin. Ich weiß nicht, wo mich das hin... Wo ist westlicher... Wir gehen einfach mal durch und schauen nach. Ich verstehe auch nicht, warum die Karte so fucking komisch ist in Prime 3. Warum sind überall immer diese komischen Pfeile auf der Karte? Ich meine auch, da ist eine Sache, die Prime... Warte, ach, da oben will ich gar nicht hin. Ich will da links entlang, okay. Ne, ich... okay, ich verstehe. Das ist auch eine Sache, die Prime 2 gemacht hat, aber... Bei Prime 2 konnte ich wenigstens... Prime 1 glaube ich auch. Aber da war das farblich markiert, wo man dann rauskommt. Und nicht einfach nur ein fucking Pfeil. Ich weiß nicht, warum es hier einfach nur so ein Pfeil ist. Der ist sehr nichtssagend. Also, wir schießen uns rüber. Wenigstens sollte ich direkt jetzt da sein, wo ich hin will. Und das ist doch schon mal eine nette Sache. Weil es zum anderen Weltabschnitt führt. Und das ist nicht meine Frage gewesen. Die Frage ist, warum es trotzdem fucking unübersichtlich ist. Wie gesagt, in Prime 1 und 2 kannst du es eigentlich relativ gut erkennen. Weil es einfach farblich markiert ist. Pump die Energie rein, Samus! Ich betreibe... Meine elektrischen Geräte betreibe ich mit meiner Körperenergie. Weiß ich nicht, wie es bei euch aussieht. Keine komischen Kugeln bisher. Sehr angenehm. Ich hoffe, es bleibt auch so. Nein, warum bin ich abgesprungen? Nein, ich schätze, ich bin am Ziel. Vermute, mit dem Magnetball werde ich mich dann auf den Rückweg begeben. Danach ist ADRM-Zeit. Äh, ja, wir machen ADRM nach Metro Prime 3. Aber dafür müssen wir das Prime 3 fertig haben. Und dass wir noch ein, zwei Minuten in Anspruch nehmen. Vor allem, wenn ich mich heute bisher relativ viel verlaufen. Wir haben ein bisschen Zeit verloren. Was nervig ist, aber... Nein. Ist an dem Punkt ein bisschen schwer, keine Zeit zu verlieren. Nein, das reicht nicht ganz. Ach, das muss vom richtigen Winkel aus... ...weckgezogen werden. So zum Beispiel. Aber was bringt mir das dann? Zahn lässt sich bewegen. Eventuell besteht die Möglichkeit, es an seinen Ursprungsort zurückzubringen. Ach. Na ja. Na ja. Na ja. Das sah ein bisschen komisch aus. Ich bin halt auch super gespannt auf ADRM. Man konnte den Magnetball echt spät in dem Teil. Na wobei, in Prime 2 kommt man ja auch ziemlich spät, fällt mir gerade auf. Jetzt gehen wir runter. Okay. Können wir ein paar schöne Magnetballschienen mitnehmen. Der Hardbot in ADRM ist kacke. Ja, keine Sorge, ich habe nicht vor, den zu spielen. Da mache ich mir also erstmal nur bedingt viele Sorgen drum. Oh nein, die Wartungsdrohnen. Sie wollen mich vernichten. Sie können nicht warten. Fair. Keine E-Tanks und nur 5 Missiles für immer. Ach du Scheiß, das klingt so nervig. Vor allem, es hat auch dieses super nervige Systeme, in dem man Missiles erst aufladen muss. Ne, ich bin jetzt am Upgrade vorbei, glaube ich. Das war da unten dann irgendwo. Oh, da ist es. Ne, war das noch? Das war kein Upgrade. War das eins? Ne, ich glaube nicht. Ich habe auch kein Smear. Ich schwören können, dass ich davor ein Upgrade gehört habe. Nicht nach unten schauen. Ich habe nicht nach unten geschaut. Ich würde niemals nach unten schauen. Ich bin ein richtiger Hans Guck in die Luft. Das war das Upgrade? Was war denn das für ein Upgrade? War das ein Missile-Container, oder? Warum kam da keine Nachricht? Das hat mich ein bisschen verwirrt. Außer von Rudi Teo, 32 Monate. Resub, liebe lieben Dank. Ich war mir auch ziemlich sicher, dass ich was gehört habe. Im Hardbound muss man federlos spielen. Man hat ja nur einen Energy-Tank und alles bringt er dich auf... Bei den Spiel da one-shottet gleich. Ich meine das bei Metroid-Red auch so, aber ich habe das Gefühl, Munition zu beschränken... Das ist dumm. Und so, man sollte in so einem Spiel nicht die Munition einschränken. Das ist ein Fehler. Wenn man schon keine Defensive hat, dann gibt man wenigstens die Möglichkeit, eine gute Offensive zu haben. Aber wenn man keins von beiden haben kann, ist das ein bisschen belastend. Ich habe große Angst davor, ADM tatsächlich durchspielen zu müssen. Ich bin sehr gespannt darauf, es zu spielen, aber es durchspielen... Ich stehe dir ja. Da freue ich mich nicht. Fuck. Thread hat auch einen normalen Hardbound und den Dread-Mode mit den One-Hits. Ja, ja, genau. Aber hier, ich ziehe in dem Fall natürlich ganz klein den Vergleich zum Dread-Mode. Ich habe das Gefühl, der Hardbound aus ADM, der ist am ehesten auch damit vergleichbar. Wie viele Metroids bleiben dir noch? Äh, ADM, Fusion und Dread. Ich werde ADM die Woche nochmal spielen, um vorbereitet zu sein. Ah, ich wünsche, ich könnte mich vorbereiten. Aber ich werde es einfach mal ganz cool auf mich zukommen lassen. Wie lange geht ADM sowas? Weil was sagt How Long To Beat oder so eine Website? Wahrscheinlich zwölf Stunden um den Dreh, oder? Zehn, zwölf, zehn, zehn Stunden? Das ist ja easy. Sind wir jetzt schon quasi durch? Also nur ein kleiner Mittagssnack. Was ist das an ADM besonders? Ich habe keine Ahnung von Metroid. Du wirst es ja rausfinden. ADM hat viel, viel Story. Sehr viel Story. Und es sollte nicht sehr viel Story haben. Kommen wir zu Prime jetzt Remakes. Was meinst du? Prime 1 became Remake. Hallo, Dane. Da bin ich jetzt offiziell ein Söldner, der im Kriegseinsatz ist. Schön, 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 schön. Das Gefühl, man hätte mich ein bisschen mehr darauf vorbereiten können, als zu sagen, ja, übrigens, wir greifen mal an. Naja, wir warten dann auf dich, Samos. Ist okay. Ich mache das schon. Prime 2 und 3 halt. Naja, ansonsten, abgesehen von Prime 1, wurde kein Remake angekündigt. World of Mojo, zwei Monate. Resub, wie lieben Dank. Das heißt, du bekommst jetzt, äh, sollte ich. Ich würde, ich würde hoffen, dass ich bezahlt werde. Äh. 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 Da will ich, glaube ich, hin. Hä, 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 hä. Samos hört sich ein bisschen wie die Beleidigung an. Was? Was bist du für ein Samos? Bevor ich, dass Prime 2 und 3 hochskalierte Ports wie Pikmin 1 und 2 bekommen? Nee. Erstens, was wäre, was wäre das für eine seltsame Aktion, wenn sie Teil 1 Remaken und dann bei Teil 2 und 3 sagen, ja, hier ist ein Port, keine Ahnung. Hier hätte ich auch nicht wirklich Lust. Das wäre sehr seltsam zum einen. Zum anderen, Prime 3 ist, ja, steuerungstechnisch halt auch wieder dumm. So, die Frage, ob sie das nochmal machen wollten. Wir sind jetzt in Orbit above the Pirate Homeworld. Wir sind bereit für das letzte Assault, aber die Basis ist beschädigt von einer Barriere, die uns auszuladen hat. Wir brauchen Sie, um dieses Verfassungssystem zu verhindern. Unit 242 ist in Ihrem Kontrollzentrum. Hier sind die Koordinaten. Sollte weniger aufwendig sein als Prime 1. Ich meine, wenn man schon mal das alles, die Engine und sowas hat, ist es wahrscheinlich simpler, es nochmal hinzubekommen, aber... Ja. Wir werden sehen. Samen plus Anus ist Samus. Nee, 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 nee. 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 Nee, mehr, mehr kann ich dazu nie sagen. Ich fühl den auch nicht. Oh oh. Ja, geh mal weg. Ich will ja eigentlich gerade durch. Ist auch noch Stress mit mir. Lass mal weggehen. Sonst noch jemand? Nein, ich glaube, wir sind fertig. Wir sind fein raus. Ich finde ihn gut. Das ist ein Lüger. Fuck. Ja, ja, ist ja gut. So, hier oben konnte ich mit dem Magnetball dann was machen, glaube ich. Oder? Ist der links überhaupt? Da weiß ich auch nicht. Das ist wahrscheinlich direkt zum Missile Container rüber. Ja, warum nicht? So, dann komme ich hier raus. Au. Ah, fuck. So, hier war aber dann irgendwo die Magnetballkart ziehen. Ich bin einfach wieder hier. Oh mein Gott. Sieht doch alles gleich aus hier. Was ist überhaupt mit diesem komischen Alarm? Was macht der überhaupt? Sollen dann mehr Gegner kommen oder so? Da ist einer. Magnetball auf der anderen Anlegestelle. Ich bin ja falsch. Aber hier, hier ist doch der Anzug. Der Raum mit dem Anzug. Warum ist das nicht richtig? Ach, mein fucking Gott. Oh, hier kann ich noch einen anderen Weg entlang. Wo ist der Weltraumpirat jetzt? Geh mal hier rechts entlang. Aber ich kann hier doch weiter. Hm. Wo ist der Expansion? Hm. 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 Oh mein fucking Gott. Ich bin nicht einfach so. Ja, kann ich. Geh doch. Nein, danke schön. Magnetballspur war bei Gendrea. Ach. Was soll sich denn die ganze Scheiße merken? Na ja, gut. Dann gehen wir wohl wieder zurück. Was ist mit dem Alarm hier eigentlich die ganze Zeit? Wollte gerade sagen, er deaktivieren wir die Scheiße wieder. Gendrea war nicht von hier aus erreichbar, glaube ich. Ich verstehe auch nicht ganz, warum sie an dem Punkt irgendwie drei verschiedene Stile auf der Karte markiert haben. Das scheint mir irgendwie auch ein sehr komisches Konzept zu sein. Gendrea war nicht. Aber okay. Also wir wollen da hin. Und scheinbar sind bei Gendrea noch irgendwo Magnetballschienen. Sorry fürs Vorsagen, ne, ist schon okay. Ich spiele das Spiel nicht zum ersten Mal. So, war Gendrea jetzt eigentlich auch noch auf der Karte markiert? Yeah. Oh mein fucking Gott, es sind wirklich drei Punkte auf der Karte markiert. Oh, dann versucht man einfach zu allen drei Punkten zu gehen und sieht dann schon, welcher richtig ist. Das ist doch ein dummes Konzept. Du kannst ja nicht zu allen drei hingehen, du musst dir in einer spezifischen Reihenfolge abklappern. Was ist dann der Sinn dahinter? Den Punkt kann ich auch einfach komplett selber erkunden. Wenn ich zwei falsche Fährten bekomme. Bei Tears of the Kingdom hättest du wahrscheinlich viel Hass bekommen. Was ist das für ein Vergleich? Also ich würde sagen, Metroid Prime 3 und Tears of the Kingdom sind vom Aufbau her doch so ein bisschen unterschiedlich. Ist okay, ist ein Konzept, wenn man nicht so vergesslich ist. Ich finde es dumm, vor allem sie macht das sonst auch nie. Ist eine Sache, die sie erst jetzt angefangen haben. Ach, fürs Vorsagen, yeah. Ich weiß, es ist ein Unterschied, ob ich, äh, ob es ein Rätsel ist, bei dem ich gerade überlege, wie ich es machen muss, oder ob es ein Spiel ist, das ich sowieso schon kenne. Schon ein großer Unterschied, ehrlich gesagt. Ist bei Tears of the Kingdom so ein bisschen nervig. Beim letzten Stream war, es war eine Stelle, meinte einer von den Soros, hey, rede mit dem Schmied, der weiß vielleicht, wo du die Fische findest. Hat da jemand im Chat direkt, bevor ich über den Schmied geredet habe. Die Fische sind da! Sitzt immer da und denkt sich, ach, schön. Jetzt, jetzt, jetzt habe ich Spaß. Gut, da habe ich fast das Rätsel selber lösen müssen. Sehr hilfsbereit, ja. Du musst mit der NPC nicht reden, ich erklär es dir doch schon. Und dann war noch so ein anderes Rätsel und da meinte dann auch jemand sofort, Himmelskarte! Ich habe jetzt für fucking zwei Sekunden überlegt. Irgendjemand quatscht mit der Lösung rein. Lass mich doch in Ruhe. Wo bin ich denn das jetzt hindrehen gerade? Ich will den Sud irgendwie herdrehen. Sagen wir mal, wir machen das. Das passt nicht zusammen. Hm. Mal schauen. Hm. Wir gehen mal hier links entlang und schauen, wo mich das hinbringt. Könnte richtig sein. Aber die Leute brauchen einen Streamer, der nicht alleine atmen kann. Ich schätze, die wollen dann Lob dafür oder... Wollen sehr gerne zeigen, dass sie das in der Tat wissen. Was in dem Fall ziemlich dumm ist, weil, ja... Hey, du hast ein Zelda-Spiel durchgespielt. Das ist ja eine wahnsinnige Leistung. Ja, ich denke, das ist ja der ultimative Beweis, wenn du was vorsagst, was gleich passieren wird. Dafür, dass du es in der Tat weißt. Oh, ja, was seid ihr von den eckigen Schultern. Und dann sagt der Streamer, wow, danke. Ich hatte ja keine Ahnung, wie ich dieses Rätsel lösen soll. Danke, dass du es mir erklärt hast, du schlauer Chat-Nutzer. Ich bin doch selber viel zu dumm, um das herauszufinden. Ein Glück, dass du da bist. Puh. Gewaltige Schulterpolster. Niemals fast zu gewaltig wie der Darksod aus Prime 2. Ah ja, ich kann ja raus in die Säure jetzt. Es wäre schön, wenn Vermut-Prancy-Viewer Werbung schalten könnte. Wenn es denen nicht schnell genug geht, dann könnte man sich schnell eine Werbepause gönnen. Nee. Nee, das fühle ich nicht. Vor allem ist an dem Punkt der Schaden bereits entstanden. War ja, es tut aber für Regen. Es ist Säure-Regen. Oh, oh. Der Alarm-Orb wurde rausgeholt. Alarm. Alarm. Samus ist hier. Alarm. Oh, da ist der Typ, oder? Ist das der Rote? Nee, ist der Blaue. Das ist doch der Blaue. Quasi der Funktionsjacke. Oh ja, also der neue Jack-Wolf-Scan-Anzug. Der ist ja super beim Regen. Hält den Regen fern, aber trotzdem noch sehr viel atmungsaktiver als andere Jacken, die ich sonst gekauft habe. Ich denke, ich gehe wieder zurück. Ich kann jetzt wahrscheinlich einen der anderen Punkte aufsuchen. Außer von Hasama. Acht Monate. Re-Sub. Wie lieben Dank. Warte, wo geht's denn zurück? Wo geht's denn zurück, Alter? Oh, ich kann ja geradeaus entlang. Ich meine, streng genommen natürlich nicht markiert auf der Karte, aber... Mal schauen. Aber vor allem, ob der Satzpunk-Podcast noch weitergeht. Äh, ja, ja, wir sind aktuell eher seit einem Monat ungefähr noch in der Sommerpause. Zuerst war Johnny für zwei Wochen weg und aktuell ist Maeve für zwei Wochen weg. Das heißt, wir können sowieso aktuell nichts machen, aber... Wir wollen auf jeden Fall schon, dass wir wieder damit anfangen. Natürlich die Folgen dann kürzer. Ich sag einfach mal, ich kann hier noch nicht entlang. Jep. Meine Nettheit war eine Stunde weg, was habe ich so verpasst? Tja, ich habe einen Säureanzug bekommen. Eine Umbenennung in die Buben wäre doch fantastisch. Nee. Nee, eine Umbenennung der Satzpunk-Indie-Buben wäre überhaupt nicht fantastisch. Was? Überlass das Marketing mal besser mir. Der ist unverwundbar, wenn er die Scheiße macht. Oh, mies. Hyper-Modus versagen. Die ultimative Gefahr, aus dem Hyper-Modus gekickt zu werden. Samus ist recht sauer. Ich habe heute einen Kommentar gelesen bei dem Direct-Video. Da hat er sich irgendwie auch wieder... Keine Ahnung, er hat sich beschwert halt. Nicht zu unüblich. Da hat er auch gesagt... So schaue ich mir das nicht an. Bye. So, eher... Keine Ahnung, ist der Direct von vor zwei Tagen. Wir müssen uns damit drohen, dass du die Stream-Aufzeichnung davon nicht bei mir anschaust. Was ist das für eine Drohung? Schau es halt nicht an. Das wäre nicht meine aktuelle... Also... Warum würdest du es anschauen? An dem Punkt, wer schaut das... Man schaut das doch nur an, um... meine Reaktion zu gewissen Stellen zu sehen. Oder nicht? Trotzdem, ich denke mal, ist der Viewer hinterher. Er hat es ja schon... Er hat ja einen Viewer schon gegeben, also... Ist ja nicht mal so, als ob er... Er würde es ja nicht zweimal anschauen. Dementsprechend ändert sich ja nicht allzu viel. Der kommt wieder. Also... Ach, dieses dumme Geschütz hier! Das geht mir auch so ein bisschen auf die Nerven. Wisst ihr das? So, komplett nach oben und dann nach links. Und da links kann ich dann die Energie rausschlürfen durch den Säure-Regen, ohne dabei einen Säure-Tod zu sterben. Ich mag es ganz gerne, keinen Säure-Tod zu sterben. Kann ich eigentlich an dem Punkt schon ein Leben über Felsen regenerieren? Ich glaube, das müsste ich schon können, oder? Ich bin ja schon ziemlich... Ich bin ja schon ziemlich weit vorangeschritten im Spiel. Ah, ich habe es komplett vergessen, ob das eine Sache war, die ich schon gekommen habe, oder ob man es erst später bekommt. Ja, viel später kann es ja eigentlich kaum sein. Da kommen ja nicht mehr viel. Warum haben die so viel Säure hier? Was machen die damit eigentlich? Sofort, nachdem du einen PED-Suit hast. Oh, okay. Gut, dann habe ich das ja komplett vergessen. Alarm! Ich muss sagen, in diesem Gebiet sehr viel Combat, sehr wenig Rätsel. Sonst noch jemand? Da haben wir noch ein paar. Die komischen Wandspielen sind auch dumme Gegner irgendwie. Oh, oh. Jetzt kann man sich schon am Boden entlang. Manchmal ist es auch ein bisschen nervig, die Phase-Ladung wieder loszuwerden. Was haben wir denn hier oben? Ist das der Rückweg? Das ist wahrscheinlich der Rückweg. Sollen wir dich daran erinnern? Phasen nicht zu overusen? Nein. Die Alternative dazu wäre, auf Gegner für 5 Minuten einzuschießen. Dementsprechend, ähm... Das wäre fucking dämlich. Das machen wir nicht. Muss ich das erst scannen, damit ich... Yeah, okay. Man muss es overusen. Ja, darauf läuft das Spiel hinaus. Beziehungsweise, man muss es natürlich streng genommen nicht. Aber... Das würde ich schon sehr unspaßig machen. So, als würdest du Super Metroid oder so nur mit dem normalen Beam durchspielen. Ich meine, du kannst. Warum solltest du? Ich finde es ganz nett, dass sie hier einen Zug haben, mit dem wir uns ein bisschen fortbewegen können. Das erleichtert mein Leben ungemein. Wo sind wir im Spiel angekommen? Ähm, im letzten Gebiet. Samus fährt ein bisschen mit dem Zug. Das heldenhafteste Transportmittel. Müsste nicht langsam der Brüter kommen. Der Metroid-Brüter. Was haben wir denn hier noch alles? Okay. Sonst noch jemand? Ernsthaft? Sonst noch jemand? Nein? Okay. Dann wohl nicht. So. Was haben wir denn... Was haben wir denn hier alles? Stolterminal für Förderanlage. Einsatz der Anlage erfordert Interaktion mit dem Terminal. Ach was. Ach was. Shit. Äh. Säge. Säge. Jetzt kommen immer wieder so Antennen für Verstärkung, kannst du Antennen zerstören, kommen weniger. Ja, aber macht ja keinen Unterschied, ob die zwei oder drei mehr oder weniger kommen. Wenn ich erstmal im PED bin, bin ich ja eh unsterblich. Mach die Wand auf. Kann man immer ein bisschen Wasser drüber kippen? Ich glaube, wir werden gerade ein bisschen Lava erschaffen, wenn wir so weitermachen. Ja, da ist ein Bohrer. Damit kann man noch vernünftige Tunnel bohren. Und dann hier links, bitte. Jetzt kommt der große Bohrer zum Einsatz. Nein, niemand will ihn kühlen. Das ist okay. Wir müssen auch nicht. Ich weiß nicht, warum, aber ich liebe diesen Bohrer. Ich mag den Bohrer mehr als den Laser aus Prime 1. Was bei genauer Überlegung ein bisschen komisch ist, dass es in der Metroid Prime Trilogie zwei Weltraum-Piraten-Basen gibt, wo sie irgendwie Stein abbauen und man das steuern kann, um an Missile-Container zu kommen. Das ist eindeutig eine Fräse, ja, Banausen. Ah, shit. Da kann ich nichts gegen sagen. Ich als alter Banause fühle mich da schon ein bisschen ertappt. Okay. Okay. Au. Die machen eh keinen Schaden. Können wir die einfach ignorieren? Ich mag, wie es abkühlt. Ja. Vorsicht, Jungs. Ihr macht mir noch Schaden, wenn ihr so weitermacht. Das wollen wir ja nicht. Das wünscht sich hier ja niemand, oder? Okay. Jetzt ist aber genug. Ach, ich soll da einen Boost Ball einsetzen? Ich habe immer nur eine Bombe gemacht. Okay. Da ist der Boden wohl etwas abgesunken. Dann das gleiche nochmal hier drüben. Ich muss aber sagen, diese Basis der Weltraum-Piraten. Erstens, dieses Gebiet fühlt sich überhaupt nicht mehr wie Metroid Prime an. Das ist an dem Punkt halt wirklich nur noch so ein Action-Sci-Fi-Shooter. Seht ihr? Solche Dinge passieren in Prime üblicherweise weniger. Au, was ist denn? Geh mal weg. Roller Blaster. Noch ein bisschen Phasen aufladen. Au. Jetzt haben wir ein bisschen was. Zwar funktioniert das? Das funktioniert so nicht. Ich schätze, ich kann das Teil nur pausieren. Ich kann es nicht kaputt machen. Na, es hat ja gut geklappt. Zwar ist, wir gehen einfach weiter. Wir ignorieren das jetzt einfach. Für damals gefällt es, ist die Karte ziemlich interessant. Was meinst du? Karte selber ist nämlich, die gab es schon in Metroid Prime 1. Die war in dem Punkt, als das Spiel rauskam, eher ein alter Wut. Und so eine 3D-Karte hat man, man hat die öfter ins Spiel heutzutage. Doom hat zum Beispiel auch eine sehr ähnliche. Ich würde fast sagen, eine nahezu identische. Oh, den will ich so sehr haben. Gib mir den Beam. So hieß Mixer früher mal. Haben wir ein paar Mixer-Streamer hier. Was sollte jetzt eigentlich dieses dumme Raumschiff? Als ich einfach vor ihm abgehauen bin, hatte es mich nicht mal mehr erwischt oder so. Es hat nicht mal mehr angegriffen. Ah, warte. Hier kommen doch jetzt erstmal einige Gegner. Oh, ich erinnere mich, dass ich hier... Oh, fuck. Ich bin hier das ein oder andere Mal gestorben. Oh, nein. Oh, nein. Irgendwas war hier nervig. Ach, ich erinnere mich. Muss da, glaube ich, Gegner reinschleudern. Ja, genau. Wenn das kommt, muss ich sie dann... Muss sie überleben lassen, bis das kommt. Dann muss ich sie angreifen, damit sie reingeschleudert werden. Ich allerdings mit meinem mächtigen Anzug kann natürlich dagegen anlaufen. Das heißt, ich schätze, wir werden einfach mal ein bisschen... Wir werden mal Rüstungen entfernen. Renn mal nicht von mir her. Ihr wollt nicht von mir erwischt werden, das übersteht ihr nämlich nicht. So. Ja. Müssen sie ein bisschen reinschleudern. Das mache ich jetzt viermal. Cool, 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 cool. Das Ganze wäre aufregender, wenn ich nicht unverwundbar wäre im PED-Modus. Für lange Zeit, beziehungsweise bis vor diesem Run, wusste ich übrigens nicht sicher, dass man da wirklich unverwundbar ist. Aber jetzt, wo ich es weiß, muss ich sagen, ist alles nicht mehr so aufregend. Oh, oh. Danke für die Heilung. Und es gibt halt auch keinen Grund, das hier irgendwie anders zu machen. Dachte, der hätte eine Lebensleiste. Ja, der Gegner ist generell irgendwie die ganze Stelle nicht so aufregend, wie ich es in Erinnerung hatte. Ich meine, ich hatte leider in Erinnerung, dass das irgendwie problematisch sein kann. Das war nicht problematisch. Nochmal aktivieren. Jetzt haben wir ein paar harte Brocken. Oh, oh. 20 Kommando-Piraten ausgeschaltet. Tja. Hast wohl nicht das Kommando über diesen Schuss. Oh, nein. Okay, wir haben es. Puh. So nah am Phase-and-Overload. Naja. Ich weiß gar nicht, ob ich bisher jemals in dem Spiel einen Phase-and-Overload tatsächlich gesehen habe. Das Gefühl, an dem Punkt muss man es schon mit Absicht machen. Wie weit ist Samus Tumor an dem Punkt des Spiels? Ich würde sagen, zwei Drittel. Was ein Kampf, ja. War nicht ganz so aufregend. Das Gefühl, sie hätten irgendwie sich noch was Neues ausdenken sollen zwischendurch. Aber man hat immer nur das Gleiche gemacht. Naja. Und wir haben den letzten Beam. Der einen ziemlich coolen Sound-Effekt hat. Jetzt können wir auch ein bisschen durch Wände schießen. Sie haben auf jeden Fall mit den Visieren in dem Spiel immerhin mehr gemacht, als in den Vorgängern. Außer von El-Karunium. 14 Monate. Resub. Wie viel lieben Dank. Durch Phasen schießen. Das ist das Leben. Wir raten die Felsenrüstung haben. Schlottern die Knie. Oh, kann ich euch die dann auch einfach so durchschießen? Ach, die Scheiße. Ist das eine Kernschmelze an dem Punkt? Ja, der One-Shot ist die. Oh, shit. Das wusste ich gar nicht mehr. 800 Gegner eliminiert. Von wegen Pazifist-Run. Ja, das sollte schon ein richtiger Weg sein. Dann würde ich sagen, es ist eine Zeit, mal zu den Soldaten zu stoßen. Denn die warten schon ein bisschen auf mich. Oh, Energiezelle. Hallöchen. 5 Energiezellen. Wie viel braucht man, um das Spiel zu spielen? 6 oder so? Ist das eine Felsenrüstung? Nee, ich glaube nicht. Ich meine, er hat ganz eindeutig eine gelbe Rüstung. Aber da ist einer. Hä, sollte der nicht viel schneller sterben jetzt? Dann müsste ich dafür erst im Felsen-Modus sein. X-Ray-Visier. Ach, das geht schon an dem Punkt des Spiels? Komm mal. Ich dachte, die Fähigkeit bekommt man erst später. Du hast da alle Upgrades? Hä, warte. Das heißt, der erste Brüter-Metroid oder was auch immer das war. Den kann ich dann schon One-Shotten? Ich dachte, den ersten muss man regulär bekämpfen. Und beim zweiten ist dann das Gimmick, dass man ihn One-Shotten kann. Jetzt kann ich den ersten auch schon One-Shotten oder was? Naja, fahren wir mal zurück. Erster regulär brauchst den Beam dafür. Also habe ich doch nicht alle Upgrades. Also fehlt doch noch was. Ich glaube, ich werde mir schnell was zum Trinken gehen, äh, holen gehen. Und ich glaube, ich werde sogar noch kurz aufs Klo gehen. Dann werde ich über die Beam-Enttäuschung nochmal genauer nachdenken. Es ist ein bisschen Zeit vergangen, aber über die Beam-Enttäuschung bin ich immer noch nicht hinweg. Der erste Brüter kam noch nicht. Das ist die Sache, die mich ein bisschen wundert. Ich hätte schwören können, dass wir schon gegen den ersten Brüter-Metroid gekämpft haben sollten. Aber irgendwie haben wir das nicht. Ich bin auch nicht gut genug mit dem Spiel vertraut, um genau zu wissen, wo er sich befindet. Aber wie es aussieht, kann man dann wohl, wenn man die richtige Reihenfolge geht, sich den ersten Kampf so sparen? Dann, erstmal, ich habe keine Ahnung. So, und da wollen wir rüber. Will ich erst zum Raumschiff zurück? Nein, wir gehen direkt rein. Oh, fuck, dieser Raum. Oh, dieser Raum. Ich habe sehr schlechte Erinnerungen an diesen Raum. Warum habe ich so schlechte Erinnerungen an diesen Raum? Ihr kennt ja das klassische... Fuck. Das klassische Serien-Opening. Ich weiß nicht mehr genau, was es war. Oder es war mit der komischen Ente. Warum bin ich so fröhlich, so fröhlich, so fröhlich, so ausgesprochen fröhlich, so fröhlich war ich nie. Und ich empfinde gerade was ähnliches nur mit Unglück. Warum bin ich so nicht fröhlich, so ausgesprochen nicht fröhlich, so unglaublich nicht fröhlich, so nicht fröhlich war ich nie, wenn ich diesen Raum erblicke. Versteht ihr? Der alte Alfred-Judokus-Quack. Wer schießt denn da? Du Olle ist geschützt. Wisst ihr, wir gehen nochmal in den Paisen-Modus. Warum so traurig? Wirst du vielleicht sehen. Du wirst gleich sehen, warum so traurig. Und Schneeflocke. So traurig, so traurig. Ich meine, so weit sieht es noch ganz nett aus. Vielleicht habe ich es auch nur für falsche Hinderung, aber... Der Raum hat mich fertig gemacht. Wir können die Piraten aber auch mal so bekämpfen. Okay, ich muss einfach nur alle drei machen und dann hoch. Ja, war es die Tatsache, dass ich die Piraten hier so leichter killen kann? Ich glaube, das ist ziemlich revolutionär für mich an dieser Stelle gerade. Hey. Wo ist der jetzt hin? Naja. Und wenn man die Metroid-Gameplay gesehen sieht, sieht man krass gut aus. Das ist Metroid Prime. Normalerweise sind Metroid, äh, sind 2D-Spieler. Das ist, äh, der... Ja, der nicht so ganz gute Teil. Ah ja, die stören mein, äh, Dingens, wenn sie hier sind. Oh mein Gott. Komm schon. Erwisch die fucking Kugel. Dankeschön. Das muss ich jetzt mit dem Zeit-Limit hoch. Ne, einfach nur so. Hä, warum habe ich den Raum so schrecklich in Erinnerung? Was sieht Samusant in Blaster aus? Habe es gar nicht gesehen, aber... In, äh, Prime ist es so, dass sie immer verschiedene, äh, Handgesten macht, je nachdem... Also in Prime 1 und 2, je nachdem, welchen Blaster sie gerade aktiv hat. Außer von der EVK, 17 Monate. Resub, viel, viel lieben Dank. Warum hatte ich so Probleme früher mit diesem Raum? Ich bin ein bisschen perplex. Das ist super cool, als kleines Detail. Yeah. Ich glaube, in Prime 3 müsste nichts derartiges sein, weil man den Blaster nicht wechseln kann, aber dennoch. Ich erinnere Memes, wie bei Metroid-Teil-Ewigerentwicklung ist oder mittlerweile war. Das ist Metroid Dread. Und der Metroid Dread-Fun-Fact ist natürlich, dass in diesem Spiel, das von 2007... Ah, in Metroid Prime 3 gibt es einen Scanner im Teil, den haben wir vorhin angeschaut. Wo steht, dass, äh, Projekt Dread nahe zu seiner Vollendung ist. Das heißt, in dem Spiel gibt es einen kleinen, äh, melden, äh, Eintrag darüber oder... Ja, man kann Zeug scannen. Wo dann steht, hey, Metroid Dread ist fast fertig. Das kam 2007 raus. Und Metroid Dread, wann kam das raus 2021? Das heißt, da ist ein bisschen was schief gelaufen. Es war nicht direkt... Es war... Es nähert sich der Vollendung. Aber ja, hat sich nicht ganz der Vollendung so weit genähert. Was war das jetzt? Naja, gut. Dann... Was ist das hier? Garmischem Master scheint Resistenz gegen normale Attacken zu sein. Lässt sich aber vermutlich mit Hilfe von Phase-Energie überladen. Was ist hier? Ne, was? Wie kriegt man das Teil hier weg? Fehlt mir dafür noch was? Ich habe doch nicht alle Upgrades. Ich kann doch das Teil noch nicht weg machen. Ah ja, das beste Upgrade fehlt dir. Waren es Powerbomben für... Äh, Phasen Powerbomben oder sowas? Ich habe keine Ahnung mehr. Wo ist denn der Truppenversammlungsort? Äh... Hier, ich bin unterwegs dahin. Gab es nicht das Grapple Phasen Upgrade? Das kann gut sein. Zum Elektro-Last-Aber-Phasen. Okay. Ja, ich glaube, es hat so einen Grund, warum ich mich nicht mehr daran erinnern kann, oder? So, wir gehen jetzt erstmal runter zum Raumschiff. Ich werde mir kurz eine Speicher und eine Heilung genöhmigen. Eine Speicherung und eine Heilung. Und dann gehen wir los. Ich habe immer noch das Gefühl, dass der Brüter-Metroid schon hätte kommen sollen. Wartest du aktuell noch auf irgendwelche Spiele-Releases? Nein. Ich denke, in den letzten, äh... Zwei, drei Monaten kamen so viele Spiele raus. Können wir dann den Tumor checken? Wenn ich wegfliege, dann ja. Ich wusste nicht, dass man skippen kann, den Brüter. Ich weiß nicht, wo der eigentlich sein sollte. Ich bin aktuell sehr verwehrt. Der Brüter-Kampf war nämlich richtig fucking nervig. Aber irgendwie... Irgendwie habe ich ihn nicht gemacht. Machen wir mal ein Map auf. Ich weiß, wie wir sehen, gerade nur bedingt viel, aber... Das ist halt die, äh... Metroid Prime 3 Map, die ist irgendwie... Die ist nicht so übersichtlich. Wollten wohl den Wii-Spieler nicht überfordern mit zu vielen Informationen. Und haben dann im Endeffekt dafür gesorgt, dass man zu wenige Informationen hat, was alles noch verwirrender macht. Ähnlich wie die Situation, als die Final Fantasy 6, Final Fantasy 3 genannt haben in den USA. Sie wollten für weniger Verwirrung sorgen und haben dafür gesorgt, dass alle nur so viel mehr verwirrt waren. Ich warte nicht auf Mario Bros. Wanda. Der sieht so dumm aus. Das ist irgendein Typ von der Galaktischen Föderation. Ich habe keine Ahnung, ob Adam an dem Punkt noch im Leben ist, in der Timeline. Ich bin gerade hinter dir, Samus. Mach etwas Schmerz. Mach etwas Schmerz. Mach etwas Schmerz. Zwölf Stück. Mach mal Tür auf. Adam lebt er noch? Okay. Man kriegt ein Achievement, wenn keiner stirbt. Das ist ein Achievement, das ich in diesem Spiel wohl nie bekommen werde. Denn das ist dämlich schwer. Warte, wo muss ich denn hin? Okay. Schon schwer genug, vier Stück am Leben zu lassen. Was ist denn? Oh mein fucking Gott. Wo bist du? Ich gehe jetzt einfach. Und schon habe ich 100 Leben verloren. Für fucking nichts. Warum haben wir... Es ist gut, wir gehen in den Modus. Ich glaube, ich kann die auch selber killen oder so. Wenn ich so ungünstig in ihre Richtung schieße. Wahrscheinlich kann ich bei denen jetzt den Schwachpunkt sehen und sie darüber killen, aber... Au. Schön die Energie rüber. Zwei Stück sind schon tot. Fantastisch. Fantastisch. Ich glaube, es ist auch ein bisschen nervig zu erkennen, wo die sich überhaupt alle befinden. Wo sind die denn jetzt alle? Hallo? Ich muss da oben hin. Wie viele Sprengmeister braucht man, um den Zugang zu dem Felsenkern freizusprengen? Vier Stück. Fuck! Geh mal weg! Der eine sprengt, die anderen halten die Leiter. Das sind sie unsere Sprengmeister. Immer nur am faulen Lenz machen. Okay. Nächster Raum. Okay. Nächster Raum. Komm schon. Und klappt das denn nie. Weil die keinen Felsestood haben, ich weiß, aber... So genau beobachte ich die üblicherweise nie. Oh, oh. Nein, lass meine Jungs in Ruhe! Nicht die Sprengmeister! Weg von meinen Sprengmeistern! Es gab hier irgendeinen Raum, wo man glaube ich dann in den Hinterhalt gelockt wird oder so. Der massiv unfair ist, wenn man alle am Leben lassen will. Entschuldigung, ich muss kurz ein bisschen Zeit schinden. Da war wieder der eine Torwächter. Ich würde sagen, ich bekomme auf jeden Fall genug Leben soweit. Hinterhalt? Nee. Au! Bisher scheinen doch alle fit zu sein. Wir bis auf zwei. Bringst du auf, was alle sicher ins Ziel zu bringen? Es gibt ein Achievement. Metro Prime 3 hat diese Wii Achievements. Die nur für das Spiel sind. Dafür kriegst du eins, wenn alle leben. Ja, ich glaube in dem Raum war irgendeine Scheiße irgendwo. Ja, einer ist tot. Cool. Ah, shit. Den finde ich gerade sehr ungünstig, muss ich sagen. Nein! Nein! Der Sprengmeister! Komm schon. Habe ich ihn? Yeah! Ja! Ich könnte vorhin aus dem Modus nicht raus. Müsst ihr wissen. Wollte schon früher machen. Ich war ein bisschen gefangen. Da dachte ich mir, machen wir das Beste draus. Der Rote! Die haben alle Felsenrüstungen. So stirbt mal. Die halten eine Menge aus. Aber halte die auch genug aus. Da habe ich meine Zweifel dran. Oh, oh. Da wurde ich fast überladen. Der Nova Charge Beam durch die Armor One-Shotten. Ich meine, du brauchst nicht mal ein Charge Beam dafür. Wenn sie so eine Phasen Armor haben, dann kannst du die immer durchschießen. Ah, keine Ahnung, ob beide... Ich meine, es sollte bei dem Roten funktionieren, aber ich war gerade nicht in der... Ich war noch im PED-Modus. Da kann ich leider das Visier nicht aktivieren. Und wir haben es geschafft. Drei Stück haben die Leiter gehalten. Wie sieht es aus, Jungs? Dankeschön. Ja, wollt ihr die Tür auch raufmachen? Achso, okay. Muss ich machen. Okay. Entschuldigung, will ja nicht zu viel von euch erwarten. Habt ihr nur drei Leute mehr als nötig? Kann man ja nicht erwarten, dass einer von diesen drei Leuten dann auf den Knopf drückt. Ja, sind scheinbar nicht qualifiziert dafür. Oh, wir gönnen uns jetzt ein bisschen Heilung, Freunde. Hätte man es auch mit einem Sprengmeister geschafft, weil der Katze ihm mehrere gezeigt wurde. Nein, du brauchst vier. Ich glaube, da wird ein Checkpoint geladen vor dem... Aber Anfang von dem... Von dem kleinen Sturmangriff wieder. Wenn man weniger als vier hat. Was würden denn alle zwölf machen? Wie gesagt, ein Achievement. Komm schon, das habe ich jetzt ungefähr viermal gesagt. Da will ich rüber. Da gehe ich jetzt rüber. Aber hoffentlich greift mich niemand an. Oh, shit. So, jetzt können wir es ja raus... Kann ich gehen nicht kämpfen oder haust du wieder ab? Ah, shit. Okay, der Rote hat keinen Schwachpunkt. Der Rote, nicht zu verwechseln mit dem Blauen, hat keinen Schwachpunkt. Fuck. So eine Scheiße. Lass mich den mal erst kennen. Willst du sonst noch jemanden stunk? Ja, das klappt überhaupt nicht. Ja, nochmal zu dir hoch, wenn das okay ist. Hypermodus versagen. Ich würde sagen, der Kamerad hatte eine starke Rüstung. Was ist immer mit dieser Störung hier? Was soll das denn? Warum kann man nie Spaß haben? So, haben wir noch mehr von euch jetzt? Oder war es das? Ich glaube, das war es. Morgi wird sterben. Nicht mal ansatzweise. X-Ray-Visor wird gestört, wenn die Phase-Modus sind. Ah, okay. Ja, jetzt macht den im Kampf dann ein bisschen unnütz irgendwie. Ich würde sagen, ich bin nicht mal fast gestorben. Weiß ja nicht, wie ihr das seht. War sogar die Bitrate kurz am sterben. Ja, ich habe die Bitrate heute leider ein bisschen niedriger eingestellt als üblich. Als ich den Stream gestartet habe, hatte ich einige Frame-Drops. Ich dachte, äh, war jetzt wahrscheinlich ein Tag, wo ich ein bisschen mit der Bitrate runtergehe. Ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen. Also lebt er noch Deathrun. Bin ich bisher noch nicht gestorben in dem Spiel? Ich muss sagen, der letzte Boss macht mir ein bisschen Sorgen. Für den bin ich gar nicht bereit. Der ganze Weg zum letzten Boss ist sehr belastend. Naja, ich wüsste ja auch nicht, wo ich, äh, irgendwo doch. Hm. In Prime 2 bin ich fast gestorben an einem Punkt. Das war bei dem Fisch. Waren wir da nicht permanent im Hyper-Mode? Yep. Und du hast ein Zeit-Limit. Auf Prio hast du mal erwähnt, wo ich zuerst gespeichert. Oh ja, stimmt, da bin ich gestorben einmal. Stimmt. So, was jetzt? Wo wollen wir jetzt hin? Wir haben jetzt den Tunnel freigemacht, aber es bringt mir das. Kann ich einfach entlanglaufen? Nee. Okay, muss ich hier ins Raumschiff rein und da hinfliegen? Wir gehen mal an Bord. Das ist mir gerade einfällig, ich bin tatsächlich einer Person begegnet, die reinschgießen hat letzte Woche. Hier ist nicht so, ist nicht der unüblichste Nachname. Keim der Piratenwelt. Aber warte, ist das schon, ist das schon der Bosskampf jetzt? Boss incoming? Ich habe wirklich den Brüter geskippt, ich bin so verwirrt. Wie habe ich den neuen Brüter geskippt? Hat jemand von euch eigentlich ungefähr die Reihenfolge im Kopf, welche man gehen muss, um zum, ja, um durch die Valhalla zu kommen? Ich nämlich nicht. Was bist denn du für ein Kollege? Äh. Ah, ich muss wahrscheinlich. Wieso? Ja. Der droppt ein paar Ressourcen, kein Problem. Ich frage mich, ob wir das beim Boss auch machen müssen. Naja, mal schauen. Zeit für den besten Bosskampf des Spiels! Glaube ich. Wenn mich meine Erinnerung nicht komplett trügt. Ridi! Nicht beißen! Ein Herz! Da müssen wir reinscheißen. Oh, muss ich? Wir müssen grappeln. Los! Ach, shit. Naja. Gut war es jetzt nicht, aber... Was soll man machen? Ich bin generell gerade gar nicht gut darin, sein Maul reinzuschießen. Fuck! Nein, nicht die Screw-Attack. Da habe ich es nochmal erwischt. Ich glaube, während dem Feuer kann ich nicht in sein... Oh. Maul reinschießen. Kommt schon! Das kann auch nicht sein! Dankeschön! Dankeschön! Ich glaube, das war alles. Oh! Treffer! Haben wir Treffer gesehen? Yes! Wenn man da einmal richtig reinchargt, dann geht es aber los. Oh, ist das Omega-Redlay. Er hat eine Rüstung generiert. Was war das für ein dummer Angriff? Was kann ich jetzt? Das muss ich machen. Oh. Was ist denn das machen? Komm schon! Ach, shit. Was war das denn jetzt? Nichts war das! Und davon jede Menge! Mh-Hahaha-Dieser-Angriff... Warum sieht das so unfassbar dumm aus? Ach Gott. Ah, was? Der hat einfach aus den Kugeln rausgecancelt. Was soll das denn? War ich was falsch? Habe ich was falsch gemacht gerade? Warum macht das keinen Schaden? Ich hätte wahrscheinlich chargen müssen, oder? Komm schon, mach grapple! Ach so, ich muss nicht grapple. Ah, nein. Fuck! Warum klappt das nicht? Also wirklich, was mache ich falsch gerade? Ich verstehe es nicht ganz. Macht das Schaden so? Oder nicht? Charge-Bee muss es wohl sein. Oh, oh. Da muss aber kräftig gechargt werden. Oder auch nicht. Vielleicht hat der Charge-Bee einfach nur die richtige Menge an Damage gemacht. Kannst du auch rein-spammen? Okay. Au. Ich hab's schon. Yes! Wir haben's. Was ist jetzt der Schlafgrund die ganze Zeit überhaupt? Wo ist Ridley hin? Ach, er fliegt, glaube ich, jetzt eine Runde oder so. Ja, genau. Gut, dass ich in den Phase-Modus, äh, den PED-Modus gegangen bin. Oh, mein fucking Gott, ich seh ihn doch nicht. Da ist er. Was? Oh, mein fucking Gott. Was? Fuck. Ich bin erfolgreich dabei, meine gesamten Ressourcen zu verschwenden, für absolut nichts. Oh mein fucking Gott! Was mache ich jetzt? Wie bekommt man, warum bekommt man keine Leben zurück in diesem Kampf? Ich habe einfach verloren. Jetzt kann ich nur noch sterben. Ach, komm schon! Was soll überhaupt diese Phase? Wie soll ich ihn denn überhaupt erwischen, wenn er da oben ist? Was soll das denn? Warum kriege ich keine Leben zurück? Ich bekomme das Leben von den Feuerkugeln, da kam bisher nichts raus. Warum fliegt er hier einfach rum und macht... Oh mein Gott, das ist so frustrierend, warum kann ich nichts machen? Warum muss ich ihm jetzt dabei zuschauen, wie er durch die Gegend fliegt? Na ja. Zu sagen, dass man da Leben rausbekommt, ist schon auch sehr großzügig formuliert. Muss ich sagen. Ich bin schon. Oh Gott! Oh Gott! Wahnsinn, eine 30er Heilung. Warum geht er überhaupt eigentlich auch nicht in seinen fucking, in seinen gestagerten Modus über? Kann ich ihm so schaden... Kann ich ihm unten... Kann ich ihm unten phasen keinen Schaden machen? Sehe ich das gerade richtig? Das ist ein dummer Kampf. Warum bevor... Warum wird vorausgesetzt, dass man, um Schaden auszuteilen, den Hyper-Modus braucht, wenn man nicht mehr die Möglichkeit bekommt, zurück in den Hyper-Modus zu kommen? Also wirklich, was... Was soll das? Ich meine, die Feuerkugeln geben viel zu wenig HP, ich komme damit niemals auf 100 wieder hoch. Das war komplette Zeitverschwendung. Hyper-Missile ist unten auf dem Boden, wenn er so duckt. Ich weiß nicht ganz, was das Ducken ist, aber wir werden es sehen. Es wird generell jetzt besser laufen. Jetzt weiß ich, was ich machen muss. Ich weiß, dass ich nicht in den Power-Modus gehen darf, wenn er vorbeifliegt. Ich habe das Gefühl, es war auch eine bisschen miese Anfänger-Falle. Dass man ihn nicht wirklich treffen kann, wenn er herumfliegt. Das ist eine Sache, die man... Die man eigentlich wissen muss. Um damit irgendwie dagegen was zu machen. Und ich weiß immerhin, wie ich ihn ungefähr erwischen kann, wenn ich treffe. Oh, komm schon. Ich hasse es auch, dass wenn ich ihn anvisiere, dass das auch ständig gebraked wird, ohne Grund. Zumindest kein Grund, der sich mir erschließt. Warum geht der so früh wieder raus aus diesem fucking Modus? Komm schon. . Sie fassen müssen als eventuell besser für sein Weak Point? Vermutlich, aber... Kostet echt viel Energie. Oh, mach doch noch langsamer. Kommt schon. Ich hasse es, dass er manchmal, wenn er die Kugel macht, sich dann denkt, ja, ich glaube, ich werde lieber zubeißen. Ist auch so ein Arschloch-Move. Oh, mein fucking Gott. Ging daneben. Ach ja. Immer schön draufspammen. Wie ging das daneben? Au. Dankeschön. Das Beste ist ja, wenn er sein Dash macht, wie wenn man ihn da rauscancelt. Oh, Gott. Komm schon. Komm schon. Dankeschön. Ich finde, man sollte Heilung rausbekommen, wenn man seine Rüstung kaputt macht. Aber das Spiel vertritt dann eine andere Meinung, ganz offensichtlich. Kannst du übrigens die Feuerbälle mal wieder machen. Nicht die. Bestehe das Timing nicht ganz bei diesen Kugeln. Oh, mein fucking Gott. Kann man jetzt überhaupt Heilung raus? Oh, mein fucking Gott. Ich kann nicht springen. Oh, mein fucking Gott. Ich stand zu nah an der Wand und konnte nicht springen gerade. Okay. 20er Heilung. Naja, immerhin. So, und jetzt weiß ich, ich werde mein Phasenzeug nicht einsetzen. Ich meine, man kann wahrscheinlich seinen Maul angreifen, wenn er hier vorbeifliegt, aber... Ach, komm schon. Soll ich denn die Scheiße jemals treffen? Ach so, einfach nur gesprungen und dann gehst du weiter? Okay. Okay. Phasen ist so eine Zeitverschwendung. Es ist unglaublich. Ach so, cool. Ja, da hatte ich das Gefühl, dass ich viel Chance habe, auszuweichen. Dankeschön. Sehr cool, Ridley. Sehr, sehr cool. Haben wir sonst noch Eingriffe, die mich eventuell fünfmal nacheinander in Folge treffen könnten? Das wäre nicht gerade nämlich echt spaßig, wenn wir das machen würden. Das war kein guter Schaden. Das war kein guter Schaden. Oh. Bleib mal ganz ruhig, Ridley. Okay. Nee, das mit auf den Boden schießen, das fühle ich nicht ganz. Ich bekomme ihn halt nicht hin. Ich weiß nicht, was ich machen soll, um ihm ausreichend Schaden auszuteilen. Vor allem treffe ich seinen Schwachpunkt die meiste Zeit nicht. Okay, wir haben ihn gleich. Dankeschön, Gott. Nee, der ist doch nicht der beste Boss im Spiel. Ich finde ihn doch sehr nervig. Es ist halt echt, das einzige Senario, in dem man Schaden bekommt, ist einfach die letzte Phase. Und da nimmt man so viel Schaden. Es ist so dumm. Ich mag es, dass meine Hand von der fucking Wii-Mode so verschwitzt ist, dass sie ein bisschen... Dann wird es nicht erkennen. Meine Finger sind ein bisschen verschrumpelt. Weil ich so viel bei der Wii-Mode geschwitzt habe. Das ist ein schwitziger Gamer-Moment. Ekelhaft, ja. Ich habe die reingeschwitzt. Ja, weiß jemand die Reihenfolge auf der Valhalla zufälligerweise gerade? Ja. Wir haben eine Valhalla-Karte offen. Ja, habt ihr? Okay. Ich meine, ich bekomme da ja noch einen Energy-Tank, richtig? Ich habe noch nicht genug Energy-Tanks, zwangsweise fürs Ende, aber... Ich meine, wir können eine kleine Erkundungstour noch machen. Wir sind gerade mal bei zweieinhalb Stunden. Wir haben auf jeden Fall noch Zeit, um ein bisschen eine Erkundungstour zu machen. Aber prinzipiell könnten wir natürlich jetzt schon zum Ende gehen. Das muss sein, die ganze Weltraum-Stationsgänge so viel schneller als erwartet. So, ich werde mich mental darauf vorbereiten, dass ich beim letzten Bosskampf auch ein-, zweimal sterben werde. Ich habe das Quelle-Video gesehen, wild, wie teuer damals Videospiele waren. Oh ja. Ist das Mother Brain? Sieht fast ähnlich aus. Fast ein bisschen Ähnlichkeit. Oh, Samus ist jetzt im Felsen-Modus. So, wir haben auf jeden Fall noch, ähm, auf, auf Brio. Ein gutes Stück, wo man eine Runde drehen kann für eine Energiezelle. Bisschen mit der Statue was machen. Sieht sehr corrupt aus. Corruption. Der Planet sieht ein bisschen scheiße aus. Samus, you have successfully destroyed the last remaining seed as detected by our systems. The spread of Phazon Corruption has been stopped. This is a great day for the Federation. However, there is one more mission to complete. Skytown's Aurora Unit 217 reports that it has discovered the origin of the Leviathan-Attacks. Oh oh. It appears that this is where Dark Samus and her main Pirate Force are stationed. Destroying them will require a full-scale attack. Unfortunately, this location is so far away, it cannot be reached by conventional space travel. We must instead create a wormhole to reach it. Natürlich. The Pirates have constructed a Leviathan Battleship, which is in orbit around this planet. If we can board this battleship, we may be able to force it to open a wormhole. Large energy surges consistent with a warp device are traveling between the Pirates' planet and the Leviathan Battleship. It appears the Pirates are using this warp device to link to the ship. We will upload the coordinates of this device to you now. I hope you have all the cells found. I don't think I'm sure I don't think. Ah yeah. Wait, there is really only one energy cell? Okay. Okay. Waren das jetzt die Locations von allen übrigen Energiezellen oder was? Es war doch nur eine. Auf zum Brio! Glaub ich. Was? Nein? Okay. Äh. Sagen wir mal, wir wollen hier hin. Sagen wir mal, wir wollen hier hinschauen. Ich meine, wir können generell ein bisschen erkunden, wir haben Zeit. Hauptsächlich. Ich meine, an sich würde ich sagen, wir wären bereit für das Ende. Aber. Die Ordnung der Zellen bekommst du auf der Valhalla. Oh, okay. Aber. Mir fehlen noch ein paar Energiezellen. Äh, E-Tanks. 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 Dann können wir hier direkt mal weitermachen. Ich würde gerne noch ein paar, äh, Energy-Tanks mitnehmen, denn die werden wir dringend brauchen am Ende. Dringend! Dringendst! Würde ich fast sagen. Ihr habt keine Chance gegen meinen Beam. Denn ich komme aus dem Late Game, meine Freunde. Ist denn auch jede Zelle glücklich? Ja, schon. Wie viele Energy-Tanks gibt es auf der Valhalla? Da gab es mindestens eine. Mogi hat kein Vertrauen in seine Skills. Nee, das Ende ist halt scheiße. Eine Energiezelle. Äh, keine Tanks. Oh, es gibt keinen Energy-Tank auf der Valhalla? Okay. Ich dachte, da wäre ein Tank irgendwo gewesen. Ich meine, ich hätte an sich genug Vertrauen in meinen Können. Das Problem ist nur, dass man ein Zeitlimit hat. Das Zeitlimit wird großzügiger, je mehr Leben wir haben. Deswegen... Never mind ein Tank. Okay. Ich glaube, der war ziemlich zu Beginn irgendwo aufzufinden. Hatte ich es also richtig in Erinnerung. Ja, den will ich auf jeden Fall mitnehmen. Machen wir Bauchbrei. Das ist die neueste Mode. Sehr gemächlich sind die unterwegs. Ja, Mötig würde ich sagen. Aber ja, gibt einen. Okay. Dann sehen wir deinen Bauch dann nicht. Bin ich so modisch. Was seid ihr überhaupt, komische Gegner? Geht mir doch mal nicht auf die Nerven. Ernsthaft? Ach, da oben. Du! Was ist das für ein komischer... Die machen halt nicht mal Schaden. Die sind einfach nur fucking nervig. Komm mal her. Sterbt. Dankeschön. Meine Güte aber auch. Zerven und Gegnern, des Existenz daraus besteht, dass er nervig ist. So. Oh Gott. So, machen wir hier runter. Wo führt mich das Ganze jetzt überhaupt hin? Ich mach das umsonst. Denn ich mach gar nichts umsonst. Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße. Hab's geschafft. Ich mach das für ein Missile-Container gemacht. Ach, du meine Güte. Ja. Ich mach das für ein bisschen. Ich mach doch mal in Ruhe. Ich versuche gerade das Spiel zu spielen. Das ist kein Bauchfreier Stream, okay? Oh, Wahnsinn Schiffsmissiles Erinnert euch noch daran, wie oft wir die verwendet haben? Wie könntet ihr das jemals vergessen? Wir haben die nämlich so oft verwendet Hier muss man ein Objekt hinbringen, okay Außer von Banasa, 54 Monate Resub, wie lieben Dank Warte, wo ist denn der verwundbar? Was? Was ist dieser Gegner? Wahrscheinlich immer nur dann, wenn er seine komischen Hausgegner invidiert Uh, nur im Mund Okay, hab ihn Das ist halt echt so ein nerviger Gegner Oh mein fucking Gott Wo will ich hier überhaupt hin? Gehen wir mal da hin, wo er war Oh, da ist noch einer in der Mitte Da ist ja noch einer Ah, die gelbe Flüssigkeit ist so ein komisches Brenngel heißt es, glaube ich Das gute 1K-Gegner-Special Das sollte ich jetzt mal starten Oh, eiskalt dieser Typ Senf ist meine Lieblingsflüssigkeit Wir können hier hinter entlang Hier hoch Hier hoch Okay Wir kommen voran Ich hör da was Ach So ehrlich gesagt Habe ich gar keine Lust Die dummen Mr. Container Wolf mitzunehmen Aber Naja Tun wir mal so, als ob dem so wäre Vor allem Die werden mir im ganzen Spiel auch gar nichts mehr bringen Ich kann auch in dem Rest vom Spiel, was kommt Da setze ich doch gar keine Mr. Container mehr ein, oder? Beziehungsweise kann ich doch gar keine normalen Mr. Eis mehr einsetzen Ich meine, durch die Walhalla wahrscheinlich noch, aber Ach Komm Mir soll nicht so tun, als ob die an dem Punkt noch Irgendwas bringen würden Das Gefühl im Spiel hat generell Supermissiles echt gut getan Was mit den guten Felsenmissiles Ja, die kosten aber nur Felsenenergie Kostet ja keine Missiles, glaube ich, oder? Kostet die Missiles? Ich glaube nicht Keine Ahnung Ja, ich glaube aber nicht Man hat zumindest eine Missileanzeige, wenn man im PID-Modus ist Oh doch, sie kosten jeweils eine Oh mein Gott, das sehe ich erst jetzt Kostet tatsächlich was Unglaublich Jetzt gibt es wohl doch einen Grund, Missiles einzusetzen Das heißt, ich kann gerade mal 110 Mal das Ganze abfeuern Huh, hoffentlich ist das genug Gerade mal 110 von den Phasen Missiles Ich meine, ich habe die Seeker Missiles im Kampf gegen Gendrider eingesetzt, muss ich fairerweise sagen Da waren die nicht zu übel Keine Sorge, wir haben 115 Hier schon wieder Was, wenn ich einfach an euch vorbeispringen würde? Was würdet ihr dann tun? Nicht viel, wie mir scheint Gleiches gilt für euch Au Was haben wir denn hier Schönes? Ich habe auf jeden Fall den einen Weg gefunden, den ich noch gehen wollte Das war die eine Energiezelle, für die es tatsächlich ein bisschen was zu erledigen gibt Aufnehmen Was? Ist das etwa Das ist ja wie ich bei OBS Wir brauchen mindestens 200, damit würde ich mich sicher fühlen Verstehe Good one, danke schön Ich fand es auch sehr lustig Gute Neuigkeiten an der Missilefront, Freunde Denn wir haben ja noch ein paar weitere 120 Nicht, dass die uns noch ausgehen Aber ich habe wirklich das Gefühl In Was ist hier drüben? Okay, hier ist nichts Ich habe das Gefühl In Metro Prime 3 ist es ungefähr So schwer, seine Missiles auszugeben Wie in Super Metroid, die Powerbomben Was mit der Bordmissilefront? Ich weiß nicht, was das bedeutet Mach auf Muss ich da Muss ich das hier hinbringen? Ne, das muss ich da Okay Woanders hinbringen Okay, 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 okay Hören wir später wieder Zum Raum bei dem Mr. Container mitgenommen Nö Ich weiß nicht, welchen Raum du meinst Aber ich sage einfach mal nein Denn ich habe in keinem Raum 2 mitgenommen Letzter Zeit Diesen Raum zurück zu gehen ist auch Komm schon Spring doch Oh Gott Warum funktioniert das Remote Springen Nur die Hälfte der Zeit Wahrscheinlich nicht Nicht kräftig genug Geschüttelt Bei 1 und 2 ist ja wenigstens Die Special Super Missile Kombos Davon braucht man gerne mal mehr Aber so Ja Ich meine man kann die Seeker Missiles einsetzen Aber Es gibt im Kampf nicht wirklich einen Grund dafür Weil viele Gegner einfach Du musst sie ja schon quasi Mit Phasen bekämpfen Ich hoffe, dass ich das Teil hier drüben jetzt hinsetze Yeah Hypermode ist einfach zu stark Ich würde eher sagen Man ist ohne Hypermodus einfach zu schwach Ehrlich gesagt Die Gegner sind zu stark Wenn man keinen Hypermodus verwendet Kein Fan vom Hypermodus Wie an Prime 3 implementiert wurde Ja, es ist grauenhaft Ich meine Ich habe gegen Ridley vorhin gekämpft Und dann Ich hatte keine Energie mehr für den Hypermodus Um ihm Schaden zuzufügen Und So eine Scheiße Das war alles hier jetzt Und ich kann rechts durch die Tür Und dann wollte ich noch Die Feuerbälle von ihm aufschießen Hoffen, dass ich da Leben rausbekomme Aber Ich kam nicht mehr auf die 100 HP Und dann Konnte ich mich einfach killen lassen von ihm Weil ich schlicht und greifend Keinen Hypermodus mehr Äh Hinbekommen habe Und damit konnte ich den Kampf auch nicht mehr machen Und das war sehr spaßig Da habe ich mich sehr gefreut darüber Dachte ich mir Ha Das ist so spaßig Äh Warum machen das nicht mehr Spiele so Agitech incoming Yeah Ich erinnere mich noch an den Raum Sehr schön Container für Boardmist Heißt das natürlich auch Wann Ich weiß nicht mal Wer mir zuletzt welche verwendet haben Ich glaube auf Elysia Warte was Was ist denn das jetzt Ich kann sie auch nicht mehr zurückdrehen Ach ich kann sie einfach zurückspringen Alles gut Alles gut Ich würde sagen Ich gehe mal nochmal weiter Ich habe es verstanden Wenn man es manuell verbrauchen könnte Quasi als Room Clear Vielleicht mal War vielleicht mal so geplant Ja ich meine es geht auch in drei Räumen Oder so im Spiel Aber ja Es ist komisch Shit So ich werde auch mal in einen großen Raum zurückgehen In dem ich kaum was gemacht habe Das Gefühl da könnte es eventuell noch was zu sehen Dann wiederum da muss ich ein Teil hinbringen Vielleicht kann ich das von da aus auch holen Mal schauen Wir gehen mal nochmal den Weg hier entlang Denn den sind wir schon lange nicht mehr entlang gegangen Es wird wieder höchste Zeit Ich hoffe ich darf den Morphal Weg direkt nochmal gehen Oh traumhaft Traumhaft Ich meine es ist okay für den Rückweg Aber für den Hinweg Puh Die schlimmste Energy Cell im ganzen Spiel Ich meine das ist quasi noch das einzige was nennenswerter zusätzlicher Content ist in dem Spiel Fuck ich kann ja noch nichts machen oder Wir machen kein Prime Hunters Ja fuck In dem Raum muss ich was hinbringen Aber von wo kriege ich das? Willst du die Zelle haben? Ich habe jetzt schon angefangen Hunter ist halt den richtigen Streaming oder Reimagine nötig Ne ich denke wir sollten einfach einen neuen Metroid Prime Teil machen Kriege ich das Objekt her? Tipp Landestelle Dornendickicht So fuck ist Landestelle Dornendickicht Okay ganz hinten Dann schauen wir mal da hin Metro Prime 4 es wird kommen Bestimmt Wir würden uns doch nicht einfach so noch länger warten lassen Wenn das Spiel nicht tatsächlich kommen würde So wie Dread nur 14 Jahre warten Ich habe schlechte Neuigkeiten für dich Metro Prime 3 ist an sich Ich meine okay seit der Dread Ankündigung An sich ist Metro Prime 3 nämlich 16 Jahre her Ich warte immer noch auf Half-Life 3 Warum tun Leute immer so als ob Half-Life Alyx nicht existiert? Ich habe jetzt noch eine kleine Stimme Gesellter zur Kategorie Six Song und Bloodborne für PC Bloodborne für PC wurde nie angekündigt Bei Bloodborne für PC hat niemand behauptet dass es jemals kommen wird. Und Zirksong, ich meine, das kommt. Da habe ich mir keine Sorgen, dass spontan eingestellt wurde. Nein, sie haben bei Zirksong ja gesagt, ja, dauert halt noch länger. Keine Ahnung. Es ist halt... Was ist mit dem Unity-Drama? Ja, weil sie arbeiten ja dran, ganz offensichtlich. Das ist halt, wenn wir über Metroid Prime 4 oder wenn wir Half-Life 3 ausgraben wollen oder was auch immer, wenn man darüber redet, das sind halt so Spiele, bei denen man weiß nicht, ob tatsächlich noch jemand dran arbeitet, so wirklich. Aber... Aber Isirksong... Ich meine, ja, die machen das. Das kommt irgendwann. Geh mal weg! Was ist das denn jetzt für eine Scheiße? Auch nöööööööööööööhe. So, jetzt noch die. Okay, sprechen durch selbst die Luft, dann haben wir es. Ach, das war keine rote, deswegen kriege ich kein Achievement. Ich dachte, ich kriege wenigstens ein fucking Achievement dafür. Ich kann nicht wissen, welche Farbe du hast, aber es ist mir egal, ich gehe jetzt. Nein, kein Raketenantriff möglich. Außerdem von, äh, oh Gott. Arti, Ficker. Zwei Monate. Wie sub, wie viel lieben Dank. Fuck, wo ist denn... Ist doch auch nichts überall. Zwei Macher haben gesagt, dass sie auf in Unity zu benutzen. Ich frage mich, was da noch passieren wird, inwiefern, was soll da noch passieren? Unity hat ganz klar bewiesen, dass es, äh, nicht tragbar wäre, Unity noch weiter in das Engine zu verwenden. Wenn sie spontan solche Änderungen von solchen Ausmaßen machen. Dementsprechend, ähm, ja. Ja. So viel, äh, Nutzen wird Unity dabei in die Devs wohl nicht mehr, äh, finden. Ich habe auch keine Ahnung, was für ein fucking Teil ich hier mitnehmen soll. Och, ah. Müssen diese fucking, äh, Gegner jetzt, diese Bullet-Sponge-Gegner wirklich vor der Tür spawnen? Stand zum Angreif, Z halt beim Schiff, Ju. Da ist eh nicht, was wir suchen. Wir wollen eh nicht angreifen, wir wollen, äh, was mitnehmen. Hier ist doch nichts. Jetzt fühle ich, verschwende einfach nur Zeit gerade. Warum bin ich jetzt einmal hier im fucking Kreis gelaufen für nichts? Wir sind auf rechten Weg, alles gut, aber ich bin jetzt noch einmal im Kreis gelaufen. Hier ist es. Wahrscheinlich will ich hierhin dann. Brücke zur Maschinenanlage. Ah ja, das ist die andere Seite von da, wo ich vorhin war, oder? Okay, das will ich mitnehmen. Dann kann ich da auch rüber gehen. Ja, nimm mal mit. Dankeschön. Dann gib die Tür frei. Weiter, mein Mikro schon mal auf der Stirn. Ich spiele ein Wii-Spiel. Ist doch nicht so förderlich, wenn ich das Mikrofon vor mir habe, deswegen... Soll ich direkt über meiner Stirn sein, aber... Das passt schon. Okay. Deswegen ist der Rückweg jetzt nicht so elendig weit. Reicht da ja nicht, um seine Gedanken zu hören? Muss doch genauer hinhören. Vielleicht sind deine Ohren auch nicht mehr gut genug, um die hohe Frequenz meiner Gedanken wahrzunehmen. Denk mal darüber nach. Ein, zwei Minuten gehen das Mikro schlagen. Das ist nicht mal das Problem. Das Problem ist, dass es einfach im Weg ist und ich nicht richtig... Dass die Verbindung dann die ganze Zeit unterbricht. Generell das nicht richtig bewegen kann und sowas. Es ist... Ich habe es versucht. Es war immer ein fucking Elend. Das machen wir nicht nochmal. Ach. Muss ich wieder da hoch? Okay. Wir hören keine Gedanken. Da sind halt schlichtweg keine Gedanken. Das könnte auch sein. Ich sehe es jetzt auch nicht ein, für diesen fucking Gegner in den Hyper-Modus zu gehen. Um dann vor ihm eine Minute zu warten, bis ich ihn mal angreifen kann. Außer von Seras. 28 Monate. Resub. Wie, wie lieben Dank. So ein nerviger Gegner aber auch. Generell Gegner, die man die ganze Zeit über nicht angreifen kann. Immer eine gute Idee. Sollten mehr Spiele machen, sowas. Sie lieben alle. Was will mir ein Gegner machen, der 90% der Zeit nicht angriffen werden kann und deine Schüsse dann einfach von ihm abprallen? Und du stehst dann einfach die ganze Zeit da und wartest, dass er vielleicht irgendwann mal sich die Freiheit erlaubt, den richtigen Angriff zu machen. Wäre das nicht eine gute Idee? Jetzt wird abgesetzt. Was wir den Gegner machen, die die ganze Zeit nur irgendwo außer Reichweite am rumspringen sind. Oh, das ist auch super. Oh, da ist die Energiezelle. Ich frage mich, wo das Spiel mich gerade hinlotsen will. So, ich überlege gerade, wo könnte ich hier nach noch hingehen und ein bisschen erkunden. Ich würde gerne noch mindestens einen weiteren Energy Tank mitnehmen. Wer geht's denn? Sie sind schon low-key lame im Vergleich zu den Schlüsseln aus Prime 2. Ich weiß nicht ganz, warum sie generell dachten, dass das eine Sache ist, diese Schlüsselsuche am Ende. Ach, fuck. Ich verstehe nicht, warum sie bei der Schlüsselsuche am Ende generell dachten, dass das eine Sache ist, die sie die Prime-Reihe über beibehalten sollten. Was ich dann gesagt habe. Warte, Leute, mochten doch die Schlüsselsuche am Ende. Die haben wir in Teil 1 und 2 gemacht. In Teil 3, wir haben nicht wirklich einen Grund, sie zu machen, aber... Wir können sie auch so einfach machen, dass sowieso keinen Unterschied macht, weil man direkt genug hat, aber... Ich finde, wenn Leute das so sehr mochten, dann sollten wir es trotzdem schon in irgendeiner Form beibehalten. Das ist ein Key-Feature, ja. Auf sehr vielen Ebenen ist das ein Key-Feature. Oh ja, warum dachten sie, dass sie die Scheiße beibehalten sollten? Gedreht. Gezogen. Sechs Energiezellen. Oh ja, hier kann ich dann direkt abhauen. Ich würde sagen, ich werde mal nach Elysium ein bisschen rüberfliegen. Schauen, ob ich da ein paar nette Dinge mitnehmen kann. Oder Elysia. Oder was auch immer man heutzutage dazu sagt. Wie spielst du Prime 3 mit dem Wii U Pro Controller? Gar nicht, weil es ein Wii-Spiel ist. Geht also nicht, ne, es geht nur mit Wii. Es hat auch sehr viele Wii-Touch, äh, nicht Touch, sondern Motion-Control-Gimmicks und sowas. Was alle Leute lieben. Selbstverständlich. Ah, wobei ich könnte noch... Hm. Hm. Ich könnte da noch hinschauen. Lass mich mal da landen und dann schaue ich, ob ich da nicht... Ich glaube, da war noch dieser eine Eisraum. Den ich mir mal markiert habe, falls ihr euch daran noch erinnert. Auf Elysia gibt es keinen Energy-Tank mehr. Okay. Dann, dann sparen wir uns Elysia. Ja. Bordern ist dann der Eisraum. Ich habe halt echt super wenig Energy-Tanks gerade aus irgendwelchen Gründen. Das begeistert mich nicht. Ah, willkommen, Herr Relief. Das begeistert mich überhaupt nicht. Okay, das nicht wegmachen. Scheinbar nicht. Naja, gut. Naja, gut! Au. So, hier war, glaube ich, der Eisraum. Wenn ich da drüben gleich nach rechts rübergehe. Oh, hier hatte ich den Joy-Con-Glitch. Ach, das waren Zeiten. Letzte Woche. Es kommt mir so vor, als würde ich Prime 3 schon seit drei Wochen oder so streamen. Aber das ist gerade mal der zweite Stream. Ach, komm schon. Was wollt ihr denn die ganze Zeit von mir? Geht doch mal weg. Sind auch, sind auch so tanky. Nicht tanky genug, damit es sich lohnt, in den Hyper-Mode zu gehen. Aber schon tanky genug, damit es echt nervig ist. Ach, so eine Scheiße. Niemand mag Missile-Container in diesem Spiel. Ich glaube, wir können noch was machen bei dieser einen Statue. Ich glaube, mit dem Raum bei der großen Statue ist noch was zu tun. Hier gibt es auf jeden Fall gleich auch noch einen Energy-Tank. Also, breite ich da auf Mental vor. Äh, Missile-Container. Aber, Entschuldigung, falls euch, jetzt tut mir leid, falls eure Herzrate ein bisschen sich erhöht hat gerade, weil ich gesagt habe, Energy-Tank. Aber ich meinte, Missile-Container. Genau, das kann ich nicht von der Seite eröffnen, nur von der anderen. Kann ich hier was machen? Ich dachte, in dem Raum könnte ich noch was erledigen. Aber irgendwie auch nicht so richtig. Naja, wie auch immer. Gehen wir zum dummen Riesen. Nein, wir schauen noch mal, ob ich einen Weg finde, an den Missile-Container zu kommen. Jetzt stört es mich doch ein bisschen. Bin ich hier einfach nach oben? Bin ich das nicht gecheckt? Scheint so, als wäre ich hier nicht gewesen. Gute Neuigkeiten. Ein weiterer Missile-Container. Damit haben wir 130 Phasen-Missiles. Glaubt ihr, das reicht? Vor allem will ich die eh nicht wirklich einsetzen. Ich mache mit Phasen viel lieber den Charge-Beam. Weil der super gut ist. Aber gut. Wir können uns ja vorstellen, wie es wäre, wenn ich eventuell die Missile einsetzen würde. Ich wette, ihr wirst nie unter 100 kommen. Ja, an dem Punkt halt echt nicht mehr. Ich habe die auch noch wirklich im Kampf gegen Gendrider eingesetzt. Missiles sind in dem Spiel halt auch echt nicht so gut, weil ihr Aiming sehr beschränkt ist. Sind generell sehr beschränkt, die Missiles hier. Guck mal, die Schnauze, ich höre hier was. Guck mal, die Schnauze, ich höre hier was. Hm. Wie komme ich da oben ran? Ich meine, ich will doch meine Missile-Container mitnehmen. Stell dir das mir vor, es ist wunderschön. Wahrscheinlich will ich von der Seite aus irgendwie, aber wie? Da drüben? Ach, das ist ein Tunnel. Oh. Oh. Erkundung erfolgreich. 135. Stark. Stark, stark, stark. Kann man nicht anders sagen. So, in den Raum hier wollte ich. Hier gibt es nämlich noch irgendwas zu erledigen. Super nervige Gegner, die ich jetzt ausschalten muss. Mogena Kriegesgolem ohne Energieversorgung. Aktivierung erfolgt wie per kopfseitigem Schalter. Dann aktivieren wir ihn doch mal. Oh, ich habe ein gutes Gefühl an der Energy-Tankfront bei ihm, sage ich euch. Oh, guten Morgen. Ich bin einfach instant aufgesprungen. Vielleicht habe ich doch kein so gutes Gefühl an der Energy-Tankfront. Ich dachte, ich habe eins, aber ich bin da nicht mehr so sicher. Shit, ich sterbe. Ich bin Dark Samus, meine Freunde. Gab es an der Stelle einen Energy-Tank? Nein? Okay. Dann gehen wir da nicht nochmal hin. War wahrscheinlich nur für diese Shit-Teile. Oh nein, die ganzen, die ganzen Misser-Container, die ich jetzt nicht mehr mitgenommen habe. Eine absolute Schande ist das. Ist ja generell sonst nicht wirklich was, wo ich noch entlang könnte. Ich denke, wir werden uns bei der Piraten-Basis noch umschauen. Denn, der hat ja eine Brüter-Metroid. Den haben wir immer noch nicht gefunden. Und vielleicht hat der ja eventuell einen Energy-Tank. Es gibt doch, glaube ich, noch zwei oder drei Tanks. Ja, ja, es gibt nicht mehr viele. Aber ich will noch mindestens einen mitnehmen. Minus 15 Missiles. Es ist eine Tragödie. Dabei haben wir uns gerade so sehr drüber gefreut. Ach, warte mal. Auf Norion war ich ja nie wieder. Was sei denn davon, dass wir uns auf Norion mal umschauen? Da war ich ja wirklich nur komplett am Anfang. Ich glaube, einmal danach. Ich habe keine Ahnung. Aber da habe ich ein gutes Gefühl, dass da vielleicht noch was zu finden gibt. Da ist doch nicht alles abgegrast. Vielleicht sogar in der Energiezelle. Hallo? Meine Energiezelle ist ja noch nicht verkehrt. Da kriegt man noch ein paar Bonus-Upgrades. Ach, diese Ladezeiten. Ja, ich würde sagen, wir werden direkt mal den Bereich da rechts entlanglaufen. Da sage ich nicht Norion. Ja, mir geht es ähnlich. Da habe ich doch direkt schon einen guten Bereich gesehen, den wir nie entlang gegangen sind. Hier wurden wir damals von Ridley angegriffen. Ach, das waren doch noch Zeiten. Und dann war Eiskerl unterwegs und hat gesagt, hey, Samus, cool bleiben. Da haben sie sich fast eiskalt erwischt. Und dann haben wir alle gelacht. Ach, das war schön, war das. Da höre ich doch was. Richtig cooler Typ, ja. Kommt, Wind. Bisschen Aufwind ist wichtig. Rundas, hieß er. Rundas ist so schnell gestorben. Ich habe nicht mal gesehen, wie er angreifen kann. Ich hatte kurz die Hoffnung, dass hier was Gutes sein könnte, aber... Keine Sorge, Freunde. Wir sind nur noch bei minus 10 Missile Containern. Naja, gut. Gehen wir mal hier entlang. Ich habe gerade mein Schweißgerät dabei. Da habe ich gerade noch mal Glück gehabt. Generator Access. Ich meine, wer wäre ich denn, wenn ich es nicht mitnehmen würde? Shit! Alles gut. Ich erinnere mich, als du sagst, dass an Phasen Overload sterben macht man freiwillig, sonst passiert sowas nie. Ich hatte auch keine Ahnung, dass diese komischen Phasen-Zellen, dass die einen so hart, so schnell mit Phasen überladen. Das war mir nicht bewusst. Da ist Chaos! Die ultimative Lebensform. Das war schon heftig. Ja, vor allem, ich habe noch Missiles abgeschossen. Zumindest eine. Aber es hat nicht gereicht. Hat schlicht und greifend nicht gereicht. Data Storage Room. Wie hier ist eine Karte oder sowas. Was ist das hier? Hä, ist das jetzt der Lore-Raum? Ach, so eine Scheiße. Was, was soll das denn jetzt? Naja. Chaos 1 3D Sonic Marathon. Ich habe überlegt, ob es nicht lustig wäre. Aber es wäre auch ein bisschen anstrengend. Aber es wäre vielleicht auch spaßig. Vielleicht machen wir das mal. Natürlich nicht alle, aber schon einige. Es wäre mies. Na, so ein Miese-Peter. Bis später, Miese-Peter. Aber ich würde schauen. Müsste halt dann wirklich limitieren, welche. Ich habe das Gefühl, von den Wii-Teilen, wenn ich da alle mitnehmen würde. Puh! Das wäre dann schon ein bisschen nervig. Finde ich das eigentlich zufälligerweise? Nee. Ich glaube, da muss ich einfach alle Gegner killen, die rauskrabben. Was ist das? Nee, links ist es noch. Ich scanne das Teil einfach mal. Hm. Sollen wir noch mehr? War es das? Nein, noch mehr? Willst du noch sterben? Nein. Ist okay, ich gehe in den Phase-Modus. So. Zupreden? Ich würde es schauen, aber nicht mit Begeisterung. Aber wir können hier das Raumschiff landen lassen. Hyper-Modus-Moment, ja. Da habe ich mir mal kurz 3 HP rausgenommen. Sonic Boom wird dann shitfest. Sonic Boom ist sowieso so ein Spin-Off. Es gibt viel zu viele 3D-Sonic. Aber ja, das ist eine Sache. Vielleicht will ich das mal machen, aber mal schauen. Mal schauen. Auch wenn ich natürlich ein bisschen besorgt bin. Was dann für Leute im Chat auftauchen. Das Gefühl, es könnte ein bisschen komisch werden. Das ist okay. Es ist riesig, was man manchmal eingeht. First habe ich recht. Nein. Sonic Fans. Wo ist der Unterschied? Ich weiß es nicht. Nee, ich meine, es hat... Sonic hat halt auch sehr viele junge Fans, logischerweise. Das ist halt diese... Ich habe das Gefühl, die sind gerne mal ein bisschen anstrengend. Aber das ist okay, das ist okay, das ist okay. Der Brüter! Hier ist doch optionaler Metroid-Brüter. Seht ihr, von dem habe ich so viel erzählt. Versteht ihr, warum ich so viel davon erzählt habe? War ein cooler Kampf, oder? Stark. Sonic hat junge Fans. Ja. Sonic ist seit dem... Ich glaube, seit dem Film hauptsächlich wieder super populär. Also unter anderem deswegen. Super populär bei den Kids. Was gerade passiert? Ich habe einen Schwachpunkt angegriffen. Und darauf war der Gegner nicht gut zu sprechen. Meine Energiezelle ist nicht übel. Ja, auf Valhalla gibt es noch einen. Und in der Piraten-Basis. In der Piraten-Basis ist er hier irgendwie geskippt. Scheint, dass man zu wenig Ü40-Sonic-Fans findet. Sonst könnte man den reindrücken, wie er damals den Konsolen-Krieg gewonnen hat. Was soll denn das? Was ist das für... Was ist das für ein Nintendo-Fanboy-Geschwätz hier? Ja, und wer hat dann... Sega war noch im Konsolengeschäft, als Nintendo von Sony verdrängt wurde. Vergiss das mal nicht. Nintendo wurde halt genauso verloren. Was ist das überhaupt? Nicht mit Waffengewalt zu beschädigen. Okay. Keiner ist länger Sonic-Fan als drei Jahre. Ich meine... Ne, ich weiß auch nicht. Ist immer ein bisschen komisch. Gibt halt viele Leute, die, äh... Ihre Existenz als Sonic-Fan sehr ernst nehmen. Sehr, sehr ernst. Ich bin Sonic-Fan seit 15 Jahren. Siehst du? Was kann man hier eigentlich nochmals machen? Was war... Was sollte das jetzt? Gegner biniert... Uh... 83% aller Räume besucht. Geht aber noch ein bisschen was. Oh, ist das ja der Combat-Modus? Bio-Gefahr-Auswertung. Das wollten wir machen. Status... Verseucht! Phase-Niveau... 75%! Upsi! Damit kann ich den Schild runter... Yeah! Ich mag's, dass man den Schild, äh... Runterklappen kann. Ey, ich glaub, der wird nie für irgendwas genutzt. Oder lieg ich da falsch? Ja, ich hab leider nicht versehentlich den Selbstzerstörungsknopf erwischt. Aber vielleicht beim nächsten Mal. Zu viel am Phasen geschnüffelt. So, wir wollen auf jeden Fall noch einen Energy-Tank mitnehmen. Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass da jetzt keiner war, muss ich gestehen. Den hätte ich mir sehr viel mehr gewünscht, als die scheiße Idee, die ich bekommen hab. Aber gut. Aber gut, aber gut, aber gut. So, wo können wir denn hin? Wie war's, wenn wir den Raum da rechts mal aufsuchen? Der sieht mir doch schon mal direkt verdächtig aus in seiner blauen Farbgebung. Ist da der, äh... Der Brüter-Metroid? Na, ein Selbstzerstörungsknopf kann nie schaden. Weiß nie, wann du mal Beweise verschwinden lassen musst. Und dann wirst du froh sein. Ach. Ach, der schon wieder. Schau mal weg. Uh. Bist du denn da? Was sind solche nervigen Gegner? Au. So, hier könnte noch was Lätes sein. Jetzt haben wir das hier doch nie gemacht. Du, 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 du. Oh, jetzt geht's hoch. Hoch, sag ich euch. Jetzt geht's hoch. Hoch, sag ich euch. Oh. Mehrere Schichten. Was? Ah, ich... Ich hasse es, dass diese Boardmissile-Container wirklich eine Sache sind in dem Spiel. Also wirklich. Es ist... Es fühlt sich so schlecht an. Du findest... Du findest was und dann ist es sowas. Wäre es mir lieber, wenn ich einfach nichts bekommen hätte. Na, warte. Ich will gar nicht... Will ich runter? Nee, 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 ich will oben. Ach ja, da waren diese komischen Kristalle, bei denen ich nicht wusste, wie ich die kaputt machen soll. Ich will mich hier hoch? Hier, so halbwegs. Wofür braucht man den Boardmissile-Container? Ich meine, vielleicht befindet man sich ja irgendwann mal wieder in einem der Räume, in denen man die Boardmissile einsetzen kann. Hallo? Und was machst du dann? Wenn du dann keine Boardmissile hast? Au. Explosionen sehen immer so schmerzhaft aus. Oh, da wartet ein Metroid auf mich. Sehr schön. Was ist denn mit denen jetzt? Warum habe ich das vorher nicht gescannt? Okay, mal, ein Explosionsschuss auf Phasen-Basis. Schieß ich doch mal auf Phasen-Basis drauf. Hallo? Ist da wer? Hallo? Jetzt geht's hoch. Dann legen wir eine Bombe. Und dann das Ganze nochmal. Oh yeah. Da ist der Stoff. Und jetzt das Ganze nochmal. Nein. Ein Metroid-Brüter. Der brütet Metroids. Was er nicht brütet, ist eine Abwehr gegen mein portgeschrittenes X-Rave-System. Metroid-Brüter eliminiert. Das Achievement habe ich mir verdient. Sie sollten genervt werden. Ja, finde ich auch. Sie sind halt wirklich so fucking nervt, Töten zu bekämpfen, wenn man das nicht hat. Energy Tank. Yes. Ich will nicht zurück. Ich will den Energy Tank haben. Vielleicht kann ich von da oben aus irgendwie ran. Nee. Ich meine, ich muss irgendwie an die Magnetball schiedeln, aber wie? Hättest du das hier anders machen sollen? Weil ich kann ja nicht grundlos mich nochmal hochschießen, oder? Ja. Oh, ich sehe es. Ich habe das Rätsel gelöst. Ich habe schon mal Metroid Prime gespielt. Danke der Nachfrage. Ja. Wir können da oben auf jeden Fall noch entlang. Bist du sicher? Nee. Jetzt nicht mehr. So, dann ist hier ein Speicherpunkt. Ja. Kommen wir den wir mit. Der Energy Tank muss gefeiert werden. Den will ich nie wieder aufgeben. Ich würde doch gerne noch einen neben dem aus der Valhalla finden. Weiß jemand, wo wir noch einen hätten? Zufälligerweise. Ich glaube, es sollten noch drei Stück insgesamt fehlen. Wir müssen nicht alle mitnehmen. Ich hätte gerne alle bis auf einen. Wo bringe ich das jetzt überhaupt hin? Bist du noch den aus Valhalla? Oh. Valhalla gibt es einen. Ja, wahrscheinlich wird es auf Valhalla hinauslaufen, wie es aussieht. Ladebildschirme. Komme ich jetzt überhaupt raus? Ah, warte. Es gab hier noch einen Weg, wo ich Felsen überladen muss, um durchzukommen. Bei diesem einen Turm. Vielleicht will ich da noch hinschauen. Wo war denn der Turmraum? Ja, hier. Hier ist er direkt. Gut. Da gehen wir noch hin. Seid ihr davon. Oh, damit kann ich hier dann durchstehe. Stimmt, das habe ich sonst nie geöffnet. Seid ihr aus den ersten aus Norion nicht mitgenommen. Davon gehe ich nicht aus. Ich habe keine Ahnung. Hä? Ah, warte. Wo bin ich jetzt? Warte. Nee, von hier kam ich. Warte. Nee, das war schon richtig. Ich habe kurz den Chat geschaut und dachte ich mir, warum bin ich jetzt wieder da, wo ich angefangen habe? Ich habe kurz den Chat geschaut und es sieht, wenn man drüben ist, genauso aus wie da, wo man angefangen hat. Und ich dachte mir, es ist einfach nichts passiert. Dann dachte ich mir, muss ich es nochmal aktivieren? Ich warte nur auf Samus vs. Doomguy vs. Master Chief. Ah, fick Master Chief. Den will niemand dabei haben. Ach, oh Gott. Karte. Okay, wir wollen zurück und dann ins zweite Stockwerk. Wer mag schon Master Chief richtig? Ich nicht. Alle meine Homies hassen Master Chief. Ich meine, ich habe nichts gegen Master Chief direkt, aber ich habe auch nichts für ihn übrig. Von mir aus kann er dahin gehen, wo der Pfeffer wächst. Tut mir leid, weil es das ein bisschen zu obszön war für viele. Ja, ey, ey, Master Meef würde ich ihn eher nennen. Jetzt wird überladen. Saubere Arbeit war das. Klingeln wieder von der Name, der panisch gewählt wurde. Ne, er ist halt John Halo. Ich heiße John. Ja, genau, John. John, mein Name ist John. So, wo bringt mich der Turbo Express dieses Mal hin? Ich habe übrigens immer noch relativ große Angst vor dem Finale von Metroid Prime 3. Möchte ich noch so in den Raum werfen. Ah. Das kann halt echt mies laufen. Ah, hier ist safe wieder nur eine fucking Energiezelle. Okay. Wenn er die Raut. Pop, 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 pop. Was zum Fick ist das? Okay. 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 Wo gehe ich jetzt hin? Ich muss hier hin, wenn ich an die Raut. Alles hab. Okay. Ja, mies. Ja, komm. Wir gehen jetzt in die Valhalla. Wir ziehen es jetzt durch. Hör ich eigentlich ein Item oder ist das nur diese komische... Das ist, glaube ich, die Idle-Musik nur. Ja. Auf nach Valhalla. Ja, da wollte ich schon immer mal hin. Kein Item da? Okay. Diese komische... Wenn man in so einem Aufenthaltsraum einfach ist... Das komische Lied klingt immer so ein bisschen so, als wäre da ein Item in der Gegend. Das irritiert mich. Meine Hände sind übrigens immer noch extrem verschrumpelt, falls das jemand wissen wollte. Zufälle Details-Streamer. Nein, ich hab noch nicht... Ich hab nicht die Item-Locations auf die Karte geholt. Hauptsächlich, weil ich nicht nach Elysia will. Und das bringt mir ja auch noch bedingt viel, weil ich will ja eigentlich nur Energy-Tanks holen. Und mir fehlen, glaube ich, noch 40 Items oder so. Zu viele Details. Ich hab mal auf Twitter geschrieben, dass es kaum ein schöneres Gefühl auf der Welt gibt, als das... frisch gekaufte Socken zu tragen oder so. Ich dachte mir, ja, das ist ziemlich relatable für Leute. Ich denke auch immer noch, dass es das ist. Dann hab ich irgendwie... Keine Ahnung. Eine Woche später so irgendwas anderes getweetet. Dann hat jemand geantwortet. Oh, tweet dir besser sowas, als von deinen alten Stinkesocken zu erzählen. Ich hab nicht von alten Stinkesocken erzählt. Ich hab davon gesagt, dass neue Socken ziemlich angenehm sind. Was hat das mit alten Stinkesocken zu tun? Nee, 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 nee. Frische neue Socken, ich lebe für den Shit. Ich mag neue Socken nicht, weil die manchmal fusseln. Das gehört manchmal zum Leben dazu, Baby. X wie das Virus aus Metroid Fusion. Da wird der Chat richtig aktiv. Sag ich doch, so ein paar frische Socken, das ist... Das ist sehr relatable für die Leute. Wer trägt schon gerne Socken? Es kommt immer drauf an. Jetzt im Moment trage ich auch keine, aber... Manchmal ist einfach ein Sockentag. Laut Intel gibt es 14 Tanks und mit dem Ausfall Haller wärst du bei 12. Ja, ich denke, wir machen... Wir versuchen es einfach. Wir versuchen es einfach. Ich meine, so Metro Prime 3, wie schlimm kann es schon sein? Nicht recht. Ich meine, Ridley hat uns auch gezeigt, dass das nichts irgendwie zu nervig werden kann in dem Spiel. Ich freue mich schon, wenn wir dann in der Stelle mit dem Zeitlimit sind. Und ich gehe in die letzten Bosskämpfe. Und dann das Zeitlimit ausläuft. Dann werde ich sagen, oh Mann, jetzt kann ich die ganzen 10 Minuten wieder da hinlaufen. Da freue ich mich aber schon. Ich werde mich nicht drüber freuen. So, Freunde. Weg. Was ist der Weg? Die Valhalla. Oh, da liegt noch eine Energiezelle. Die joink ich mir doch gleich. Beim Schlafen Sorg zu tragen ist schon eine Sünde. Es ist ein bisschen... Außer es ist ein bisschen kalt. Ja, ich denke, es trifft ja allgemein auf Sorgten zu. So, wie der Dark Souls 2 DLC Boss Runback. Nein, das ist noch ein bisschen schlimmer. Der Weg, äh... Es ist mehr als nur ein Bosskampf. Und der Weg dahin ist echt weit. Und das ist alles mit Zeitlimit. Aber du siehst das Zeitlimit nicht direkt. Du hast so in diesen Balken. Das heißt, du weißt nicht wirklich, wie viel Zeit du noch übrig hast. Aber du weißt, dass es knapp wird. Oh, sag Gott. Ziemlich viele Slowdowns heute. Was geht ab, Krabben-Crew? Oh, oh. Ich meine, es ist nicht direkt Zeitlimit. Die Sache ist nämlich, man hat... Oh Gott. Äh, man verliert mehr von der Zeit, wenn man Schaden nimmt. Deswegen richtig ein Zeitlimit zu machen, würde nicht ganz hinhauen. Aber es ist trotzdem nervig. Wollen wir hier rein? Falscher Weg? Okay. Könnte ich wahrscheinlich einen Missile-Container oder so dafür. Nur Missile-Container. Oh, Freude! Nicht mal Schiffscontainer. Oder ein Containerschiff. Nichts davon. Alles cool, Metroids. Lasst euch... Lasst sie sich wirklich nicht von mir stören. Naja, gut. Die haben auch... Die haben auch die Junior dabei. Die Junioren. Das wäre, wenn ich dafür zwei, ähm... Energiezellen ausgegeben hätte. Das wäre nicht gut gewesen. Was bist du für ein Clown? Weg mit dir. Die Valhalla ist aber an sich, äh... Wie sie von Faison befallen wurde und so. Das ist ein cooles Gebiet zum Erkunden, prinzipiell. Wenn ihr mich fragt. Mit einem starken Stoß müsste es sich zerstören lassen. Was? Was will das denn jetzt gerade von mir? Vielleicht werde ich doch noch meine ganzen Missiles hier... Ach, okay. Da geht nur ein kleines Eckchen kaputt. So, ich glaube hier hinten... Hier hinten war der Energy Tank. Gleich links abbiegen. Aber ist hier nicht der Energy Tank? Nein? Oh, fuck. Schnell weg. Wir haben nicht viel Energiezellen übrig zum Verprassen. Ich schätze, hier gehe ich mal rein. Du, 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 du. Du hast das Gefühl, Super Missiles kommen etwas zu kurz in Prime 3. Weil es gibt nicht mal wirklich Super Missiles in Prime 3. Oh, hier kann ich rein. Ich habe da doch was gehört. Ist das etwa ein Missile-Container? Das ist der Rückweg. Ich kann hier weiter nach links. Oh, es ist ein Missile-Container. Ich weiß nicht, was ich sonst erwartet habe. Es ist trotzdem jetzt mal so enttäuschend. Man denkt sich, ich weiß, dass hier nur ein Energy Tank ist. Aber vielleicht... Mit etwas Glück. Oben dann zweimal rechts für Energy Tank. Okay. Also hier zum ersten Mal rechts. Nee, zu spät jetzt. Ganz schön windig hier. So, und jetzt dann nochmal rechts entlang, wenn ich den Energy Tank bekomme. Hallöchen. Phasen-Inks machen irgendwie wenig Sinn. Ja, stimmt, die sehen ein bisschen aus wie diese komischen Ingen-Teile, die auch sowas abfeuern. Dann wiederum, ich meine, Phasen war auch auf dem Planeten... äh, auf dem Äther, also vielleicht haben sie das irgendwie sich gemerkt. Keine Ahnung. Die heißen, glaube ich, auch so, wenn du sie scannst. Oh nein. Flüssiges Phasen. Flüssiges Phasen ist, glaube ich, auch was anderes als die Teile. Was ist mit euch? Phasen-Wurm. Au, geh mal weg. Ich suche die anderen. Haben wir davon noch welche? Ja. Phasen-Ink. Ah. Ein Oberflächen entlang kletternder Formenwandler. Die Körper der Phasen-Ink reagieren empfindlich auf... Blablabla. Phasen-Ink. Eigentlich morphende Klumpen Phasen. Zum Vorzug eine C-Flüssigkeit. Lachen-ähnliche Gestalt, die sie nur zum Angriff aufgeben. Da sie imstande sind, sich auf jeglichen Untergrund vorzubewegen. Es ist ein leichtes für sie, sich auf Distanz zu halten und dann einen Stoß Phasen... Ach so. Okay, sie erklären also nichts in Sachen. Okay. Da hatte ich schon kurz, dass sie was über den tatsächlichen Lebensraum oder so... ...oder was damit auf sich hat erklären. Aber nee, ist okay. Okay. Ja, ich will auch gar nicht wissen, warum das Ingen sind. Sie ist ja nur halb so wichtig. Aber ich erinnere mich noch an diesen Raum. Gutmaßliche Fehlfunktion. Hä? Vielleicht muss ich oben irgendwas machen. Wir schauen mal eben nach. Ja, das sieht doch so aus, ob hier was gemacht werden muss. Dann wird jetzt mal eine Energiezelle reingegeben. Und zwar mit Schmackes, meine Freunde. Bildschirm bewegen. Uhrzeigersinn. Bildschirm bewegen. Uhrzeigersinn. Ich hoffe, dass kein Metroid-Bruder jetzt ankommt. Und da haben wir eine Menge Brücken runterfallen lassen. Oh nein, der Metroid-Bruder! Jedes Mal aufs Neue eine Wohltat. Hehehehe. Jedes Mal aufs Neue. Poer auf die Brüter, habe ich recht. Yeah. So, was haben wir denn hier noch Schönes? Ich wollte gerade sagen, lass dich von mir nicht stören. Aber wie es aussieht, lässt du dich von mir stören. Das ist okay. Du auch. Ist auch okay. Was haben wir denn hier hinten noch? Leit uns mal auf, Samus. Warum dachte ich, dass ich diesmal das nicht machen muss? Kann man Metroids eigentlich auch mit X-Ray killen? Das ist eine gute Frage. Sollte man, oder? Hey, die Code-Sequenz der Piraten erhalten. Ja, ich weiß, wo ich damit hin muss. Ich war da schon. Was ist der Code jetzt? Sag doch, was der Code ist! Oder kann ich das hier so machen, dass das Richtige gezeigt wird? Nee. Du, wie sieht's mit dir aus? Weißt du's? Nein. 7, 8, 3, 5, 6. 7, 8, 3, 3, 5, 6. Enter. Data log Entry, 2467.3. This will be the last communication of the GFS Valhalla. Our efforts to repel the Space Powered Boarding Force have failed. They have successfully removed the primary mounting structure around our stasis tank. It is obvious now that they intend to extract us from the Valhalla. It is vital that the Federation receive this transmission severing main power. A large bioform is creating a wormhole. Hmm. Oh, oh. Der Ursprung allen Faserns? Es wird finster, ist, äh. Bin ich ein bisschen gruselig, wenn das so eine komische KI sagt. Ich hab das Gefühl, die sollten ein bisschen optimistischer sein. Und ja, Metroids haben in der Tat einen Schwachpunkt. Komm. Mach auf. Mach auf. So, ich hab jetzt noch ein paar Energiezellen übrig. Kann, glaub ich, noch in den anderen Raum gehen. Den für die zwei Energiezellen. Ja, hier brauchen die Türen besonders lange gerade. So lange musst du die sonst nirgendwo in dem Spiel laden. Vor allem die, die einen dann mit Wind rausschießen. Die brauchen ewig. Oh. Und noch mehr. Bei mir, das können wir jetzt den ganzen Tag machen, wenn ihr wollt. Ja, da kein Problem mit. Hier war ich auch noch nicht. Auf der Valhalla scheint's einiges zu sehen zu geben. Was seid ihr überhaupt für komische Style-Kameraden. Das ist wohl der tankigste Gegner im gesamten Spiel. Noch mehr? Was ist das? Okay. Das Raumschiff zieht mich hinüber. Ein Wunder, dass die Türen noch funktionieren. Die Türen funktionieren immer. Das ist das A und O. Mit einem starken Ruck lässt sich das entfernen. Da habe ich mal einen starken Ruck rausgerückt. Außer von Gary Cobra. 70 Monate. Re-Sub. Wie viel lieben Dank. Noch eine? Investiere ich jetzt zwei Energiezellen, um fucking Missile-Container zu bekommen? Ein Matrix-Spiel ist kein Matrix-Spiel, wenn es kaputte Türen gibt. Doch, doch. Es gibt durchaus kaputte Türen. Das ist nicht mal ein Missile-Container! 200 gibt's denn für ein fucking Schiff, für ein Bord-Missile-Container? Das sollte illegal sein. Zwei Stück, nicht nur ein, oder so, sondern zwei! Absolut unglaublich. Da denkt man, man hat alles gesehen. Lass mich jetzt raus hier. Lass mich doch wenigstens jetzt gehen, nachdem ich schon so enttäuscht wurde. Da muss ich doch jetzt ordentlich noch diesen ewig weiten Rückweg laufen. Das war eine gewaltige Enttäuschung, sage ich euch. So, können wir noch da unten hinschauen? Vielleicht reicht's... Äh, vielleicht habe ich noch zwei Stück übrig. Ich glaube nicht, aber... Mal schauen. Da, willkommen, Mr. Chappie. Mal schauen. Eine habe ich noch übrig, auf jeden Fall. Keine mehr übrig. Tja! Werden wir wohl nie erfahren, was sich hier befindet. Ladzeit von Türen sind in dem Teil aber auch recht lange. Es geht an sich. Es ist nur auf der Valhalla. Auf der Valhalla scheint es überhaupt nicht optimiert zu sein mit den Ladezeiten. Keine Ahnung. Ich habe mir vorgestellt, dass ich das Gebiet relativ spät zusammengewürfelt habe im Spiel noch. Dass da, dass hier umsprünglich noch viel mehr zu tun sein sollte. Ich meine, es gibt nicht wirklich was zu machen. Es gibt auch keine Rätsel oder so. Auch keinen richtigen Kampf oder so. Kein Raum mit der Screw Attack. Die Zelle skippen. Äh, die Zellen skippen. Zu spät. Aber ja, das Gebiet ist ein bisschen die Valhalla. Ich meine, ich habe das Gefühl, da war vielleicht mal mehr geplant als das, was wir bekommen haben. Denn das ist irgendwie sehr lahm. Ich meine, das Konzept ist nett, aber es gibt halt echt nichts zu tun. Ich glaube, Forschungsanlagen wollen wir hin. Oh Gott. Wir nähern uns im Finale. Beziehungsweise, wir sind beim Finale. Ach. Ach, gar keine Lust. Oh, ich habe keine Lust, bei den, bei den elendig langen Bosskämpfen dann zu sterben und dann alles nochmal zu machen. Ein Energy Tank wird sich noch im Umweg, wäre vermutlich zu lang. Wo wäre der? Ja. Einfach nicht sterben, dann ist alles easy. Brio-Eisteil. Nö. Nö, ich habe keine Lust, jetzt in Brio zu gehen. Ja, versuchen es so. Ich meine, der eine Energy Tank wird auch nicht viel ändern, wenn ich sowieso zu scheiße bin. Meine Fresse, bin ich ja falsch. Keine Lust, weil Ads nur da weiß, dann zu Ende ist. Oh nein. Nein, dann ist Metroid Prime 3 zu Ende. Das ist mein drittliebster Teil der Metroid Prime Trilogie. Äh, das Ende ist ein bisschen nervig. Ich denke, ich kann ganz gut damit leben, dass der Metroid Prime 3 zu Ende geht. Jetzt mal schauen, ob ich das da hinten hinbringe. Ey, ich freue mich auf ADRM. Damit fangen wir aber erst nächste Woche an. Ich hätte es aktuell nicht mal hier. Also auf dem PC. ADRM ist in so greifbarer Nähe. Wir werden nächsten Sonntag anfangen. Ohne Umwege. Da gibt es keine zwei Meinungen. Ich weiß nicht wirklich, wo ich gerade hinfahre, aber... Irgendwann kommen wir beim Ziel schon raus. Irgendwann kommen wir beim richtigen Weg raus. Ja, ADRM war das mit dieser Third-Person-Perspektive. Fuck, ich komme hier. Ach, so eine Scheiße. Ich bin hier einfach komplett falsch. Äh, äh... Ich komme hier überhaupt nicht dahin, wo ich hin will. Letzter Tank war dann vermutlich auf Norion oder auch auf dem Brio. Leider nicht alle Tanks im Stream mitbekommen. Ich auch nicht. Ich habe in dem Fall keine Ahnung mehr, wo was ist. Oder was ich alles mitgenommen habe, wo was war, besser gesagt. Alles okay, ist okay, ist okay. Wir haben auch nicht... Wir haben auch nicht gerade wenig Energy-Tanks, muss man sagen. Zwei Stück unter dem Maximum... Es ist halt... Man kann das Spiel damit durchspielen. Es ist absolut machbar. Kommando-Zentrum. Versuchen wir es von da aus. Oh, diese Ladezeiten. Kommt schon! Gott! Okay, einfach geradeaus. Zweiter Stock und dann links. Okay. Wir machen kein 100% in ADRM. Das ist eine Sache, die ich euch auf jeden Fall versprechen kann. Aber es gibt doch auch den... Es gibt doch auch diesen Turbo-Speed-Dingerns. Das heißt, da muss man doch auch damit ein bisschen Zeug machen. Und das... Das stehe ich mir belastend vor. Aber der M 100% ist super leicht. Wofür steht denn das andere M? Keine Ahnung. Könnte Metroid oder... äh... Mother sein. Brain. Brain. Mother Brain. Weil ich glaube, ich bin an der Sache auf der Spur. Speedboost-Ritzel in ADRM sind easy. Oh, okay. Ich habe erstmal bei keinem 100% geplant, okay? Wir sind irgendwie keine Gegner mehr, was ganz angenehm ist. Macht die Wartezeit natürlich noch ein bisschen aufregender. Oh, Freude. Ein weiterer Ladebildschirm. Und dann kommen wir in einen Raum, von welchem aus ich dann weggeworbt werde. Mit einem weiteren Ladebildschirm. Und dann kann ich den Code eingeben, um ins Wurmloch zu kommen. Woraufhin ein weiterer Ladebildschirm kommt. Haben wir jetzt wirklich das Triple von Ladebildschirmen? Nummer 1. Okay. Überstanden. Dann gehen wir mal ein bisschen weiter. Über 2. Okay. War nicht zu übel, muss man fairerweise sagen. Okay. Und dann kommt jetzt Nummer 3. Vorgabe erfüllt. Ich muss jetzt wieder zurücklaufen? Muss ich jetzt wieder zurücklaufen? Ich dachte, ich werde von hier aus dann hingeworbt. Ach du meine Fresse. Aber warum versagen sie nicht einfach, hey, willst du direkt zu einem Raumschiff geportet werden? Es gibt nämlich hier unterwegs sowieso nichts Neues zu sehen. Du bist gerade den gleichen Weg gegangen. Hier sind nicht mal Gegner zu bekämpfen. Ich muss nur noch einmal gehen. In der Mitte. bringen wir municipiody und sieben. A cholernhaft! Oh! Das sind doch jetzt wirklich 10 Minuten einfach nichts, oder? Wenn man zu den Planeten hier hinfliegt und dann da hinläuft und dann wieder zurückgeht. Das sind doch wirklich 10 Minuten absolut nichts. Ich habe schon mal gesagt, wie schön ich den Nova Beam finde. Ich glaube nicht, aber der Nova Beam ist ziemlich cool. Gleich kommen wir zum Raumschiff. Ich meine, hier ist halt wirklich niemand mehr. Warum mache ich das? Hier sind nicht mal Gegner. Es ist wirklich nur Zeitverschwendung. Es gibt ja nichts zu tun. Okay. Also. Runter. Dann da rüben. Also das ist so absolut widerlich unnötige Spielstreckung. Also wirklich. Allein, dass ich überhaupt zu dieser Station hin musste. Mit dem Code. Allein, dass ich da überhaupt hin musste, war so unnötig. Ich weiß nicht, ob ich den Code nicht einfach im Raumschiff eingeben konnte, oder so. Wahrscheinlich, weil es voraussetzt würde, dass ich dann im Raumschiff irgendwann mal was zu tun hätte. Können wir nicht zulassen. Also gut, 135 Mistreise. Ich hoffe, die werden reichen. Pace. Okay. Schneid dich besser gut an. Denn jetzt wird es extrem. Das ist ja mein dritter Metroid Prime 3 Run, den ich im Stream mache. Vielleicht, das sage ich ja mal ein paar Mal erwähnt. Und, ähm, bei dem ersten Metroid Prime 3 Run, den ich im Stream gemacht habe, das war der, wo ich mich bei einigen Stellen echt scheiße angestellt habe. Da bin ich ungefähr dreimal bei dem letzten Boss hier gescheitert und musste immer den ganzen Weg nochmal neu laufen. Es war dann schon so spät und, oh, das war so grauenhaft. Das will ich nicht nochmal wiederholen. Jetzt geht's richtig los. Wir nehmen den Keim direkt mit. Ich meine, der hat das Wummloch geöffnet. Oh, der Planet Felsen ist schon super cool vom Konzept her. Ich meine, der Planet der Piraten wurde langsam und sicher in Felsen verwandelt, aber, was soll mit einem Planet, der wirklich aus Felsen besteht? Oh ja, wir haben auch noch diese Weltraumschlacht. Es gibt glücklicherweise keinen Weltraumschlachter in Metroid. Ich habe absolut keinen Metal Gear Solid Marathon geplant. Ich denke, die Spiele sind komplett ungeeignet für einen Stream. Ich muss jetzt nicht für eine halbe Stunde da sitzen und mir Cutscenes anschauen. Oh, stürzen wir ab. Okay. Ich will sagen, wir nähern uns der 100%. Resident Evil 6 ist ein Spiel, bei dem ich noch nie in meinem Leben das Bedürfnis hatte, es jemals zu spielen. Ich habe die Demo damals gespielt. Drücke A, Samus! Das hat dann auch schon gereicht. Energy Tanks werden geöffnet. Und hier haben wir unser Zeitlimit. Wenn das Teil voll ist, bin ich tot. Da die interne Felsenverseuchung einen kritischen Wert erreicht hat, wurde die Notentlastung des PED-Suits ausgelöst. Alle Energy Tanks wurden entleert, um temporär eine vollständige Verseuchung zu vermeiden. Hyper-Modus-Waffen benötigen nicht länger Energy Tanks zur Aktivierung. Der Hyper-Modus ist nun dauerhaft aktiv. Partalerweise ist die Notentladung nun nutzlos. Schädigungen sowie Belastungen durch die hießige Atmosphäre tragen zur Erhöhung des Felsenniveaus bei. Das Felsenniveau wird als gelber Balker am oberen Rand des Hats angezeigt. Sollte der Maximalstand erreicht werden, ist dies tödlich. Cool. Shit, wo muss ich denn hin? Oh, da. Okay. Natürlich treffen die mich jetzt gerade alle mit ihrer Scheiße. Komm schon. Hör doch auf. Ah ja, es sinkt auch, wenn ich die Leben mitnehme. Okay. Und auch wenn ich das ein bisschen neben eine Ladung gebe. Weg. Okay. Raum Nummer 1 überstanden. Fuck. Ich dachte, ich muss schütteln. Ich dachte, ich muss schütteln, um mal rauszukommen. da lagere ich wohl falsch. Drop mal ein paar Leben für mich. Sei doch jetzt nicht so. Einfach weitergehen. Einfach weitergehen. Welchen wie denen schenken wir keine Beachtung. Wir sind nämlich sowieso in der Stru-Attack unterwegs. Fucking Tür, bitte. Danke. Oh, ich hasse das so sehr, es ist so sehr, es ist so stressig. So, noch ein bisschen ein paar Blumen kaputt machen. Das trägt leider nicht zur Entladung meiner Phasen-Vorräte bei. Nein! Doch! Oh, das war super gut. Hätte ich vielleicht noch mehr loswerden können. Naja. Naja, was sonst. Ist das noch einer? Ich hoffe. Oh, gut. Ich habe Misses bekommen. Ich weiß nicht zu 100% wo ich hin muss. Hier sieht alles gleich aus. Oh, nein. Ich nehme so viel Schaden. Ich nehme so viel Schaden. Habe ich die Energie mitgenommen? Ich hoffe doch. Ich habe gerade gar kein gutes Gefühl bei der Sache, wisst ihr das? Oh, Energie. Stark! Müsst Mattrods nicht theoretisch den Balken senken? Das ist eine gute Frage. Tun sie? Mach doch kaputt! Das ist eine gute Frage. Hier liegt sonst auch nichts. Einfach runter. Nein! Okay. Er gibt einem die ganze Energie, die er absaugt, irgendwann wieder zurück. Das ist nicht gut. Weg mit dir. Okay. Die Teile muss ich auf jeden Fall zu meinem Vorteil nutzen. Das war stark. Okay. Was auch immer. Wir haben wieder ein paar Metroids. Nein, 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 nein. Geht doch weg. Warum trifft die Scheiße denn nicht? Kann ich das vielleicht so machen? Oh. Naja. Besser spät als nie. Okay. Oh mein fucking Gott. Hat es wieder so ein Nest. Okay. Scheinbar setze ich doch ein paar von den Missiles ein. Schon. Die Energy Tanks? Nein. Einfach weiter. Vor allem, ob ich denen Energie mitgeben... Ah, fuck. Ich muss was ausprobieren. Yeah, okay. 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 Das, das erleichtert mein Leben. Ich glaube, das ist eine Sache, die ich absolut nicht wusste bisher. Was bist denn du für einer? Komm mal auf jetzt. Äh, okay. Naja, wie auch immer. Ja, ich war kurzzeitig wieder bei Null. Jetzt bin ich mir wieder ein bisschen höher. Aber es war trotzdem ziemlich gut. Es geht ziemlich tief hier runter. Ah, fuck. Der Raum. Geh weg. Geh weg. Von wo aus konnte ich den nochmal erwischen? Könnte man nur von gewissen Stellen immer erwischen irgendwie. Könnte ich den hier überhaupt schon erwischen? Nein, kann ich nicht. Okay. Fuck. Fuck. Er ist auf der anderen Seite drüben. Oh, wichtige Treffer hier. Das Teil hält viel zu viel aus. Kommt er wieder rüber? Nein. Nein. Fuck. Oh, Gott. Was? Bisschen Leben hier, oder? Nee. Ah, fuck. Die Madfret sind zurück. Ich war so verwirrt, was ich gerade getroffen habe. Ich habe das Teil aus der Mitte vielleicht angegriffen. War das... Ist das passiert? Oh, Gott. Ich hasse das hier. Nein, nein. Okay, da spawnt so ein anderer Gegner. Okay. Warum hält das Teil auch so viel aus? Gott. Oh, mein fucking Gott. Warum geht das nicht kaputt? Das kann doch nicht sein. Dankeschön. Oh, mein Gott. Fast auf null wieder. Wir sind fast auf null zurück. Ja, okay. Das war gut. Das war gut, im Endeffekt. Hätte das X-Ray nicht gebraucht? Ich will den doch sehen. Samus! Dirk! Samus! Final Boss Nummer 1. Phase Nummer 1. Den Kampf mache ich natürlich sehr gerne mit dem Charge Beam. Guter Anfang. Jetzt geht der Kampf erst richtig los. Ja, Samus, lass sie mal machen. Schau einfach zu. Sie sich regeneriert wieder. Oh, schönes Ding! Bevor ich getroffen werden konnte. Wow! Monster Flip! Okay. Keine Misser ist erlaubt. Ich sehe schon. Okay. Ich weiß nicht ganz, was sie da immer macht. Sieht gefährlich aus. Wahrscheinlich Leben regenerieren oder so. Mach mal die Säulen kaputt. Äh, hier mal auf. Oh, sehr schön. Ich habe die Originale im Visier. Oh, eine ist gestorben. Ah, fuck. Jetzt kommt das Regenerationsding ganz gerade. Ah, ist gar nicht gut. Au! Ich glaube, ich kann ja keinen Schaden machen, wenn sie Vila leuchtet. Müssen wir wieder... Scheiße, hört doch mal auf. Ich... Oh, jetzt ist es wieder einer der Momente, wo ich nicht angreifen kann. Ich hasse das. Ich verstehe nicht ganz, was ich jetzt gerade machen soll. Ehrlich gesagt. Ich meine, vielleicht soll ich... Sollte ich einen Klon besiegen? Sie macht sich ja trotzdem wieder... Ach, sie macht dann einfach nur wieder Neue. Gott! Ich hasse das. Wenn Gegner einfach nur fucking unsterblich sind die ganze Zeit. Ich habe viel zu viel Leben verloren. Oh, mein fucking Gott. Wirklich schon wieder. Ah, da ist die echte. Da ist die echte. Nicht aus den Augen verlieren. Yes! Unglaublich! Mit einem Schlag besiegt! Und jetzt kommt der wahre letzter Boss. Ginge die Visoren nicht? Ja, die Schüsse bringen ja trotzdem ab. Aber was meinst du? Oh, ich kriege Leben hier raus. Au. Geh mir mal mehr Leben. Ich muss diese komischen kleinen Tentake, wenn sie rauskommen, erwischen. Aber was ist das denn jetzt? Mach doch nicht diesen! Geh mir mal mehr Leben. 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 Ich erwische diese Teile nicht. Was? Wie soll ich die denn jeweils erwischen? So eine Scheiße. Okay, das war gut. Ich regneriere auf jeden Fall mehr Leben, als ich verliere aktuell. Muss ich die Leugnenpunkte erwischen? Hä, ich verstehe es nicht. Wie mache ich Schaden? Ja, die Leugnenpunkte muss ich erwischen. Warum klappt das nicht? Damit mache ich jetzt klappt es überhaupt nicht. Okay. Weil du zu lange wartest? Ja, wahrscheinlich. Na ja, das waren quasi Trepper. Quasi. Okay. Muss ich jetzt, ich muss grappeln. Komm schon. Nicht lang schnacken. Guter Treffer. Okay. Ich glaube, ich habe es. Ich glaube, ich weiß, was ich machen muss. So wie jeder andere auch, der das hier gerade sieht. Das überlässt nicht allzu viel der Fantasie. Was macht denn der Laser auch gleich so viel Schaden? Hm, bei wenigstens einen Treffer. Komm schon. Ah, fuck. Ah, ich wollte schon mich erinnern, ob ich meine Energie reinladen kann. Kann ich nicht. Kann ich nicht übrigens. Und ich fühle mich ein bisschen betrogen davon. Ein paar Dark Samusen. Ich bin froh, dass es relativ einfach ist, dem Laser auszuweichen. auch. Komm schon. Auf. Okay, so weit zu gut So weit, so gut Weiß nicht, was du am Master, aber hör auf damit Ja, das war ein bisschen Sollte der Angriff jetzt Naja, gut Der Angriff ist neu von denen Ach, komm schon Sehr schön Okay Noch einmal Das klappt wie am Schnürchen hier Ich bin sehr froh, dass man eine Menge Heilung zurückbekommt bei dem Kampf Ansonsten hätte ich ein Problem Ich werde hier einfach so ein bisschen zur Seite dashen Und dann werde ich nicht erwischt Ow, ow Ich mag es gar nicht, dass die eine gerade die ganze Linie am Airboostball unterwegs ist Das finde ich ein bisschen nervig, ehrlich gesagt Hat so leichte Mutter-Gehirn-Vives Ja, ich glaube, das soll doch so Ich glaube, das ist wahrscheinlich die Aurora-Einheit von der Valhalla, die befallen wurde Das Gefühl, das sollte in etwa hinkommen Was? Aurora-Einheit 313 von der Valhalla Okay Ich weiß halt sogar Aurora-Einheit Es war die, die geheult hat, dass sie Finsternis nah hat Komm schon, jetzt aber Okay Das hat ein bisschen gedauert Fuck, was? Das finde ich gar nicht gut, jetzt Also wirklich Bin ich überhaupt nicht gut Ich weiß nicht, warum du jetzt so tust, als ob du Gore wärst Jetzt habe ich noch Erinnerungen an diesen Dumme zweite Phase von dem Kampf Schau dich an, wie vergessenswert das alles ist Zum Fick So, nun eine lahme Version von dem Äh, von Patraxas Aus Metro Prime 2 So sieht's doch aus Ich seh nichts Vielleicht sterb ich Oh Gott Ich will jetzt nicht mehr sterben Oh mein fucking Gott Warum hat sie nicht an Oh mein Gott Ich glaub's nicht Ich werde jetzt sterben Ich werde es nicht mehr schaffen Okay, kommen schon die Kanone Oh mein fucking Gott Der war kein Checkpoint Wenn ich jetzt gestorben wäre Hätte ich den ganzen Weg zu dem Bosskampf nochmal neu machen müssen Ich hätte alles nochmal neu machen müssen Wenn ich gestorben wäre Ey, das ist doch Dark Summers Deswegen hasse ich dieses Ende Wenn man da verliert Verliert man so viel Fortschritt Ach ja Ja, weg damit Tja Kein Felsen mehr für uns Das lief doch ganz gut so weit Kein P.I.D. mehr Jetzt beginnt der Hardpoint Yeah Die simpelsten Kreaturen sind jetzt große Gefahren für mich Ich glaube ich bin jetzt schon Ich hab's schon durchgespielt Ich glaub nicht, dass ich noch extra fliegen muss Ich mein Das ganze Ende war quasi mit Zeitlimit Und weg hier Ich weiß nicht ganz Ihren Support sehr zu schätzen Ich mein, sie waren da und wir haben wahrscheinlich die Schiffe bekämpft oder so aus irgendwelchen Gründen Dieser fucking Typ Was war dieser Gesichtsausdruck? Wir haben's geschafft Ja, der Typ Ich mein, der Ich weiß nicht, ob er ins Spiel passt Der sieht an sich nur echt schlecht aus Mission complete Oh Gott Oh Gott Dieses Ende Es war noch so viel stressig als ich gedacht hätte Ich mein, ich wusste, dass es stressig wird aber als dann dieser komische Kopf eine Phase 2 hatte das wusste ich nicht mehr dass das passiert Oh Gott Wir müssen die Trails wieder durchlaufen lassen Puh, aber ja Metroid Prime 3 Was, was für, was für ein Was für ein Spiel Was für ein Wechselbad der Gefühle Aber versteht ihr jetzt warum ich sehr nervös bin was die Energy Tanks angeht wenn ich jetzt Oh mein fucking Gott Wenn ich gestorben wäre am Ende Oh mein Gott Stell dir vor Ich hätte den ganzen Weg nochmal dahin gehen müssen Dann hätte ich Dark Samus bekämpfen müssen Dann die erste Phase und dann nochmal die zweite Das wäre mindestens eine halbe Stunde gewesen Also wenn man da stirbt das ist so frustrierend Es ist so unglaublich frustrierend Hände noch schwitzig? Nein Ja, ich habe sie an meiner Hose abgewischt Wie es weiter geht erfahren wir in 10 Jahren Wenn wir Glück haben Oh oh Das Felsen vermehrt sich An den Seiten Jetzt Prime 4 Checkpoints nicht vorhanden oder weißt du es nicht? Das sind keine Ich weiß, dass da keine sind Ich habe diese frustrierende Erfahrung das seien oder andere Mal mitgemacht Trades Musik ist ein Hit Ja wie, wie stehe ich zu Metroid Prime 3? Oh Licht und Dunkelheit? Metroid Prime 2 Referenz? Was ist mit dem Lied auf einmal los? Das ist die Hoffnung, die ich hier höre Ja, als nächste Woche fangen wir Ada M an Ja, Metroid Prime 3 Ich denke es hat ganz nette Stellen aber So vieles davon fühlt sich absolut nicht wie Metroid an Also so überhaupt nicht Weiß ich Es ist Ich meine Wir werden Ada M spielen Also werden wir sehen wie das wird Aber aktuell würde ich sagen Prime 3 ist der seltsamste Metroid Teil Zum aktuellen Zeitpunkt Es ist halt wirklich so So gar nicht wie Metroid Two games to go Nein, uns fehlen noch drei Ada M Fusion Und Dread Ja, es ist weird Ja Ich spiel's scheinbar alle zwei Jahre mal durch Aber jedes Mal aufs Neue denke ich mir Das ist ein echt komischer Teil Er will in zur gleichen Zeit wie immer Es ist nicht 9 Uhr, sondern 9.30 Uhr am Sonntag Werde ich mit Ada M dann anfangen Ich hoffe die Story von Prime 3 nicht klar Inwiefern Ja, Fusion wird Fusion wird kurz Das werden wir in einem Stream auf jeden Fall machen Nicht das längste Spiel aller Zeiten Reggie Reggie kriegt ein Special Thanks Verdient Und die Talente der Deutschen Bahn ebenfalls Verdient Jan Peitzmeier natürlich Die Übersetzung ermöglicht Oh ja, jetzt warten wir Bis die Credits durchlaufen Und dann Dann sehen wir unsere Wertung Jan Peitzmeier Er wurde jetzt dreimal erwähnt in den Credits Er hat schon mal eine Menge gemacht Dieser Jan Das halbe Spiel im Alleingang gemacht Missionsverlauf Veteran 70% aller Items Hyper-Modus Schwierigkeitsgrad Freigeschaltet Blink, blink, blink Zum Beispiel Warum sollte ja Phasenplanet zerstört werden Wenn Metroid Prime Slash Dark Samus zerstört wird Ist ja nicht so Als wäre sie auf Talon mal gewesen Ja, das stimmt Das ist komisch Nee, wir brauchen keinen Hyper-Modus Sie haben irgendwie nur noch Grund gesucht Phasen wieder los zu werden Wir kriegen gar kein Endvideo Ich dachte, wir kriegen eine gekürzte Variante Wir kriegen gar keins Wir wollen nur 100% Dann kriegt man so ein Video zu sehen Und das ist aus irgendwelchen Gründen einer der Kopfgeldjäger aus Prime Hunters Dann kurz zu sehen Zumindest geht man davon aus, dass es der ist Und das ist Eine Sache Aber was mit ihm auf sich hat Werden wir wohl im Metroid Prime 4 erfahren Habe ich recht? Habe ich recht? Der Phasenplanet ist, soweit ich weiß Ein eigenes Lebewesen, welches mit Dark Samus verbunden war Deswegen ist er explodiert, vermute ich Ja, kann sein Kann sein Das war so ein lila Elektromann im Prime Hunters Aber gut Ich würde sagen, wir sind fertig für heute Boah, schau euch die Screw Attack an Wahnsinn